Der Retro-Kompott-Podcast ist und bleibt natürlich dauerhaft kostenlos. Doch wenn ihr uns ein bisschen unterstützt, sichert ihr den Fortbestand dieses Projektes und ermöglicht neue Ideen, die wir nur mit euch verwirklichen können. Zusätzlich erhaltet ihr dadurch auch Zugriff auf viele exklusive weitere Inhalte, wie zum Beispiel den kompletten Audio-Stammtisch. Unterstützen kann man uns auf Patreon, Steady oder Paypal. Ein Dank geht an alle Hörer, die neuen Unterstützer der Aufstocker bei Patreon und Steady und den Helfern für unseren Retro-Spiele-Club. Dieses Mal ein besonderer Gruß an Ronne. Und natürlich an die besonderen Unterstützer Mario M., Michael H., RSN887, Ralf K., Wolle, den Raumfahrer Jürgen, Torben H., Sky670, Alexander, Auslunders, Ali, Grampel und die Open Pandora GmbH. Außerdem danken wir unserem heutigen Rüge-Sponsor Dragonbox und dem Jubiläumsaufsponsor R.E.A.W. Natürlich danken wir auch unseren regelmäßigen Gästen aus den Retro-Koportien, den Jungs von Pretty Old Pixel, unserem Quizmaster Wolfgang und unserem Backoffice, das fleißig an den Transkriptionen und Übersetzungen unserer Interviews arbeitet. Dabei einen besonderen Dank an Stefan und Jörg. Infos über uns findet ihr auf www.retro-koport.de. Erreichen kann man uns unter mail. www.retro-koport.de oder in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und WhatsApp. Natürlich findet man uns auch auf Twitch, YouTube, iTunes und Spotify, wo wir uns besonders über positive Kommentare und neue Follower freuen würden. Natürlich freuen wir uns auch über Gäste in unserem Hauptquartier, unserem Retro-Spiele-Club in Hamburg-Horn. Einem bespielbaren Museum mit über 50 Ausstellungsstücken aus den letzten 40 Jahren, wo man uns jeden Donnerstag zum Open House oder zu frei wählbaren Zeiten auch in Gruppen besuchen kann. Weitere Infos dazu findet ihr auf www.retro-spiele-Club.de. Nun aber viel Spaß mit der neuesten Ausgabe. Heute sind mit dabei Patrick, Robin und viele andere und als Themexperten Matthias, Jenny und Patrick. Wir danken unserem Werbepartner der heutigen Ausgabe. Hallo an alle Retro-Spiele-Fans da draußen. Wir sind Area One. Area One ist ein Indie-Spiel-Entwicklerstudio mit der Leidenschaft zu Retro-Games und Spatial Computing. Wir helfen unseren Kunden von der Innovationsberatung bis zur Umsetzung sowie Publishing von Apps, Games, Virtual Reality, Augmented Reality, Industrial Metaverse und Web3. Auch haben wir bereits in einigen Attraktionen wie Flippern, Arcaden und Simulationen für Messen und Conventions gearbeitet. Wir investieren in unsere eigenen Spiele sowie Forschung und Entwicklung, was ist trotz der Bundesförderung für Videospiele an dem Standort Deutschland leider immer noch sehr schwierig. Letztens haben wir zum Beispiel auf der Dutch Comic Con zusammen mit dem Movie Props Bauer Z-Montagen ein eigenes Mech-Action-Spiel für zwei Spieler in das Cockpit eines AT-ST von Star Wars integriert. Wir haben auf der Mega-Fair und der Pferd und Jagd bereits vor Covid zweimal in Folge unser VR-Einhorn-Rennspiel ausgestellt, das besonders bei Kindern, aber überraschenderweise auch bei Erwachsenen unglaublich gut ankam. Eines unserer Early Access VR-Titel Stack Defense ist auf dem Steam und Oculus Quest App Lab Store erhältlich. Sack Defense ist ein VR-E-Sports-Multiplayer-Spiel für zwei bis vier Spieler und er enthält Tetris sowie Rampart angelehnte Elemente und macht fit. Wir suchen auch nach Unterstützern und Förderungen für VR-E-Sports und weitere Unterhaltungsmedien auch in Pflegeheimen, da wir früher oder später leider alle dort landen werden. Daher kümmern wir uns jetzt schon um dieses Thema in einem Think Tank Entwicklungsplattform Innovative Pflege. Wir helfen gerne Interessierten mit unserem Wissen und langeregiger Expertise weiter oder vermieten auch unsere Attraktionen auf Events. Vielen Dank an all unsere Unterstützer, Partner und Kunden, die dies soweit möglich gemacht haben. So und jetzt weiterhin viel Spaß beim Zuhören, Diskutieren oder Daddeln. So und jetzt weiterhin viel Spaß beim Zuhören, Diskutieren oder Daddeln. Martin McFly hat es vorgemacht, doch er macht keine Zeitreisen mehr. Heute entführen euch Patrick und Robin mit ihren Gästen auf eine Reise in die Vergangenheit. Ihr Fluxkompensator ist die Erinnerung. Herzlich Willkommen zum Retro-Kompott, einer Zeitreise zurück zu den Anfängen der Home-Computer, Spielekonsolen und Games. Auf geht's! Lassen wir uns überraschen, wie lange die Reise dieses Mal dauert. Retro-Warm-Up Retro-Warm-Up Auf eine neue Runde Herzlich Willkommen zur 200. Ausgabe des Retro-Kompott-Podcasts. Und ja, wir sitzen hier und wissen eigentlich nicht genau, was passiert. Und ich sitze hier mit Robin in Anführungszeichen noch alleine, aber das kann sich im Laufe der nächsten Zeit auch noch ändern. Und wir haben auch ganz, ganz viele Überraschungen für diese Folge bekommen, Robin. Hast du eine Ahnung, was heute passiert, so ganz genau? Ich weiß, dass es lange wird, eine lange Folge wird mit vielen Dingen, die wir normalerweise im Podcast so nicht haben. Das heißt, ihr werdet bei uns erleben, dass wir regelmäßig auch mal überrascht sind, was passiert, weil nicht alles klar ist, was passiert. Es gibt zwar eine Grundordnung, aber die ist ein bisschen wackelig. Ja, und vor allem dieses Rahmenprogramm, was wir sozusagen ja um die ganzen Einspieler drumherum aufzeichnen, läuft zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung auch live auf Twitch. Das heißt, auch dort können Fragen kommen, auf die wir kurz mal eingehen oder auch Dinge passieren, die vielleicht nicht geplant sind. Ja, ihr habt es eben schon gehört. Wir haben heute das Glück, einen Sponsor für den Jubiläumspodcast noch zu haben, der heute als Hauptsponsor agiert. Also danke an die AreaOne GmbH für die Übernahme dieser Funktion und auch schon mal im Voraus für die lange Unterstützung des Dragonbox Shops, der heute auch wieder unser Thema sponsert und uns auch bei den Streams jede Woche hilft. Da haben wir nachher auch noch einen tollen Einspieler vom Michael. Ja, Robin hat es schon gesagt, es gibt viele Überraschungen und unser Rahmenprogramm ist heute auch offen für spontane Gäste. Das heißt, wer uns jetzt auf Twitch hört, kann auch theoretisch sich noch auf Teamspeak dazuschalten. Wie gesagt, wir freuen uns über Gäste. Wir versuchen, das Programm irgendwie voranzutreiben, aber lasst uns heute auch tatsächlich gerne stören. Und ja, wenn Fragen sind, kann man die auch gerne in den Chat schreiben. Wir haben schöne Sachen bekommen, Robin. Ich habe die meistens schon mal grob reingehört. Ein paar Sachen können wir schon mal spoilern. Ich bin wieder mal total begeistert von unserem Jürgen. Du kannst dich noch erinnern, was Jürgen ja früher regelmäßig gemacht hat, oder? Ja, die Quickies. Was war der Quickie? Ja, wenn ihr euch noch erinnert, wir hatten mal so ein Ziel bei Patreon, dass wenn wir eine bestimmte Summe erreichen, wir in jeder Ausgabe so kleine Snippets, also reingeschnippelte Dinger reingehauen haben, wo man sich aus einem bestimmten Jahr erinnert an irgendein Spiel, was man früher vielleicht gerne selbst mal gespielt hat oder was heutzutage noch schlimmer ist, als es früher eigentlich schon war. Und der Jürgen ist jemand, der natürlich sich sehr gerne an viele Spiele erinnert. Und der macht immer, es wäre ein bisschen lustig, wenn man sagt, er macht buchreife Einsprecher. Er ist ein Künstler. Also ohne Ironie, er hat einen Humor dort reingebracht und künstlerischer Aspekt, dass ich selber und auch du teilweise, wir hatten so ein bisschen Probleme, eigene Quickies aufzunehmen, weil wir irgendwie den Jürgen natürlich nicht nachmachen wollten, aber wir das Gefühl hatten, dass unsere Quickies langweiliger waren als seine. Das Niveau war ein bisschen fernab von dem, was wir mal eben so machen, weil Jürgen einfach sich wahrscheinlich auch viele Gedanken dabei gemacht hat. Ja, und das Tolle ist, das kam spontan. Jürgen schrieb mich an, sag mal, ihr habt die zweite Folge, wollt ihr ein paar Quickies haben? Da sage ich nicht nein, die nehmen wir gerne und die werden heute im Laufe der Sendung auch ausgestrahlt. Und wie Robin eben schon sagte, das war mal ein Ziel bei Patreon. Da sind wir immer auch mit knapp drunter, deswegen gibt es die nicht jedes Mal. Aber auch da sind wir natürlich auch hier bereit, solche Sachen wieder mit reinzunehmen. Aber heute gibt es jedenfalls ganz, ganz viele kleine Quickies von Jürgen. Des Weiteren haben wir diverse Einspieler bekommen, von Hörern, von Retro-Kompottis und auch viele Grüße von Interviewpartnern. Und ja, man kann es wirklich sagen, diversen Szenelegenden. Da haben wir auch einiges Tolle erhalten, was wir natürlich euch auch nicht vorenthalten wollen. Ja, und dann gibt es heute mehr Steam Keys zu gewinnen, als je zuvor. Wir haben die zweite Hälfte des Juli-Quiz von Wolfgang. Dann gab es noch eine Überraschung, die uns der Marius geschickt hat. Er wollte uns auch noch mal ein paar Steam Keys aus den Rippen leiern und stellt Fragen an die Zuhörer. Da kann man für jede Frage ein Steam Key gewinnen. Der wird dann ausgelost zwischen den richtigen einen Sendungen. Da gibt es also auch noch einiges an Gewinn für euch, Gewinnmöglichkeiten in der heutigen Sendung. Und wenn wir schon dabei sind, wollen wir auch noch mal, ja, euch Sachen zurückgeben, wenn ihr uns unterstützt. Und deswegen gilt auch ab jetzt noch mal eine Aktion. Alle, die uns auf Patreon und Steady unterstützen, also neu unterstützen in den nächsten vier Wochen, erhalten auf Wunsch, je nachdem wie ihr uns unterstützt, ein Merchandise-Überraschungspaket oder einen Brief mit besonderen Dingen. Oder auf Wunsch auch gerne einmalig noch bis zu fünf Steam Keys extra. Und wer sagt, ach Gott, ich bin jetzt auf dem 1-Euro-Patch für die Stammtische und erhöhe euch noch mal um ein, zwei Euro im Monat, der bekommt ebenfalls noch mal als Dankeschön von uns ein paar Steam Keys. Also wie gesagt, wir wollen da heute ein bisschen auch mit Steam Keys um uns schmeißen. Wir können ja auch sagen, es ist natürlich immer noch so, dass wir finanziell immer noch unter Druck sind und mit unserer Location, mit unserem Retro-Spiele-Club in Hamburg. Und deswegen freuen wir uns besonders wegen der 1-Euro-Leute. Da kann ich euch gerne noch mal direkt ansprechen. Es ist natürlich ein Problem, dass die Steuern und die Kosten für das Ganze drumherum von dem 1 Euro doch sehr viel wegfressen. Und eigentlich ist es toll, dass ihr uns unterstützt, aber vielleicht schafft ihr es in dem einen Monat dann auch mit 3 Euro das Ganze zu machen. Das würde uns viel Druck nehmen von diesen, einfach von den Kosten, muss man einfach sagen. Ja, wir haben, ich weiß nicht mehr genau, da bleiben am Ende 40 oder 50 Cent über, ich weiß nicht, saue Summe nicht. Aber wir bieten das trotzdem weiter an, weil wir einfach den Leuten die Möglichkeit geben wollen, mal reinzuschnuppern. Und wenn es euch gefällt, vielleicht geht ihr dann auch in die anderen Bereiche mit rein. Und es bleibt aber alles wie bisher. Der Podcast ist und bleibt kostenlos. Auch die 200. Folge kriegt ihr in voller Länge, selbstverständlich. Denn nicht jeder kann und möchte unterstützen. Aber wir wollen natürlich auch denen, die unterstützen, gerne noch mal was zurückgeben und auch noch mal Dankeschöns. Ja, wo wir schon beim Rausschmeißen von Steam Keys sind. Auch in der 200. Folge haben wir Retro-Card-Gewinnzahlen, Robin. Lass uns die doch kurz einmal der Reihenfolge nach abarbeiten. In der Reihenfolge der Erziehung. Sehr gerne. Wir haben die 173. 205. 143. 40. 37. 203. 119. 709. 18. 345. Ja, und wer aus einer Mail schreibt bis zur Folge 201 und sagt, ich bin die gezogene Nummer und nutzt das Nachweis sozusagen, der erhält dann auch noch mal einen Steam Key. Und wer sich jetzt fragt, was zum Teufel ist diese verdammte Retro-Card, der könnte 272 Leute fragen. Denn so viele haben inzwischen eine. Oder ihr schaut einfach bei uns auf die Homepage vom Retro-Spiele-Club. Und da gibt es eine Unterseite Retro-Card, wo das Ganze nochmal erklärt wird. Und man kann mit der Retro-Card, wie gesagt, Steam Keys gewinnen. Man kann bei unserer Location an Wettbewerben teilnehmen. Und hat noch viele andere Goodies obendrauf. Und sie ist ein schönes... Ein optischer Bringer, wolltest du sagen. Ja, ein schönes Stück Plastik. Genau, ein optischer Bringer. Und ich selbst habe auch eine. Robin auch. Ja. Ist eigentlich mein Steam Key angekommen, Robin. Ich habe ihn noch nicht installiert. Es gab ja ein anderes Spiel, was wichtiger war. Aber ich werde darüber nochmal ein Retro... Nein, 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 nein. Du wirst kein Retro-Talk über den Steam Key machen. Was hast du mir wieder geschickt? Also ich habe es leider noch nicht getestet, aber... Wir könnten diesen Retro-Talk den Patreon ab 18 geben. Aber mir ist nicht drin. Gibt es das? Kann man das sagen? Patreon ab 18? Ach Quatsch, das kann man nicht. Ich glaube... Nein, ich kann die Geschichte kurz auflösen. Robins Retro-Card wurde letztes Mal zufälligerweise gezogen. Das macht ja wirklich einen Zuwärtsgenerator hier. Das heißt, auch die Karte von mir und von Robin ist natürlich in der Verlosung drin. Wir nehmen aber keine Steam Keys an. Aber ich habe dann beim Durchsortieren der Steam Keys für die nächsten Verlosungen einen Steam Key gefunden. Den kann ich nicht rausgeben, aus Gründen. Und dachte, das wäre was für Robin. Und ich dachte, jetzt kommt von ihm irgendein komischer Kommentar. Nein, noch nicht getestet. Auf den warte ich dann. Aber den brauchst du auch nicht. Bei was habe ich gespielt eintragen. Aber du kannst zumindest dann gerne mal umschreiben, mit was du da was gespielt hast. Also können wir schon wieder einen Spoiler machen. Robin hat einen ganz besonderen Steam Key erhalten. Gott, ich habe Angst. Angst. Absolut. Mit Recht. Du hast ja das Thema Retro-Card eben gesagt. Und das klingt so, als ob das Teil monatlich eine immense Summe Geld kostet. Es kostet einmalig 10 Euro. Wenn ihr freundlich seid, überweist ihr noch, ich weiß nicht, was das Portal kostet. 1 Euro, was auch immer, mit dazu. Dann erhaltet ihr diese Retro-Card. Wir packen auch gerne noch eine Autogrammkarte von uns mit da rein. Und es kostet monatlich nichts. Es ist einfach nur, ihr seid vorgemerkt, falls eure Nummer fällt und ihr dazu hört, dann kriegt ihr halt Steam Keys. Man bekommt, wie gesagt, bei uns in der Location zum Beispiel auch mal Getränk umsonst und andere Sachen. Und da gibt es diverse Möglichkeiten. Kann ich auch noch eine lustige Anekdote erzählen, wo wir uns sehr, sehr gefreut haben. Wir haben Zuwachs in der Ausstattung bekommen mit einem weiteren Schneider CPC-Rechner mit Grünmonitor. Ich weiß, ob ihr schon gesehen hattet, Robin, ob du nochmal in der Location warst. Ich habe die Tüte beiseite packen müssen, weil ich was anderes installieren wollte. Aber das ist in einem Top-Zustand. Und wie wir schon sagten, aus finanziellen Gründen kaufen wir nicht viele Geräte an. Aber wir haben dieses Gerät als Spende erhalten im Tausch gegen eine Retro-Card, was ich sehr, sehr nett fand. Und ich habe auch dem Tauschenden eine wunderbare Nummer rausgesucht, eine ganz besondere Nummer, wo er sich dann gefreut hat. Und er wird es auch mal demnächst besuchen. Also auch nochmal da, danke auf diesem Wege für diese tolle Spende. Sowas ist für uns immer sehr wichtig, dass wir auch Ersatzgeräte haben, wenn mal was passiert. Wir hatten gesagt, wir haben viele Grüße, viele Einspieler. Ich weiß gar nicht, wie viele da heute kommen. Aber wir können auf jeden Fall schon mal den ersten Einspieler, die ersten Grüße raushauen. Die hat uns nämlich Paul Gartner geschickt. Das ist der Macher vom Mega 65, der hinter dem Projekt steckt. Ja, auch ein Gerät, was ich leider noch nicht selber gesehen habe und was natürlich zum mal eben kaufen nicht finanzierbar ist. Aber die Grundidee ist toll, weil das ja wieder eine FPGA-Lösung ist, wo man im Prinzip auch ganz viel mit machen kann. Aber ich finde immer im Augenblick diese Preise für solche Geräte, man kann sich nicht alles kaufen, definitiv nicht. Man möchte es aber und auch das wäre ein Gerät, was mit Sicherheit im Museum ganz toll wäre, aber auch das ist finanziell gerade einfach nicht drin. Aber sagen wir mal, es würde natürlich finanziell machbarer sein als Original C65 und Optik sieht er ja genauso aus, in der selben Gussform. Also das ist schon eine nette Geschichte, die der Paul Gartner damit in die Wege geleitet hat. Und ich fand auch, als wir das Interview mit ihm hatten, so Geschichten interessant, wie sie versucht haben, ja, oder wie sie es in der heutigen Zeit schaffen, Diskettenlaufwerke zu bekommen für das Gerät. Das sind ja gebrauchte Laufwerke oder hatten sie irgendeine Firma, ich glaube, das war in Polen oder im Ostblock irgendwo. Das war diese Firma, die die in den letzten Jahren nichts anderes gemacht hat, als alte Laufwerke zu kaufen. Ja, und die hatten noch ein paar hundert Stück oder ein paar tausend Stück auf Lager und diese Laufwerke werden dann verwendet. Das heißt, auch da ist irgendwann ein Ende in Sicht, weil wenn es viele solche Projekte gibt, die Originallaufwerke brauchen, dann ist irgendwann auch damit Feierabend, weil die werden ja natürlich nirgendwo produziert. Das geht ja auch Disketten dann am Ende so zum Beispiel. Keine Frage, aber da gibt es einfach wahrscheinlich so viel Laufwerke und Disketten, dass das, ich glaube, bestimmt noch 50 oder 100 Jahre dauert, bis da irgendwann mal Schluss ist. Aber ob die dann noch verlauffähig sind, ist ja die Frage. Ja, ja. Ich war auch wieder irritiert, als ich, das hatte ich schon wieder völlig verdrängt, als ich den Schneider abgeholt hatte, auch noch eine Kiste Disketten bekommen für den CPC. Das ist ja, wie gesagt, ein Diskettenformat, was mir völlig fremd ist. Das sind ja keine dreieinhalb Zoll Disketten, das sind, glaube ich, drei Zoll Disketten, ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, es sind drei Zoll Disketten und sie sind asymmetrisch. Die sehen einfach komisch aus und da habe ich auch richtig gefreut, dass es eine Kiste vollbekommen haben, denn auch die wirst du definitiv nicht mehr in größeren Mengen bekommen. Genau, das ist mit Sicherheit ein Problem für, und das Diskettenformat ist ja auch einfach ganz was anderes. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand noch gibt, der das produzieren kann. Nee, vor allem, das kennt ja auch immer keiner mehr. Hoffentlich merken wir uns den Ladebefehl noch bis zum nächsten Mal. Herr Google wird uns immer helfen, einigermaßen. Was machen wir, wenn das Internet ausfällt? Ja, wir wollen hier zwischendurch uns auch noch mal ein paar Sachen erinnern, ein bisschen Dinge Revue passieren lassen. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt keine fertigen Skripte vorbereitet, das ist einfach so ein bisschen Rückbesinn. Und ja, wir können ja mal überlegen, wann haben wir eigentlich mit dem Podcast angefangen, Robin? Kannst du dich noch erinnern? Also ich weiß noch, dass du mich dann irgendwann überfallen hast, gesagt hast, ja, ich habe hier durch meinen Podcast, also ich habe durch meinen Cash-Thema jemanden kennengelernt. Und der macht das schon mit Caching und der ist so ein bisschen retroaffin, hat Lust drauf. Der würde da mal mitmachen und wollen wir zusammen ein Thema. Und für mich war Podcast damals ungefähr das Letzte, an das ich mich, wo ich eigentlich Lust hatte. Also ich will nicht sagen, dass ich nicht abgeneigt bin, Radio zu machen. Ich hätte da schon Lust zu. Mir wird auch immer regelmäßig gesagt. Ich hätte eine gute Radiostimme. Das hat die Ex-Freundin von meinem Bruder mir schon seit 30 Jahren, stimmt nicht ganz, seit 20 Jahren immer wieder gesagt. Und naja, du hast immer diese Ambition gehabt. Du wolltest ja unbedingt, dass man irgendwie auch nochmal andere Kundschaft erreicht. Im Videoformat muss man nicht unbedingt, aber das mit dem Sprechen fandst du ziemlich cool. Das war eine recht spontane Idee. Ich war auf einem Geocaching-Event tatsächlich und habe da den Hatti getroffen. Und ich hatte da ja schon den Geocaching-Podcast gemacht, der auch schon eine vier-schräge Anzahl an Hörern hatte tatsächlich, was sehr, sehr gut war für so ein Format. Und da haben wir gemerkt, oder habe ich gemerkt, dass der Hatti da auch mit diesem Retro-Geschichte zu tun hatte. Und dann kamen wir auf die Idee, oder kam ich auf die Idee, einen Podcast mal machen zu wollen. Und da wollte er dann gerne mitmachen. Und so haben wir dann eigentlich ja angefangen und die legendäre Nullnummer sozusagen produziert. Das war, und das ist witzig, ziemlich genau vor acht Jahren, Anfang August, Robin. 20.08.2015 sind wir damals mit dem Projekt online gegangen. Du hast es damals geschnitten. Und kannst du dich noch an das größte Problem erinnern, was wir damals beim Podcasten hatten? Also das Problem war, dass Hatti immer alles zu lang war. Das war ein Problem inhaltlich. Aber ansonsten weiß ich immer auch nicht, worauf du hinaus willst. Ich will genau darauf hinauslaufen, dass wir es live aufgenommen haben. Und auch alle Einspieler mit reingenommen haben. Das haben wir ja bis zur 30. oder 40. Folge gemacht. Das hat Gründe, warum Folge 18 mit dem lieben Fab-Legend, der ist wo er eingeschlafen ist, das lag nicht daran, dass wir langweilig waren, oder eher, das lag einfach daran, dass wir nachts um drei alle nicht mehr konnten. Wir haben die Themen live gemacht. Das war das Schlimme. Das war einfach eine krasse Idee, zu sagen, man macht alles en bloc. Und klar, wir waren damals acht Jahre jünger. Patrick war früher 40. Ich war noch in meinen 30ern. Da hat man noch gedacht, easy, das rocken wir einmal kurz runter. Nein, es geht nicht. Ab eins verlierst du so viele Fähigkeiten. Die Sprache und die Worte, die kastrieren sich nach und nach weg. Und du redest irgendwann nur noch monoton. Und die Stimme wird immer schlimmer. Oh, Patrick, das war eine Quälerei. Aber Moment, das ist gerade ein guter Moment, nach eins noch fit zu sein. Wir haben gerade den ersten Spontanbesucher und begrüßen einmal den Oliver bei uns. Wir wussten ja nicht, wer wann kommt und ob jemand kommt. Aber Oliver ist da. Hallo, Oliver. Ja, hallo. Moin, Oli. Ich hatte gerade schon gedacht, als du das erzählt hast. Ich glaube, das hatte ich auch noch erlebt, dieses mit mitten in der Nacht. Ich kann jetzt klar auch dich fragen, Oliver. Ihr schafft es, was ich nicht kann. Ich liebe ja freitags den Stammtisch. Und ich bin auch jetzt fast jede Woche wieder mit dabei. Um neun. Da sind ja immer noch weniger am Anfang dabei. Und ich muss dann meistens so um elf, halb zwölf aufhören, weil ich einfach entweder müde werde oder einfach nicht mehr kann. Und dann kommen ja meistens du dazu. Und jetzt zieht das dann teilweise bis, was war euer Rekord auf meinem Stammtisch? Ich weiß es immer nicht. Also mein Rekord war nicht der Rekord vom Stammtisch. Das weiß ich. Weil der längste ging, glaube ich, irgendwie so bis sieben oder halb sieben. Aber Sonnenaufgang hast du auch mehrfach fast live erlebt, oder? Das ja, das schon. Ist doch gar nicht so lang her. Ja. Wie du schon sagtest, wir haben das live, also live im Stück aufgezeichnet. Und die Frage ist tatsächlich nochmal, das weiß ich gar nicht mehr genau. Wann haben wir damals immer angefangen mit der Aufzeichnung? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, wir haben um acht oder so was, acht, halb neun haben wir angefangen. Das war einfach unmöglich. Da war es zwei Uhr danach mindestens. Und ich weiß auch, dass die Ausgabe mit dem Amiga hat die schon ganz schön gekillt. Weil wir haben ja auch tatsächlich häufig dann auch immer auf den Sonntag aufgenommen. Und jemanden, der einen normalen Job hat, um, keine Ahnung, um sieben Uhr aufsteht, um acht bei der Arbeit sein muss. Und dann ist er da bis zwei Uhr dreißig am Reden. Wie toll doch der Amiga und die Zeit war. Das geht halt nicht. Man muss auch dazu sagen, wir haben damals nicht zwei wöchentlich aufgenommen, sondern haben immer versucht, dann einen Termin zu finden, wenn wir das nächste Mal Zeit haben. Und der Podcast wurde erst, ja, so richtig sinnvoll in dem Moment, wo wir halt diese zwei wöchentlichen Rhythmus gehabt haben. Denn die Hörer wussten noch nie, wann kommt die nächste Folge. Denn wir sehen das ja auch. Wir hatten am 5.9.2015 Amiga und dann erst wieder am 27. eine Folge und dann erst wieder Ende Oktober. Also wir haben da wirklich auch immer geguckt, wann finden wir wieder ein Zeitfenster. Ja, und wenn ich mir so die ersten Folgen auch angucke, stelle ich auch immer wieder fest, dass das eine verrückte Mischung von Themen war, die wir da gemacht haben. Ja, ja, die haben wir ja auch dann spontan entschieden. Und das Amiga-Thema zum Beispiel, das ist bis heute, das war jetzt nicht schlecht, was wir da gemacht haben, aber es war alles nur kurz angerissen. Ich glaube, wir haben 100 oder 150 Spiele erwähnt in diesen fünf Stunden und haben wirklich gedacht, wir können einmal die Amiga-Geschichte in einer Folge abreißen. Und genauso, Gaga war dann ein paar Wochen später das Adventure-Thema, da haben wir gedacht, wir können über fast alle Adventure, die erschienen sind, in ein, zwei Folgen reden. Und dann ging es ja immer weiter, dass wir irgendwann ja auch das Thema zeitlich begrenzt haben und daraus mehr Teiler gemacht haben. Und irgendwann wurden das ja dann auch wirklich viel Teiler, um es mal vorsichtig zu sagen. Wir haben wieder den nächsten Dazukommer, der Stefan ist auch wieder, ist auch da. Hallo Stefan. Hallöchen, ihr Radiogesichter. Herzlichen Glückwunsch zur 200. Folge. Danke schön. Danke schön. Wir wissen ja noch nicht, wie es heute endet, aber bisher sind wir da guten Mutes, das Pad ist recht lang. Wir können ja mal unsere dazugekommenen Fragen, Oliver, welche Folge war die erste, die du gehört hast? Weil du sagst, du kannst dich an die Live-Geschichten noch erinnern. Folge 2, beziehungsweise die erste Folge habe ich danach auch gehört, aber ich meine, dass ich das erste Mal den Retro-Kompott gehört habe, als ihr Folge 2 publiziert habt. Und du hast denn gedacht, das sind irgendwelche Irren, oder was hast du gedacht? Nein, nein, nein. Ich hatte mir das angehört und meine damalige Sicht war so, ja, es ist jetzt kein professioneller Podcast, da sitzen halt ein paar Freunde auf der Couch und sabbeln ein bisschen über alte Spiele. Ich glaube, dass ich mir so wirklich fundiert ist, das nur in Details, aber egal, weil ich war eigentlich immer so, weiß ich nicht, aber das geht mir auch heute noch so. Ich mag das total gerne, wenn jemand einfach nur so aus Ambitionen und aus der Freude irgendwie was macht. Das haben wir jetzt ja im Stammtisch, das ist ja auch ein Laber-Podcast sozusagen und ich sehe an den Download-Zahlen, dass der, und das meine ich positiv, erschreckend gut läuft. Ja, dann machen wir ja irgendwas richtig. Nein, aber vom Grundsatz her, das ist, und nein, ich hatte einfach nur so gedacht, ich fand es eigentlich ganz nett. Vor allen Dingen, es kam auch zu einer Zeit, wo ich gerade auf der Arbeit, das war auch vorrangig auf der Arbeit, wo ich das gehört habe, sehr viel repetitive Arbeit machen musste. Ich musste die ganze Zeit irgendwelche Daten abgleichen und sonst irgendwie was und das war extremst monoton. Und da war das sehr angenehm, wenn es solche Podcasts gab und auch vor allen Dingen Podcasts gab, die nicht gerade irgendwie so nach einer halben Stunde endeten. Ja, das haben wir nicht. Aber es gab auch noch, also ich traue übrigens aus der Zeit noch einem anderen Podcast hinterher, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der ging nur um Indie-Games. Also, der war irgendwann weg, aber das war total angenehm, das zu hören, so nebenher, weil du konntest da auch so auszugsweise, wenn du dich konzentrieren musstest, dann war das mehr so wie das Grundrauschen wie beim Radio. Aber wenn da irgendwie was war, wo du hinhören wolltest, konntest du dann auch eben mal vorübergehend hinhören. Und das ist so, das hat mir damals gefallen. Und ja, der Rest, der hat sich dann so entwickelt, mit einem, ja, das fing ja an mit einem Treffen auf Gamescom. Genau, sprecht den da mal an und frag ihn mal, hallo, ich bin Robin vom Retro-Kompott. Ja, ich kenne euch, ich höre euch und ich denke, ich habe Oliver ja vorher nicht getroffen. Ich habe ja kurz vor Oktober 2016 mit ihm das Interview geführt für unsere Interview-Rubrik. Und da hattest du, glaube ich, dann das erste Mal auch erzählt, dass du uns hörst, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nein, das war tatsächlich auf der Veranstaltung und ich meine, das Interview war kurz danach. Genau, genau, genau. Da habe ich das Interview mit dir abgemacht, genau. Ja, genau. Also es war auf jeden Fall so, ihr wuselte da so durch, ich wusste nicht, wer ihr wart. Wobei, also so von wegen, verfehlen kann man Patrick mit der Mütze nicht. Und angesprochen, was ihr macht und so, so von wegen, ja, kenne ich wohl. Das war toll, warte, du warst mein erster, der erste Mensch, mit dem ich mit dem Mikrofon ein Interview füllen wollte. Und so nach dem Motto, ich wollte hier eigentlich erklären, was wir machen im Podcast. Und du so, ja, ich höre euch, ich denke, ja, okay, ich muss mir kurz die Position, muss ich mich komplett umändern, um aus der Position des, du kennst mich ja, zu sprechen. Das war sehr unterhaltsam. Ja, aber das hatten wir dann nachher auch regelmäßig. Wir wussten ja auch nicht, wie viele Leute das hören. Und das hat sich sehr schnell entwickelt. Ich kann mich noch erinnern, dass uns ja, kommen wir nachher nochmal sicherlich zu, bei den Interviews, er Lowe eine, ja, eine Auflage gesetzt hat, weil er mit uns spricht. Er musste eine vierstellige Hörerzahl haben, sonst redet er nicht mit uns. Und die hatten wir innerhalb der ersten Monate erreicht. Das war schon ziemlich erstaunlich. Und man rafft halt nicht, wie viele Einhörer. Und ich habe selber komische Sachen erlebt. Da erzähle ich immer wieder auch zwei Anekdoten gerne. Ich wurde mal auf einem Event, was nichts mit Retro-Spielen zu tun hatte, von einem Jugendlichen angesprochen. Der guckte mich an und sagte den Satz, kann das sein, dass ich sie verpixelt kenne? Das fand ich sehr strange. Das bezieht sich auf unsere Pixel-Gesichter, die wir ja im Podcast auch regelmäßig verwendet haben. Und ich hatte mal ein ganz komisches Erlebnis im Bus. Das ist aber auch schon Jahre her. Da saß eine junge Frau neben mir. Ich habe telefoniert, legte mein Handy beiseite und die Dame sagte zu mir, kann es sein, dass ich gestern mit ihrer Stimme eingeschlafen bin? Dieser Satz hat mich irritiert, weil ich ihn erstmal nicht verstanden hatte, aber sie erklärte mir dann, sie höre Podcasts. Erst den Cash-Kompott, beziehungsweise damals den Podcast und dann den Retro-Kompott und kannte daher die Stimme. Und dann gab es die dritte skurrille Geschichte, die war auch schon in der Anfangszeit, dass ich beim Event, bei einer Veranstaltung, wo ich fotografiert habe, da waren höchste Sicherheitskontrollen. Da wurde ich von einer Dame gefühlt eine halbe Stunde lang durchgefilzt und untersucht, dass ich keine Messer unter meiner Mütze verstecke. Und dann war sie irgendwann fertig und sagte dann ganz leise, mein Mann und ich hören Sie fast jeden Abend. Schönen Tag. Und das waren so die Sachen, wo ich dann denke, ach du Scheiße. Oder nicht, ach du Scheiße, aber oh Gott, ja, wir reden nicht mit der Wand. Das ist ja öffentlich. Das hören ja wirklich Menschen. Und da dürfen natürlich auch keine peinlichen Sachen passieren, wo wir bei, nein, nicht wo wir bei peinlich sind. Pap, erinnerst du dich an Folge 18? Da ist jemand dazu gekommen. Ja, hi. Ja, ich erinnere mich an Folge 18. Obwohl ich jetzt nicht mehr ganz sicher bin, ob es wirklich Folge 18 war. Ja, sondern vielleicht eher Folge 17. Nee, das war Folge 18. Also ich bin mir fast sicher. Das muss ein Thema, das muss ohne Hattie gewesen sein. Also es ist definitiv Folge 18 oder später gewesen. Es war die CPC-Folge als Thema. Ich glaube, das war die 18. Ah, okay. Wir komportieren die Nummer jetzt seit sieben Jahren. Das muss die Folge sein. Aber ich habe neulich eine Erinnerung von Facebook gekriegt. Die erste Folge, in der ich dabei war, war Folge 17. Da habe ich nämlich selber noch einen Post abgesetzt. Und vorher hast du einen Spieler geschickt, glaube ich sogar. Ja, ja. Genau, ja. Was ist die erste Folge, an die du dich erinnerst, Stefan? Tatsächlich auch die Amiga-Folge. Hi Fab erstmal. Ja, hi. Weil tatsächlich, ich bin auf fast jeder Social-Media-Plattform angemeldet, aber ich nutze nichts. Und tatsächlich war das einfach, ich habe einfach mal Twitter angemacht, die App. Und habe eigentlich ihm das erste Mal angemeldet. Das war Amiga. Und tatsächlich irgendwie zwei Tage vorher oder so hattet ihr dann halt diesen Podcast veröffentlicht. Und schon habe ich es gehört. Also wenn es so will, war ich ziemlich früh dran mit sehr viel Zufall. Finde ich erstaunlich, weil wie gesagt, wir haben damals noch gar nicht viel Werbung gemacht. Gut, wir haben durch den Geocaching-Podcast einige Leute am Anfang mit dabei gehabt, weil da war doch eine Schnittmenge. Und auch durch Hatti kamen einige Leute dazu. Aber uns war gar nicht klar. Wie gesagt, ich sagte eben, die Zuhörerzahl ist extrem schnell gewachsen tatsächlich. Genau, also die ersten fünf oder sechs Ausgaben war tatsächlich so, dass man das Gefühl hatte, dass, also du rufst ja im Prinzip nur in den Wald hinein. Du kriegst ja kaum Feedback oder gar nicht Feedback. Und irgendwann meinte Patrick dann, ja, ich habe hier mit den Zugriffszahlen, habe ich mal geguckt, das ist hundertmal angehört worden. Ja, ganz am Anfang, als wir gerade einen Tag online waren. Genau, hundertmal. Und dann denke ich, wie geht denn das? Wie verbreitet sich denn so eine Information, dass es sowas gibt? Ja, und dann haben wir irgendwann gesehen, dass ja auch die Zugriffe auf den Feeds sehr hoch sind. Nachher kommen wir noch zu Statistiken, die sind teilweise echt der Knaller. Also da passiert einiges. Da müssen wir mal gucken. Ich würde mal sagen, wir gehen hier so ein bisschen im Programm weiter. Ihr könnt alle gerne so lange dabei bleiben, wie ihr wollt und es zwischendurch auch gerne einmischen. Ich sehe auch gerade, da sind die weit nächsten Gäste da. Da kommen wir gleich zu. Das passt eigentlich ganz gut vom Zeitpunkt. Wir haben jetzt nochmal einen Gruß von Matt Householder, den wir gerne einspielen. Das ist einer, der zum Beispiel für die Diablo-Serie mit verantwortlich ist. Ja, wir sind gerade bei der Anfangszeit und wollen trotzdem schon mal darauf hinweisen, was heute das Thema wird. Denn ich sehe gerade, dass zufällig, als wenn es abgesprochen wäre, das ist wirklich nicht, dass Jenny und Matthias sich bei uns gerade eingeloggt haben. Seid ihr, hört ihr uns, wo auch immer ihr gerade seid. Denn ich habe gehört, ihr seid nicht in Deutschland. Schönen guten Abend. Wo erwischen wir euch? Also wir sitzen an einem kleinen Kanälchen und zwar in Nordholland, in Abkaude. Wir sind in der Nähe von Amsterdam. Nicht schlecht. Und es gibt gutes Internet. Das sind die Niederlande, da gibt es immer gutes Internet. Genau. Und wer sich jetzt fragt, warum ihr dazu gekommen seid, wir können ja mal heute auf das Thema nochmal hinweisen. Wir strahlen heute den zweiten Teil von den Tetris-Varianten aus. Und da habt ihr ja irgendwie was mit zu tun gehabt, oder? Ja, wir haben uns zahlreiche Tetris-Varianten angeguckt. Das waren über 20, meine ich, zu erinnern. Und da waren einige interessante Dinge dabei an Spielvarianten, die ich auch vorher nicht kannte und auch schätzen gelernt habe zwischenzeitlich. Absolut. Da kommen wir dann nachher zu wann auch immer. Denn wie gesagt, heute ist ja hier alles ein bisschen anders. Wir wussten wirklich nicht, wer hier wann dazukommt. Und dass es jetzt schon am Anfang hier voller ist als sonst, ist natürlich für so eine Jubiläumssendung sehr, sehr schön. Wir gehen einmal kurz noch mal das Programm weiter durch, Robin. Das heutige Interview ist mit dem Richard Hoffmann. Magst du einmal kurz dazu sagen, warum wir mit dem Richard ein Interview geführt haben? Ja, der Richard. Richard ist die Firma Area One. Das ist die Firma, die die Intro-Werbung gemacht hat. Und warum reden wir mit Richard? Weil Richard in einigen Bereichen Sachen erlebt hat, die kann man sich nicht vorstellen mit seinem, ich sag jetzt mal in jungen Jahren, ist der schon so um die Welt gekommen, hat so viele Projekte im Bereich Virtual Reality realisiert, mitgewirkt, einfach mit dabei gewesen, dass der, obwohl das vielleicht kein echtes Thema ist für Retro, weil Retro natürlich, Retro und Virtual Reality klingt auf dem ersten, auf dem ersten Ohr so, naja, passt nicht zusammen. Aber ganz ehrlich, von Virtual Reality träumt der Computer, die Computerspielindustrie seit dem ersten Computerspiel eigentlich, dass man in einer virtuellen Realität ab, sozusagen, abtauchen kann, sich verbinden kann, dass etwas anders aus der Realität in eine Realität, aus der richtigen Realität in eine virtuelle Realität zieht. Und Richard ist da, Visionär ist jetzt vielleicht, ja, ich weiß es nicht, kann nicht schlecht urteilen, aber der hat halt einfach Sachen gemacht, da, das ist eine lange Liste. Und er hat ein gutes Erinnerungsvermögen und kann sich auch anhand seiner Projekte sehr gut an Sachen erinnern, die, ja, aus Retro-Zeiten sind, dass wir auch sehr gut zum Podcast passen. Ja, ich würde mal sagen, wir wollen hier nicht zu lange das Vorgeplänkel machen, wir werden heute noch viele lange Zwischensequenzen hier haben. Wir kommen einfach mal langsam zum Thema der heutigen Ausgabe. Vorher gibt es aber den ersten Retro-Quickie von Jürgen, er spricht über Dragonslayer. Dann haben wir noch Grüße bekommen von Dr. Wuro, von Christian, auch für uns ein sehr wichtiger Entwickler, weil in der Location wäre, ja, der Ablauf einer Veranstaltung anders ohne Frocks und Straight Up, das muss man ganz klar mal sagen. Und dann gibt es die Werbung vom Dragonbox-Shop auch mit einer besonderen 200er-Fassung und dann geht's um Tetris. Retro-Quickies Zeitsprung 1983, vor 40 Jahren, gab's den ersten richtigen spielbaren Zeichentrickfilm zu bestaunen. Dragonslayer schlug in den Spielhallen auf und setzte neue grafische Maßstäbe. Möglich machte das die damals recht neue Laser-Disc. Das Format konnte sich zwar nie so richtig im Massenmarkt durchsetzen, aber Ton- und Bildqualität dieser LP-großen Datenträger, die suchte ihresgleichen. Genau das richtige Medium also, um die Kinnladen der Spielhallenbesucher nach unten klappen zu lassen. Die Story ist wie üblich mehr Feigenblatt als wichtig. Ihr spielt Ritter Dirk, der die Prinzessin Daphne aus den Fängen des Drachen Sinch entreißen möchte. Dazu dringt ihr in die Burg des Lindwurms ein und umgebt allerlei Fallen. Jetzt sind Spielhallenspiele ja dafür bekannt, den ungeübten Spielern das Geld möglichst schnell aus der Tasche ziehen zu wollen, aber Dragonslayer trieb das Ganze dann auf die Spitze. Mit Reflexen oder Intelligenz allein war dem Spiel nämlich nicht beizukommen. In jedem neuen Raum, den Dirk betrat, musste unser tapferer Recke Bewegungen ausführen. Seien es Kämpfe, Ausweichmanöver oder Sprünge. Das Problem, der Spieler konnte ja gar nicht wissen, was von ihm erwartet wurde. Es war ein reines Trial-and-Error-Prinzip, bei dem dem Spieler Leben und Münzen zwischen den Fingern zerrannen. Und die Münzen, die waren teuer. Je nachdem, wie man glauben darf, war der Automat entweder der erste oder einer der ersten Automaten, der 50 Cent verlangte, um sich in sein Unglück zu stürzen. Wer sich auf diese Ausgaben aber einließ, der bekam einen wirklich spielbaren Zeichentrickfilm. Für die Grafik federführend war Don Bluth, der sich zuvor bei Disney einen Namen gemacht hat, unter anderem bei Robin Hood und bei Bernhard und Bianca. Und der nach dieser Laserdisc-Ära mit Pfeivel, der Mauswanderer und Anastasia auf der relativen Erfolgsspur blieb. Für das Konzept und damit das, nennen wir es mal Gameplay, war Rick Dyer verantwortlich, der dann auch den Nachfolger Space Ace im folgenden Jahr betreute. Die Palette an Hindernissen im Spiel, die ist beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass alles in allem gerade mal gut 20 Minuten an Animationen drinstecken. Neben erwartbaren Gegnern wie dem Drachen und zum Beispiel Falltüren, gibt es auch riesige Murmeln in Halfpipes oder eine Art flackernder, tödlicher Disco-Boden und natürlich die Prinzessin Daphne, bei deren Anblick ich sofort glaube, dass die Animatoren sich von Playboy-Heften haben inspirieren lassen, weil sie kein Geld für eigene Models hatten. Die Technik stellte dem Automaten zu Beginn allerdings ein Bein. Die Laserdisc war nämlich primär so wie eine Schallplatte dafür gedacht, durchzulaufen. Also zum Beispiel einen Film von vorne bis hinten durchzuspielen. Dragonslayer mit seinen Abzweigungen bzw. Spielereingaben verlangte vom Laser Hochleistungshüpfen über den Datenträger. Das führte dann schnell dazu, dass der Motor schlapp machte. Original-Hardware ist heutzutage daher selten zu finden und entsprechend teuer. Aber heutige Spieler können natürlich auf eine riesige Palette an Umsetzungen und Neuauflagen zugreifen, so dass sich wohl keiner von euch den Automaten ins Wohnzimmer stellen muss. Hi, hier spricht CH von Dr. Wuru Industries und ich grüße alle Hörer von Retro-Komport. Wie kann man uns erreichen? Wir senden jeden zweiten Sonntag ab 22 Uhr live das Rahmenprogramm des Retro-Komport. Zusätzlich gibt es jeden Freitag ab 21 Uhr den Stammtisch. Ein offenes Format, wo ich jeder gerne mitmachen kann, um sich mit den Podcastern und anderen Hörern über beliebige Retro-Themen auszutauschen. Für Unterstützer gibt es die Stammtische auch komplett als Podcast. Für alle anderen gibt es wöchentliche, einstündige Previews. Wir freuen uns im Retro-Komport besonders über eure Retro-Talks mit Erlebnissen, Themenvorschlägen oder retrobezogenen Inhalten. Und wer Lust hat, intensiver über ein Thema zu berichten, ist als Themenexperte jederzeit herzlich willkommen. Erreichen kann man uns unter mail.retro-kompott.de und natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Weitere Infos dazu auf der Homepage www.retro-kompott.de Wir danken unserem Werbepartner der heutigen Ausgabe. 200 Jahre Retro-Kompott-Podcast. Diese Zeitspanne muss man sich erstmal vorstellen, so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Natürlich wollen wir zu diesem ganz besonderen Jubiläum vom Dragonbox Shop, dem Retro-Kompott-Podcast, auch ganz besonders gratulieren und unsere Glückwünsche aussprechen. 200 Jahre. Welche schier unglaubliche Zeit. Zwei Weltkriege hat der Podcast mitgemacht und erlebt immer noch. Robin und Patrick haben sich echt gut gehalten, wenn man bedenkt, dass sie das schon seit 200 Jahren machen. Und nicht nur das. 200 Jahre. Das bedeutet, der Podcast hat gestartet, bevor Podcasts überhaupt bekannt waren. Wer kann sich das vorstellen? Wer hätte das gedacht, dass der Retro-Kompott-Podcast einer der ersten Podcasts war, wenn nicht überhaupt der allererste, der existiert hat. Vor 200 Jahren. Ich kann es bis heute noch nicht fassen, wie viele Millionen bis Milliarden Sendeminuten das... Äh, Moment, mal kurz. Aha. Ah. Oh, okay. Ja. Ich erfahre gerade, dass es sich hier um ein Missverständnis gehandelt hat. Es waren keine 200 Jahre offensichtlich, sondern 200 Folgen. Das heißt, den Rest meiner Rede, den muss ich jetzt leider streichen, denn, ähm, ja, er ging auf die lange Historie und was denn der Podcast so alles miterlebt hat, äh, ein und, ja, ich, ähm, kann dann natürlich da wenig zu sagen, weil das stimmt dann wohl alles so nicht ganz. Ja, da hätte ich vielleicht ein bisschen besser recherchieren müssen. Aber egal, wie lange es den Podcast gibt, 200 Folgen sind 200 Folgen, da gratulieren wir natürlich trotzdem und ihr dürft natürlich auch trotzdem weiterhin bei uns im Dragonbox-Shop einkaufen. Wir werden den Podcast natürlich auch weiterhin unterstützen. Bis dahin eine schöne Zeit. Adieu. Retro-Facts Das heutige Thema Und weiter geht's mit Tetris-Varianten. Wir hatten nicht gedacht, dass das doch so viele werden und man so lange darüber reden kann, aber Tetris ist und war ja immer schon ein Thema, was wirklich jeden betrifft und deswegen freue ich mich, dass wir heute weitere Tetris-Varianten präsentieren werden. Das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe wieder Matthias und Jenny mit dabei und wir gucken mal, was wir heute so alles aus der Kiste zaubern. Ja, mir sind bei der Recherche auch sehr merkwürdige Tetrisse aufgefallen. Teilweise auch Homebrew-Sachen oder online spielbare Versionen und ich denke, man kann ja auch in so einer Sendung mal von merkwürdigen Tetris-Varianten sprechen und ich habe eine Version gefunden, da müsst ihr selbst mal googlen, wenn ihr die spielen wollt, die heißt Hatress, also von Hass, Hate. Und das Spiel wird als schlechtes Tetris, als hasserfülltes Tetris beschrieben, so im Sinne einer bösen KI, wie aus dem Film I have no mouth and I must cry. Und ja, der Programmierer selbst sagt, das sei kein originelles Spiel. Er wollte nur etwas entwickeln, bei dem man immer den schlechtesten Stein bekommt, den man bekommen kann. Und er hat lange überlegt, wie er die KI so anpasst, dass der Stein immer schlecht ist. Denn der Algorithmus muss ja immer gucken, was kann man nicht platzieren und wie wird der Turm halt höher. Und das ist halt sehr absurd. Und er hatte dann gesagt, man hätte ja nur immer diese S-Steine schmeißen können, aber das geht natürlich auch nicht, weil irgendwann hat man da ja auch sozusagen lange Reihen und kann dann wieder Reihen auflösen. Er wollte das Spiel so schreiben, dass man so gut wie unmöglich Reihen auflösen kann. Und er sagt, es tauchen trotzdem alle sieben verschiedenen Figuren auf. Und er hat bisher es einmal geschafft, fünf Zeilen abzubauen. Also wer sich komplett frustrieren will oder Tetris sowieso nicht mag oder warum auch immer, der kann Hateris spielen und wird dann wahrscheinlich einen Wutanfall nach dem anderen kriegen. Denn wie gesagt, die KI wird immer den Stein aussuchen, der an der Stelle am ungünstigsten ist. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und nach einer Herausforderung. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es noch eine Variante gibt, wo es genau andersrum ist, wo immer der perfekt passende... Die habe ich auch gleich noch. Die kommt als nächstes dann. Ah, okay. Und ich habe aber gelesen, dass man es halt fast nicht schafft, mehrere Reihen gleichzeitig abzubauen, weil man ja immer schon den perfekten Stein kriegt und eigentlich Reihe für Reihe verschwindet. Und man schafft es halt nicht, eine hohe Punktzahl zu bekommen. Das ist dann vielleicht für den einen oder anderen auch frustriert. Also Hateris klingt jetzt nach einem Spiel, das ich nicht ausprobieren muss. Mit Recht. Sollte man auch nicht tun, aber ich kannte es halt nicht, dass es sowas auch schon gibt und wollte auch mal so die absurden Ideen einiger Entwickler hier mit präsentieren. Man muss ja auch alles machen, was irgendwie geht, ist doch klar. Gerade wenn es um Tetris geht. Ich finde es ja lustig, dass es immer noch irgendwie so Varianten gibt, die das noch mal irgendwie anders darstellen. Das finde ich toll. Es gibt schon so viele Tetris-Versionen, die sich vielleicht nur optisch hauptsächlich unterscheiden und dann vielleicht, wo der Stein in einem Level irgendwie ein bisschen schneller fällt als in dem gleichen Level bei einem anderen Spiel. Das ist ja auch irgendwann langweilig. Aber so neue Spielmodi finde ich immer super interessant. Da kommen wir dann auch noch mal zu einem Spiel, das mir da besonders gut gefallen hat, das besonders viele verschiedene Spielmodi bietet. Aber zum Abgewöhnen ist es vielleicht auch ganz gut. Wenn ich jetzt so viele Tetris-Varianten gespielt habe und dann sage, jetzt ist erst mal Tetris Abstinenz für den Rest des Jahres, dann werde ich mir noch mal eine schöne Runde Hatress gönnen. Die dauern ja auch nie lange. Ja, in meiner, beziehungsweise Jennys und meiner Tetris-Liste sind wir jetzt schon bei Tetris Worlds angekommen aus dem Jahr 2001, das für mehrere Konsolen erschienen ist. ursprünglich mal für ein Game Boy Advance, dann später für ein Gamecube, auch für Playstation 2, die Uhr Xbox und für ein PC erschienen. Tetris Worlds hat das Rad von Tetris jetzt auch nicht unbedingt neu erfunden. Nichtsdestotrotz spielt es sich ganz ordentlich. Jenny, wie fandst du das? Also ich finde, man konnte das ganz gut spielen. Die Tetris-Steine, die haben so eine Felsenoptik und wenn man den Hardtrop benutzt hat, dann gab es eine Erschütterung. Die sprangen dann noch mal so ein Stück hoch. Das ist natürlich ganz witzig. Das haben die anderen Varianten so nicht. Aber sonst war da nicht viel Neues in dieser Variante. Was ich lustig finde, das ist wohl das erste Spiel, was sich an die sogenannte Tetris-Guideline hält, die 2001 von der Tetris-Kompanie, die ja inzwischen die Rechte an diesen ganzen Tetris-Sachen hat, fordert. Da gibt es tatsächlich Guidelines, was ein Tetris-Spiel beinhalten muss, damit es als Tetris-Spiel rausgebracht werden kann. Und da gibt es auch bei Wikipedia einen extra Artikel drüber, tatsächlich auch im Tetris-Wiki. Da wird ja genau beschrieben, wie das Spielfeld aussehen muss, wie viel Zellen breit und hoch und wie das Logo aussehen muss und wie die Rotation funktionieren muss, welche Figuren wo starten und alles Mögliche und wie die Steine aussehen müssen und welche Farbe sie haben. Das ist alles inzwischen in einem Regelbuch vorgelegt. Also das wusste ich auch nicht, dass man sich da inzwischen, wenn man ein offizielles Tetris rausbringt, an ein Regelbuch halten muss. Wahrscheinlich gibt es mittlerweile so eine DIN-ISO-Norm dafür, DIN-ISO-Tetris. Die heißt tatsächlich Tetris-Guideline. Das ist eine Art ISO-Norm, ja. Das passt perfekt. Ich habe dem Spiel aber jetzt tatsächlich doch in meiner Anmoderation ein bisschen Unrecht getan, denn es gibt doch ein paar Spielmodi, die mir gerade entfallen waren, die doch anders oder neu sind. als die Versionen, die vorher so rausgekommen sind, die wir besprochen hatten. Zum Beispiel den Cascade-Modus, den Kaskaden-Modus, wo Steine sich teilweise auch gravitationsrecht verhalten, also gravitationsgerecht. Das heißt, wenn sie frei in der Luft hängen und man eine Reihe abbaut, können die durchaus bis ganz nach unten runterfallen, was du beim normalen TIGRIS ja nicht hast. Da bleiben die in der Luft kleben, da wo sie sind. Und das haben wir auch ausprobiert und sind uns dem erst gar nicht so bewusst geworden, dass das tatsächlich passiert. Bloß man hat das Gefühl, man ist immer schneller mit den Reihen fertig. Aber man nimmt es ja gar nicht so bewusst wahr, dass die Teile teilweise dann Lücken auffüllen. Wenn man einfach so im Spiel ist, dass es einfach nur so als Erleichterung irgendwie wahrgenommen wird, aber man merkt es nicht so richtig, dass die Steine runterfallen. Mir ist es zumindest nicht aufgefallen. Viel interessanter fand ich die Variante mit der Hotline, mit der heißen Linie. Da sind bestimmte Reihen auf dem Spielfeld im Grün blinkend parkiert und genau diese muss man abbauen, um weiterzukommen. Das heißt, nicht von unten nach oben immer abbauen und gucken, dass man nicht an den oberen Rand kommt, sondern es kann auch sein, dass vielleicht eine Linie, die man abbauen muss, ganz oben auch ist und muss man dann bewusst sich hocharbeiten, um genau diese Linie zu füllen. Das fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Das war eine Herausforderung. Ein neuer Kniff und es gibt auch noch eine Version mit mit klebrigen Tetromino-Steinen, die sozusagen aneinander geklebt werden. Die müssen die gleiche Farbe haben. Wenn man 25 Steine davon zusammengeklebt hat, ist so ein bisschen wie bei Puyo Puyo, da kommen wir später nochmal dazu, dann verschwinden die. Und die Diffusion-Variante arbeitet mit so einer Art kleinen Bombenblöcken und die können explodieren und alles drumherum auch mit kaputt machen. Also es gibt schon ein bisschen was Neues in der Version. Ich glaube, ich habe mich einfach davon täuschen lassen, dass die Version in der allgemeinen Kritik damals nicht so wahnsinnig gut ankam. Also es ist wohl nicht die liebteste Version der Spieler und der Presse, warum auch immer. Das ist ein bisschen bei mir hängen geblieben, obwohl es einige neue Spielmodi gab. Das nächste Spiel heißt Luminous. Ist jetzt nicht so direkt Tetris, sondern man hat immer Quadrate, die aus vier kleineren Quadraten bestehen. Diese kleineren Quadrate sind orange und silber, unterschiedlich angeordnet. Also manchmal auch nur silber oder nur orange oder kariert oder wie auch immer. Und man kann die Farben, also man kann die Quadrate natürlich nicht drehen, sondern man kann aber die Farben sozusagen drehen. Und man muss die auch unten so zusammensetzen, dass die Farben sich wieder treffen, damit die sich abbauen. Und da ist immer eine Musik dazu und das baut sich nur im Takt ab. Also das löst sich nicht sofort auf, wie man das von Tetris kennt, sondern erst, wenn der Takt wieder durch ist. Das ist auch ganz interessant. Ja, ursprünglich ist es mal für die PSP, für die Playstation Portable rausgekommen. Ich hatte es tatsächlich auch für die PSP mir damals zugelegt und fand es wirklich gut. Damals war ich noch nicht so auf Tetris, aber Luminis hat mir gut gefallen. Dieses im Takt abbauen, das spielt sich ja komplett anders als Tetris. Und dieses im Takt abbauen hat ja den Vorteil, dass man die Möglichkeit hat, viele gleiche Farben im Voraus noch zusammenzukleben. Und erst wenn der Taktstrich von links nach rechts so eine Linie drüberfährt, über die Kletze, dann werden die auch erst abgebaut. Also man kann so ein bisschen im Voraus bauen, wobei Tetris ja die Sachen sofort verschwinden, wenn man genug Reihen vollständig hat oder eine Reihe vollständig hat. Und wer auf elektronische Musik ein bisschen steht oder auf Computerspielmusik generell, der ist da, glaube ich, an der richtigen Adresse, weil die Musik ist wirklich recht hochwertig und gut gemacht und ansprechend, wenn man generell auf diesen Stil ein bisschen abfährt. Und es ist auch für sehr viele Konsolen letztendlich auch erschienen und auch für den PC, zuletzt sogar auch nochmal für die Nintendo Switch in der Remastered-Version. Kann man wirklich empfehlen. Macht Spaß. Mit jedem Level, dem man aufsteigt, ändert sich die Musik, ändern sich die Farben, auch die Geschwindigkeit des Takts. Also die ändert sich und insofern ist da immer ein bisschen Veränderung drin. Also man wird motiviert, weiterzumachen und weitere Songs und Level freizuschalten, die man später dann auch einzeln anwählen kann. Ich finde das irre. Es gibt elf verschiedene Versionen inzwischen, also elf Fortsetzungen sozusagen von diesem Spiel oder verschiedene Fassungen. Und was du eben auch gesagt hast, das ist für so viele Systeme umgesetzt worden von Android über iOS, Mobile Phones, Playstation 2, 3, 1, 2, 3 und 4, Portable hast du genannt, auf der Vita war es drauf und halt letztendlich bis zur Switch. Also das ist ja eine Portierungsorgie fast schon. Meine Güte. Ich glaube, es gibt nichts, wo es das Luminous nicht drauf gibt. Witzigerweise habe ich es bis heute nicht gespielt. Ich glaube, ich habe es einmal kurz gesehen und mochte es aus irgendeinem Grund nicht und habe es dann mehr oder weniger verdrängt. Aber das hat sich ja von 2004 bis 2018 extrem entwickelt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, spricht ja irgendwie für das Spiel. Es muss ja irgendwas haben, was eine Menge Leute gut finden. Sonst würde man es ja nicht ständig auf die neuesten Systeme immer wieder portieren, denke ich mal. Mit Sicherheit muss ich also auch noch mal dem Spiel wohl eine Chance geben irgendwann. Ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir hatten Hatress, dann nehmen wir auch das Gegenteil einmal kurz dazu. Falls man dann nach ein paar Runden Hatress sich was Gutes tun möchte, nennt man Love-Triss. Das findet man im Netz, das kann man online spielen auf Unreal, will die GitHub.io. Ich packe den genauen Link in die Shownotes. Und das ist die Abwandlung des ursprünglichen Hatress. Und hier ist die KI und hat die KI natürlich nur vor zu helfen und will immer helfen, die Höhe des Turms zu verringern und man kann natürlich auch versuchen, Tetris normal zu spielen, aber da wird gesagt, das sei sehr schwierig, Tetris dort normal zu spielen. Du hast es vorhin hier schon angedeutet, weil natürlich die KI immer die Steine schickt, die perfekt passen und dann ist man natürlich immer versucht, diese auch an die Stelle reinzuschmeißen, wo sie perfekt reinpassen. Und dadurch wird das Tetris auch schon wieder absurd, weil man baut dann natürlich gar nicht auf Tetra eher, also auf diese vier oder fünf Reihen auf, die man auflösen kann, sondern kann jede Reihe auflösen, weil ja immer der perfekte Stein kommt. Also wie gesagt, kann man sozusagen einmal die schwarze und einmal die weiße Seite spielen und Love Triss ist auch eine sehr absurde Variante von Tetris für alle, die nicht verlieren möchten. Okay, nachdem ich also mehr Tetris mit Hatress abgewöhnt habe, kann ich zum Einsteigen wieder Love Triss spielen. Genau, sehr absurd. Mittlerweile sind wir im Jahre 2006 angekommen in meiner Liste Nintendo DS. Nintendo DS, Tetris DS ist der Name und das ist ein cooles Teil, finde ich, weil es einfach das Nintendo-Universum das Pilzkönigreich voll abfeuert, in dem ganz viel Mario, Yoshi, Donkey Kong und so weiter Zelda-Figuren drinstecken in den einzelnen Spielvarianten und auch die 8-Bit-Musik immer wieder oder ein bisschen aufgepeppte 8-Bit-Musik schon überall immer auftaucht. Also es ist einfach für jemanden, der aufs Nintendo-Universum steht, aufs Pilzkönigreich, es ist für mich einfach die Tetris-Variante der Wahl. Muss man sich halt nochmal ein schönes sein DS aus der Schublade holen, was da vielleicht schon ein paar Jahre rumliegt, aber muss man gesehen haben. Als Nintendo-Fan, als Mario-Fan muss man das gespielt haben. ist mit Liebe gemacht, ist total, also feiert irgendwie Mario einfach ab und das mit tollen Spielvarianten auch. Jenny, du fandest das glaube ich auch ganz gut, oder? Ja, absolut. Also ich bin auch großer Mario-Fan. Da war zum Beispiel eine Variante, da spielt man gegen die KI, das fand ich ganz cool, die KI baut quasi von unten in die Mitte und man selber von oben in die Mitte und wenn man eine Reihe abgebaut hat, dann rutscht das Ganze eben zum Gegner rüber und man musste eben aufpassen, dass man nicht oben, also an seine eigene, ja, oben gegenstößt, also man selber oben oder der Computer eben unten. Das hat echt Spaß gemacht, das war ganz interessant. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Football-Feld, wo man, wo die Mannschaften sozusagen in die eine Richtung und die andere Richtung Land gewinnen wollen und hier ist es halt so, indem man Reihen in der Mitte gemeinsam, also eigentlich von oben nach unten abbaut, aber auf dem gleichen Spielfeld in den gleichen Reihen arbeitet und Steine hin und verschiebt im Prinzip oder rein hin und verschiebt. Man kann das tatsächlich auch gegeneinander spielen, nicht nur gegen den Computer, wir haben es jetzt irgendwie nicht hingekriegt, weil das Nintendo DS nur den WEP-Wi-Fi-Standard unterstützt und der von meiner Fritzbox nicht mehr unterstützt wird und so haben wir keine Wi-Fi-Verbindung zwischen zwei Geräten hinbekommen. Aber das würde ich gerne mal, wirklich gerne mal gegeneinander spielen. Und auch dieses Spiel hält sich natürlich an die vorhin schon erwähnten Tetris-Guidelines, die ja seitdem Pflicht waren für offizielle Spiele. Das wird ja mal extra erwähnt in den Artikeln, das finde ich sehr lustig. Okay, dann haben wir eine Variante von 2010, nennt sich Tetris Party Deluxe, ist für den DS und für die Wii rausgekommen. Konnte man auch zu viert spielen, sind auch klar die Varianten drin, die man so kennt, das, was man gewohnt ist und auch ein bisschen was Besonderes. Ach ja, das war das mit den Männchen. Genau, man hat so ein kleines weißes Männchen, also anders als bei Tetris Plus und man musste quasi für den Treppen bauen, sodass es an ganz bestimmte Punkte herankommt. Das war auch ganz spaßig und es ist schön bunt gestaltet, ist halt Party. Ja, und da gab es auch verschiedene Varianten, wo man um einen Turm herum bauen musste und all sowas. Das war echt cool. Ich muss auch sagen, das ist eine von den Varianten, die ich mit am besten Fan von allen nicht gesehen habe, weil es so wahnsinnig viele verschiedene Spielmodi bietet. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Du kannst gerne ein paar erwähnen, ich habe sie auch im Überblick gesehen, da sind ganz besondere Sachen bei. Du kannst gerne mal ein paar erwähnen. Also es ist ja viel kleiner, dieses Klettermännchen, das hatten wir ja schon, das auf dem Weg nach oben sozusagen noch Fähnchen einsammeln muss. Dann gibt es eine Variante, wo man eine Figur vorgegeben bekommt als Schatten, die muss man dann mit Klötzchen füllen. Man darf aber auch nicht drüber wegbauen zu weit, wenn man zu viel Abweichung hat mit seinen Klötzchen, die man auf den Schatten baut, dann ist es auch das Spiel vorbei. Dann gibt es einen Kurs, wo man sozusagen nach unten fällt und einen einzigen Stein durch so einen Hindernisparcours beim Fall hindurchleiten muss und durch Engstellen, durch Drehen hindurch gleiten lassen muss. Wo es man auch gegeneinander spielen kann und wer zuerst ganz unten angekommen ist, 400 Linien lang ist der Kurs, meine ich, dann, der hat gewonnen. Dann die üblichen Sachen, hohe Geschwindigkeit, also hohe Fallgeschwindigkeit der Steine, dann Sprintmodus, wo man schnell bestimmte Anzahlen an Linien abbauen muss und es gab noch eine besondere Bombless-Variante, die, wo man auch, Bomben einbauen kann, um Linien abzubauen und achso, ja, genau, die Wii Balance-Board Modus, das gute alte Balance-Board von Wii Sports wird hier nochmal genutzt, um sozusagen, glaube ich, die Steine hin und her zu bewegen. Im Mangels eines Balance-Boards konnte ich das jetzt nicht direkt ausprobieren. Ich fand es dann aber wirklich so cool, dass ich mir gleich die Wii-Version zulegen wollte, damit meine Wii mal wieder was zu tun hat. Leider ist es nicht so ein richtiges Schnäppchen. Preise gehen sobald 20 Euro los und jetzt, nachdem wir es erwähnt haben, wird es wahrscheinlich noch teurer werden. Wie immer gilt, bevor es ausgestrahlt wird, sich eindecken, das sage ich immer wieder. Nein, 20 Euro war mir dann tatsächlich schon zu viel. Ich habe gedacht, ich kann das für ein Fünfer abstorben, aber Pustekuchen. Die Zeiten sind lange vorbei, dass man Spiele, die in irgendeiner Form Spaß machen, hinterhergeschmissen bekommt. Das merken wir auch immer wieder. Hier taucht auch wieder im Mehrspieler-Modus die Variante auf mit den heißen Linien, den Hotlines, die man abbauen muss. Und auch einen Koop-Modus gibt es tatsächlich, wo man ein geteiltes Feld hat, das man gemeinsam beackern soll. Schönes Spiel. Mag ich. Ja, ich habe ja wie gesagt online weitergesucht und wollte noch einige Online-Varianten erwähnen. Da gibt es Dutzende, wenn nicht Hunderte von. Aber einige fand ich halt sehr originell. Und es gibt eine auf einer Homepage von einem Florian Meindl. Wie gesagt, Link geht in die Shownotes. Und da heißt das Ganze Awesome Circle Tetris. Und wie der Name schon sagt, man spielt das Ganze in einem Kreis. Und es ist so ein bisschen wie bei Welttris, glaube ich, dass diese Steine sozusagen flach an so einem Brunnen hochkommen. Und man kann dann den Brunnen im Prinzip drehen. Und die Steine ebenfalls. Und das macht das Ganze tatsächlich im ersten Moment unübersichtlich, aber auch sehr spannend, weil man mehr oder weniger drei Dimensionen da denken muss, aber auch noch daran, wie man die Steine dann bewegt. Also lustig. Wie gesagt, spielt man online und ich habe es hier gerade eben nebenbei laufen und muss sagen, ich habe ein bisschen Orientierungsprobleme dabei, aber das ist eine sehr, sehr lustige Version, weil die Steine ja durch diesen Kreis sehr gebogen sind. und dadurch muss man tatsächlich immer wieder ein bisschen umdenken, wo die Steine reinpassen. Und im Prinzip ist sonst das Gleiche, wenn man einen Ring fertig hat, also sozusagen eine Reihe in Kreisform fertig hat, löst sie sich auf und der Rest fällt dann nach. Und verloren hat man, wenn der Brunnen wieder gefüllt ist. Also im Endeffekt eine erweiterte Fassung dieser alten Blockout oder Weltriss-Varianten. Und man kann es online spielen, hat sogar eine Highscore-Funktion, hat jemand wohl mal als Web-Projekt entwickelt, finde ich sehr, sehr schammernd. Also macht Spaß, das mal ein paar Minuten zu spielen. Ja, Tetris bietet sich ja auch irgendwie aufgrund seiner, seines relativ überschaubaren Spielmechanik ja einfach an und der geringen grafischen Anforderungen irgendwie sowas auch fürs Web umzusetzen. Es gibt ja etliche Varianten, die man direkt im Browser spielen kann, mal ganz davon abgesehen, dass man die Tetris-Version insgesamt überhaupt gar nicht mehr, das kann man ja gar nicht mehr erfassen, was für viele Tetris-Varianten es generell gibt. Und unzählbar. Ich habe Webseiten gefunden, wo alleine über 150 Home-Pro-Versionen für Web-Browser zu finden waren. Also unglaublich, was es ergibt. Aber natürlich, wie du schon sagtest, es bietet sich an und ich glaube, jeder macht seine ersten Programmierfingerübungen irgendwann mit Tetris. Ich selbst habe auch versucht, auf uns wärtlich ein Tetris-Spiel zu schreiben als Jugendlicher. Ich habe aber irgendwie einen Stein nicht gedreht bekommen, der Rest hat funktioniert. Ich bin nicht ganz fertig geworden damit. Aber ich glaube, jeder hat das mal versucht und sei es auch nur in Basic oder irgendeiner anderen einfachen Programmier-Sprache, Tetris geht irgendwie immer. Okay, wir gucken uns noch mal Tetris Access an. Aus 2011. Auf dem 3DS beziehungsweise 2DS erschienen. Es heißt, glaube ich, nur in den USA Access. In der deutschen Version heißt es einfach nur Tetris. Und ja, es ist ein solides Tetris, was sich gut auf dem Gerät mitspielen lässt. Es ist gut dafür optimiert. Es hat den besonderen Kniff, dass man auch diese Augmented Reality-Funktion des 3DS beziehungsweise 2DS benutzen kann, um sozusagen das Tetris-Spiel in eine Umgebung durch diese Kamera, die eingebaut ist, in die Realität sozusagen zu heben. Das ist, glaube ich, so das Alleinstellungsmerkmal dieser Version. Ansonsten spielt sich das einfach gut. Und wer ein 3DS hat, ist damit nicht schlecht beraten, wenn man Tetris mag. Hast du diesen AR-Modus ausprobiert? Tatsächlich nicht. Ich habe diese Karten nicht gefunden, die man dafür braucht. Das hätte mich jetzt mal interessiert, ob sowas heute noch lustig ist. Weil ich hatte das auch mal gesehen und habe das auch nie benutzt. Die Karten für andere Spiele liegen bei mir auch noch irgendwo rum. Hätte mich mal interessiert, ob das heute noch faszinierend ist oder nicht. Und auch hier wieder gibt es diverse Modi in dem Spiel, habe ich gesehen. Das heißt, diese ganzen Tetris-Versionen, die ihr jetzt hattet, die bestechen durch die ganzen verschiedenen Optionen, die man da hat. Für Party-Modi gibt es da ganz viele und auch noch die Standard-Modi. Also da kann man sehr viele verschiedene Sachen ausprobieren. Genau, das, was so mit dem Nintendo DS da so ein bisschen gestartet ist mit diesen Funktionen über Party-Deluxe und so weiter, das hat Nintendo dann auch in diese Version mit eingebaut. Diese Bombless-Version, diese Tower-Climbers-Variante, das mit den Bildern, mit den Schattenbildern, die man ausfüllen muss und so weiter und so fort. Das taucht hier auch alles wieder auf und das macht das auch zu einem Spiel, das auch über längere Zeit einfach fesseln und beschäftigen kann, weil man immer wieder, wenn man mit dem Marathon, normalen Marathon-Modus vielleicht irgendwie gerade keinen Bock mehr drauf hat, immer noch was anderes findet, was man ausprobieren kann. Und die bekloppten Mies tauchen natürlich alle Nasen lang auf, die damals so angesagt waren. Ich war ein bisschen erschrocken, als ich mein Mie wieder entdeckt habe. Gott, du stochst da rein in Sachen rum, die hatte ich verdrängt. Ich muss auch noch irgendwo einen haben. Vielleicht können wir doch mal kurz erklären, was das ist, was ich sage, von was reden die denn da? Ja, mit der Wii wurde, ich meine, mit der Wii wurde diese Mies eingeführt. Wii, Mie. Man konnte mit sehr geringen grafischen Mitteln und Vorgaben und Schablonen, Funktionen, ein Abbild von sich selbst bauen oder irgendwie einen Avatar schaffen, der einen vielleicht ähnlich sah, ein bisschen oder auch gar nicht und dann auf der Konsole speichern und auch auf andere Controller übertragen und auf das NDS übertragen, das 3DS. Und dann tauchen die in den Spielen immer mal wieder auf als Avatar. Und wenn man sich das heute so ein bisschen anguckt, ist es ein bisschen albern. Siehst du sozusagen ein jüngeres Ich von dir, oder? Genau, deswegen war ich so erschrocken. Ich habe hier noch eine Variante, nennt sich Tricky Towers, ist von 2016. fand ich richtig, richtig toll. Man hat so eine Plattform, die im Meer steht und man muss da drauf mit den Tetris-Steinen einen Turm bauen. Und das Besondere ist, dass man wirklich im Verbund bauen muss, weil die sonst runterfallen. Also man muss so bauen, wie auch wirklich mit Bauklötzen, weil der Turm sonst zusammenbricht. Also wenn man an der Seite jetzt die ganzen lang aufeinander stellen würde, würden die zur Seite wegkippen. Es gab aber auch besondere Steine, die musste man sich auch erarbeiten. Entweder waren die tatsächlich mit so Beton, dass die dann kleben oder da sind so Lilialen drum gewachsen, so auch um die umliegenden Steine, sodass das eben doch gehalten hat. Aber grundsätzlich musste man so bauen, eben, dass die Physik mitspielt. Ja, im Zwei-Spieler-Modus kann man sich dann auch noch böse Sachen gegenseitig rüberschicken, die dem anderen beim Bauen stören oder auch selber Goodies verschaffen. Man kann sich dann aussuchen, ob man was Gutes sich selber tun will oder ob man was Böses verteilen möchte. Da kann man sich zum Beispiel auch eine Plattform schaffen, die so noch so ein bisschen Halt gibt, wo man es dann so anbauen kann und dann noch Steine drauflegen kann. Solche Dinge sind möglich. Und ja, wer zuerst sozusagen die Ziellinie oben im Himmel erreicht hat, der darf dann noch sein kleines Schlösschen, sein Chalet oben draufsetzen als Sahnebonbon und hat angewunden. Also es macht Spaß und es ist jetzt nicht Tetris im klassischen Sinne, man erkennt es so ein bisschen an den Steinen, an den Formen, aber es ist wirklich auch ganz schnuffig gemacht, sieht niedlich aus und ist nochmal was anderes. Wenn man nicht gerade auf klassisches Tetris Bock hat, dann gerne mal Tricky Toros ausprobieren, ist auch für wahnsinnig viele Systeme erschienen für die neueren. Ja, ich bin ja bei meiner Online-Liste oder Online-Recherche weitergegangen und habe nochmal einen Titel, den ich hier erwähnen möchte, auch eigentlich was ganz Simples, was man von der Webseite spielen kann, das nennt sich Toros und das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Spiel, was ich eben erwähnt hatte, nur hier ist das Ganze ja, übersichtlicher, sag ich mal. Hier baut man die Türme wieder von unten nach oben auf, nicht in einer Röhre, man stapelt also und das Ganze wieder in Kreisform. Das Ganze ist in dieser Version sehr viel übersichtlicher und man hat auch wieder den Ghost-Stein, das heißt, man sieht immer schon vorher, wo der Stein landen wird, was das Ganze ein bisschen entspannter spielen lässt. Aber wenn man mal zwischendurch im Web eine Runde Tetris spielen will, ich mache das hier gerade jetzt parallel, während ich rede, das macht richtig Spaß, das Toros, das ist lustig und für zwischendurch finde ich solche Varianten einfach total genial und eigentlich schade, dass es das nicht in ausgearbeiteterer Form tatsächlich nochmal für andere Systeme oder so gibt, aber kann man halt schnell im Web spielen, das heißt, es läuft auf dem Handy, es läuft auf dem PC, alles, was ein Browser hat, kann dieses Spiel spielen und ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Varianten gibt, die man einfach ohne Installation auch spielen kann, also Fingerübung beim Programmieren Tetris immer wieder gern genommen und das Toros macht Spaß. Ja, nochmal zwei Spezialvarianten von Tetris, das ist eigentlich ein erster und zweiter Teil von 2014, Nachfolger ziemlich aktuell noch von 2020, auf vielen Systemen erschienen, kann ich gar nicht alle aufzählen, sehr beliebt in Japan, Puyo Puyo und das als Mashup mit Tetris, wer Puyo Puyo nicht kennt, darüber geht es eigentlich so ein bisschen Tetris-like darum, verschiedenfarbige Tröpfchen, die alle einen etwas leicht anderen dämlichen Gesichtsausdruck haben, gelb, rot, grün und blau, aneinander zu kleben und wenn man, also diagonal erzählt nicht, horizontal oder vertikal ist okay und wenn mindestens vier zusammenkleben, dann verschwinden die sozusagen, also hier wird nicht in Reihen gedacht, sondern das ganze Spielfeld wird mit gedacht und das kann sozusagen in Kombination mit Tetris gespielt werden bei Puyo Puyo Tetris, das heißt, man spielt im Einzelspielermodus entweder gegen einen Gegner, der Tetris spielt oder Puyo Puyo und man selbst spielt Tetris oder Puyo Puyo und es wird vom Algorithmus irgendwie so gerechnet, dass es halbwegs gerecht sein soll. Fandest du es gerecht für den Zwei-Spieler-Modus, Jenny? Ich fand tatsächlich, wenn einer Puyo Puyo und der andere Tetris spielt, dass es dann nicht gerecht ist. Also wenn der Gegner Puyo Puyo spielt und man selber Tetris, dann kriegt man nicht nur maximal vier rein rüber geschoben, sondern gleich sechs oder sogar noch mehr. Das fand ich echt mega ungerecht. Ich habe es am Anfang nicht geglaubt, als gemeckert wurde, weil ich gesagt habe, okay, das ist bloß, weil ich gerade gewinne. Aber ich glaube, es ist vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht spielen wir auch beide irgendwie komisch, aber ich fand am Ende auch, dass es irgendwie ein bisschen, als wir dann die Rollen getauscht haben und ich Tetris gespielt habe, fand ich ja auch irgendwie merkwürdig, dass ich auf einmal irgendwie gleich fünf Reihen rüber geklatscht oder sechs Reihen rüber geklatscht bekommen habe und dann echt Schwierigkeiten hatte, das mit normalen Tetris-Funktionen wieder abzubauen. Na klar, kriegt man, man kriegt auch der Puyo-Puyo-Spieler, wenn man Tetris rein abbaut, irgendwie so Blöcke rüber geschickt, Quadrate, die so ein bisschen behindern. Die kann man aber eigentlich relativ schnell wieder verschwinden lassen, indem man irgendwie so eine Puyo-Puyo-Tröpfchen, Figuren da ein bisschen so drumherum baut und wenn die da angrenzen und verschwinden die sozusagen mit. Ich fand es auch nicht fair. Aber Optik gut, spielt sich gut, alles ein bisschen japanisch, so ein bisschen wie das Tetris-Battle-Gaden, so japanisch niedlich, animiert mit einer Story und weiß ich nicht, für uns war es jetzt nichts auf Dauer, aber vielleicht haben wir auch irgendwas falsch gemacht, wer weiß. Wir haben jetzt noch unsere letzte Variante, nennt sich Tetris-Effekt, ist von 2018, ist auch noch erschienen als Tetris-Effekt-Connect, wo man online gegeneinander spielen kann. Das finde ich richtig, richtig cool. Da ist das Tetris so mit Spezialmusik unterlegt, also in jedem Level mit einem anderen Musikthema und das ist teilweise mega entspannt und man hat drumherum noch ganz coole Lichteffekte und ja, das ist, also ich mag das richtig gerne und mein Lieblingslevel ist das, wo es Downtown, das nennt sich Downtown und ist mit Jazzmusik unterlegt und in dem Moment, wo man drückt, also weil man den Steinen dreht oder nach links oder rechts schiebt, erzeugt man selber auch Töne. Das ist richtig cool. Ja, ich muss sagen, also das ist das beste Beispiel, warum man heutzutage noch Tetris spielen sollte, weil dieses Tetris ist, Tetris geht einfach mit der Zeit, also es entwickelt sich noch weiter und zwar nicht nur grafisch, also nicht nur audiovisuell, sondern auch einfach vom Spiel, also von der Art, wie man spielt, kann man schwer beschreiben. Es gibt noch so einen Zonenmodus, wo man in der Zone dann Steine auf eine besondere Art abbauen kann nochmal und das Tolle ist halt, man kann es online spielen mit bis zu vier Spielern oder noch mehr Spielern, weiß gar nicht, auf jeden Fall, also mindestens drei, mindestens drei Spieler können online gleichzeitig spielen und deswegen ja auch connected, man verbindet sich, Tetris verbindet die ganze Welt, kann man so sagen und es gibt immer noch eine Tetris-Evolution und ich glaube, wir haben auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, weil wenn 2023 noch ein Tetris für die Playstation 5 rauskommt, dann ist kein Ende abzusehen, würde ich behaupten. Definitiv nicht und deswegen war mir auf welchen noch eine Tetris-Variante zu erwähnen und die war ganz schwer rauszufinden, wie sie hieß. Die habe ich vor Jahren, das muss so 2017, 2018 gewesen sein, auf der Gamescom gesehen, da hatten wir aufgebaut und selber Systeme vorgestellt und an einem der Nachbarstände liefen absurde Versionen von klassischen Spielen und da war dann irgendwie ein Mario-Spiel, wo jeder spielen konnte und jeder, der gespielt hat, wurde zu einem Geist und das Feld wurde dadurch immer voller und irgendwann liefen hunderte von Marios über den Bildschirm und dann gab es da, ich glaube, auch noch ein Donkey Kong, was völlig absurd funktionierte und es gab ein merkwürdiges Tetris. Was daran merkwürdig ist, erzähle ich gleich und das fiel mir jetzt bei der Recherche wieder ein und ich habe mich hier wirklich halbtot gesucht, weil ich nicht mehr wusste, wie die Ferma hieß, ich wusste nur, dass die irgendwie aus dem Ostblock kam und irgendwie war das Tetris, hieß irgendwie No Tetris oder Notris oder wie auch immer und ich habe mich, wie gesagt, ja, völlig verzettelt beim Suchen und irgendwann hat mir Robin dann gesagt, such doch mal Not Tetris und ich suche nach Not Tetris und habe es gefunden. Ich meinte das Spiel Not Tetris, es gibt inzwischen auch das Spiel Not Tetris 2 und das ist von der, ja, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen Ferma oder von den Entwicklern StepYourself.net, da findet man auch die erwähnten merkwürdigen Mario-Spiele und alles andere und dieses Not Tetris ist, ja, nach der geistigen Nachfolge des klassischen Tetris mit Physik und was das Absurde ist, diese Blöcke, die runterkommen, die Standardblöcke, halten sich nicht mehr als übliche Raster, man kann sie drehen, aber nicht nur um 45 oder 90 Grad, sondern in jedem beliebigen Winkel und wenn man nicht aufpasst, weil die drehen sich immer weiter in verschiedenen Tempi, dann passen die nicht in Lücken, sondern landen da schräg drin und das Absurde ist halt, das sieht halt aus, als wenn man irgendwie Tetris-Steine auf den Schrottplatz geschmissen hat, die irgendwo kreuz und quer im Bildschirm liegen und da gibt es dann halt die verschiedenen Modi, einmal, dass man ganze Reihen abbauen kann, wie immer, das ist aber in diesem, mit dieser Art Physik fast nicht möglich und bei dem Not Tetris 2, da lösen sich die Linien ja so schon auf, wenn diese zu einem gewissen Prozentteil gefüllt sind, auch das ist eine Version, die man sich gar nicht vorstellen kann und lustig ist auch, es gibt ein Zwei-Spieler-Modus inzwischen auch und da kann man dann auch Blöcke auf die gegenüberliegende Seite springen lassen, also völlig absurd und das Schöne ist, das Ganze ist auch inzwischen mit der Tetris-Musik, hoffentlich merkt Nintendo das nicht, kann man da nur zu sagen und was die auch gemacht haben, das Ganze ist optisch an den Game Boy angelehnt, das heißt, man denkt, man spielt Tetris auf dem Game Boy und wundert sich dann, warum die Steine kreuz und quer auf dem Boden liegen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt oder kennt, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen und wie man auf so eine bekloppte Idee kommen kann, ist mir ein Rätsel, aber wenn man sieht, was die auch mit den anderen Spielen gemacht haben, wie gesagt, bei denen wurde ja fast alles durch den Kakao gezogen, was es an klassischen Spielen gab, Wahnsinn, also stepyourself.net, da findet man ganz, ganz viele, nennen wir es mal, außergewöhnliche Varianten von klassischen Spielen, habt ihr das schon mal gesehen? Ja, wir haben das auch gesehen und wir haben es auch ausprobiert, sind daran glaube ich auch ein bisschen verzweifelt, es hat Spaß gemacht und ich habe gesagt, das kann doch nicht so schwer sein, da mal gerade eine Reihe reinzusetzen, aber doch, es ist so schwer, man schafft es eh, also ich habe es nicht geschafft, da eine vernünftige Reihe reinzubauen. Willkommen im Club, aber ich fand das halt so absurd, dass ich dachte, auch das müssen wir hier unbedingt mal erwähnen. Also, ich finde es wirklich geil, also dass du den Tipp noch mit reingeschrieben hast, ich fand es sofort richtig gut, es ist nicht nur optisch so cool in diesem Gameboy-Look, sondern es spielt sich, man hat das Gefühl, man hat die Kontrolle und man hat sie irgendwie doch nicht, weil die Steine drehen sich so schnell und die fallen so, also, das hat irgendwie so eine Space Gravity, habe ich das Gefühl, dass die fliegen irgendwie merkwürdig durch die Gegend, man denkt immer, der muss doch jetzt reinpassen da und dann passt er eben doch wieder gerade so nicht und eine Zweispieler-Variante ist auch so witzig, man hat so eine durchlässige Mittellinie, hat eigentlich geteilte Schirme, auf den man spielt, aber die Mittellinie ist halt so durchlässig, dass wenn Steine rüberfallen, sieht man den Gegner noch irgendwie rüber schustert und sein Feld zubaut, es ist wirklich witzig, also das sollte man sich angeguckt haben und wie du auch schon gesagt hast, der Programmierer hat noch so ein paar andere absurde Sachen drauf, mein Highlight ist die Portal-Version von Mario, also von Super Mario, Mario muss man einfach mal aus, für der Portal mag und für Mark Portal nicht, der sollte sich das mal angucken, das ist auch mega cool. Ich hatte bei den Spielen ein bisschen das Gefühl, also bei dem Tetris, Not-Tetris, immer das Gefühl, ich bin irgendwie besoffen oder irgendwas, also das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, wie merkwürdig das ist und ich habe dasselbe Problem wie Jenny gehabt, ich dachte, das kann doch nicht so schwer sein, dass das Teil mal da gerade drin landet, dann war es wieder so drei, vier Grad versetzt und dann war wieder eine halbe Lücke, also man kann Tetris auch ad absurdum führen, das war ein perfektes Beispiel dafür. Ich habe auch noch mal einen Link rausgesucht, den packe ich auch noch mal in die Shownotes, wer Online-Tetris-Spiele spielen möchte, es gibt da eine Sammlung, da ist der letzte Eintrag allerdings von 2014 und selbst bis dahin gab es 146 Online-Tetris-Varianten, völlig irre und die meisten davon gibt es auch noch und die kann man auch noch spielen, da habe ich auch die beiden Rundversionen sozusagen ja hergehabt, die ich vorhin erwähnt habe, aber da kann man sich allein schon stundenlang durchkämpft, durchprobieren und wie gesagt, 146 Tetris-Varianten spielen und ich weiß gar nicht, wie viele es heute gibt, wir haben ja vorhin schon gesagt, man kann die Varianten ja wahrscheinlich nicht mehr zählen, aber wenn es schon so viele gab bis 2014, möchte ich gar nicht wissen, was es da heute noch alles gibt, also ich weiß gar nicht, ob es da irgendwo mal eine komplettere Liste noch gibt, aber das scheint ein unbegrenztes Feld zu sein, weil wir sagten ja schon, jeder kann ja auch sozusagen sein eigenes Tetris schreiben. Ja, es sind einfach zu viele Varianten, um wirklich eine auszuprobieren, deswegen würde ich mich persönlich freuen, wenn vielleicht wir noch Informationen kriegen, welche Variante man auf jeden Fall mal ausprobiert haben sollte, wenn man Tetris irgendwie mag. Ich würde mich freuen über interessante Multiplayer-Varianten, die man zu zweit oder noch mit mehr Leuten spielen kann, also wenn da jemand noch einen Tipp hat, den wir jetzt hier nicht erwähnt haben, nachher damit. Ja, was wir jetzt auf jeden Fall noch mal sagen müssen, wir haben ja jetzt an die 30 Varianten vorgestellt, wie gesagt, sehr subjektiv ausgesucht, das soll ja auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Wir können ja jetzt noch mal sagen, was sind so unsere persönlichen Highlights, welches sind unsere Lieblingstetrisse von den bisher erwähnten? Ja, wer von euch mag anfangen? Ich habe tatsächlich mehrere Lieblingsvarianten, das ist zum einen Tetris-Effekt, was wir zuletzt genannt haben, Tricky Towers auch, die absolute Grandmaster 2 Plus gehört da definitiv mit dazu und Magical Tetris Challenge, also das mit den Disney-Figuren, das fand ich auch richtig toll und das mit Super Mario fand ich auch richtig gut. Ja, bei mir ist es auch recht einfach, ich habe es auch in vielen Podcasts und Stammtischen schon erwähnt, ich muss natürlich Tetris Plus erwähnen, das ist für mich im Multiplayer, im Zweispieler-Bereich eine der schönsten Tetris-Varianten, spielt sich halt wirklich super und ich mag es, dieses Männchen zu beschimpfen alleine und diese Idee mit dem Männchen finde ich ziemlich einmalig. Ein kleiner Tipp, wenn ihr das heute irgendwo in der Emulation spielt oder an irgendwelchen Bildschirmen, denkt immer dran, das auf 4 zu 3 einzustellen, weil Tetris geht nur in 4 zu 3, wenn es ein 4 zu 3 Original-Tetris ist, weil sonst beim Drehen die Steine sich strecken und dehnen und man dadurch die Sachen falsch schmeißt. Also wir hatten einmal das Problem, dass ich vergessen habe, den Fernseher umzustellen und ich habe gedacht, das Tetris ist kaputt. Also da wirklich darauf achten, dass man 4 zu 3 spielt. Also Tetris Plus, wie gesagt, kann man nichts falsch machen. Ich mag auch die Originalfassung aus den Arcades immer noch sehr gerne, die hatten wir jetzt heute ja gar nicht erwähnt, aber Tetris Plus ist ein bisschen origineller, sag ich mal, aber natürlich nur im Multiplayer und jetzt nicht in dem Explorer-Modus oder dem Eins-Spieler-Modus, da geht es wirklich mir um die Multiplayer-Variante. Und dann muss ich natürlich Blockhole Quarth erwähnen, das ist ja für mich der absolute Geheimtipp, habe ich ja schon oft genug als Geheimtipp auf anderen Systemen erwähnt, dieses Tetris im Weltall, wo man halt die Formen ausschießen muss, das macht mir immer wieder Spaß zwischendurch, vor allem die Arcade-Fassung ist toll, aber man wird mich da sicherlich auch noch öfter an der MSX- oder Gameboy-Version finden. Also werde ich auch weiterspielen und von den Sachen, die ihr genannt habt, hatte ich ja schon gesagt, das Disney-Tetris liegt hier schon neben mir, habe ich halt auch nicht ausprobiert, das ist mit Sicherheit demnächst mal dran und auch einige der anderen Dinge klangen auf jeden Fall widerspielenswert. Was ich definitiv nicht weiterspielen werde, sind Dinge wie Hatress oder Love-Tress, das kann man als Gag sich mal angucken und das Not-Tetris, wie gesagt, als Empfehlung für Absurditäten natürlich, aber ernst nehmen kann man diese Varianten natürlich nicht. Ja, Not-Tetris fand ich super, also Not-Tetris 2, um genau zu sein, könnte man als Partyspiel immer mal wieder rausholen, um für ein bisschen Heiderkeit zu sorgen, denke ich mal. Wirkt stimmungsaufhellend. Ansonsten, noch nicht genannt wurde Hexion, das fand ich recht ansprechend, das hat Spaß gemacht, wenn man zu zweit spielt, gerade in der Mehrspieler-Variante, fand ich super. Von den ganz neuen Varianten oder neueren Varianten mag ich tatsächlich auch Tetris-Effekt wirklich sehr gerne. Es spielt sich ganz toll, es bietet was für Auge und Ohr und man hat die Möglichkeit, über das Internet zu spielen mit anderen Tetris-Fans. Das ist super. Ansonsten mag ich auch diese Profi-Variante The Absolute, The Grandmaster 2. Eignet sich auch sehr gut im Koop- und im Versus-Spiel. Ansonsten Tetris Plus hast du ja auch schon genannt. Macht immer Spaß, wenn immer für eine Runde Tetris Plus zu haben. Das sind im Großen und Ganzen die Spiele. Vielleicht Blockout noch. Blockout, die 3D-Version, hat mir auch gut gefallen. Werde ich wahrscheinlich auch öfter spielen. Ja, Tetris Plus ist wie gesagt für mich tatsächlich auch einer der Geheimtipps. Ist ja mal lustig, weil das ist das einzige Spiel, als sehr wenige Spiele ist, die meine Frau auch mal mitspielt. Und wenn sie mal mit in der Location im Museum war, haben wir ja auch immer wieder gerne Tetris Plus gespielt. Und ich werde da auch regelmäßig besiegt. Obwohl ich denke, ich kann gut Tetris spielen. Wie ist denn das bei euch? Wer von euch ist denn der bessere oder die bessere Tetris-Spielerin? Denn die spielt besser als ich. Also ich hätte jetzt behauptet, wir sind beide gleich gut. Das könnt ihr ja dann noch mal irgendwann in Ruhe ausprobieren. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein Spiel, das kann jeder spielen. Das ist das Tolle. Das sehe ich auch bei uns immer in der Location. Kinder, Frauen, Männer, sämtlicher Altersschichten, sämtlicher Berufsgruppen. Jeder kann Tetris spielen. Das ist ja das Tolle, dass man auch nicht viel erklären muss. Und die Form der Steine sind inzwischen ja ikonisch. Die kennt jeder. Und ich denke mal, das ist auch wirklich ein Spiel, was nicht tot zu kriegen ist. Und wie gesagt, das erste Tetris ist, wenn man mal guckt, schon sehr, sehr lange her. Das ist schon über eine Generation. Und ich denke, auch die nächsten Generationen werden weiter Tetris spielen. Und vielleicht zum Abschluss noch mal, warum ist Tetris heute immer noch spannend? Ist das nur diese Einfachheit, der Zugang? Oder was ist die Faszination an Tetris? Ich glaube, es sind mehrere Sachen, finde ich. Also einmal ist es sozusagen, dass Tetris sich auch immer wieder neu erfindet oder neu erfunden wird. Es kommt immer mal wieder ein neuer Dreh dazu. Es hat auch ganz viel damit zu tun, einfach mit dieser Spielmechanik. Man kann sich tatsächlich in so eine Art Rausch reinspielen, in so einen Flow reinspielen. Es ist wirklich schwierig, irgendwann, wenn man so richtig drin ist und längere Zeit am Stück gespielt hat, das wieder wegzulegen. Und ja, also es ist einfach eine gute Spielidee gewesen und gute Sachen halten sich einfach ewig. Auch heute gibt es noch genug Beatles-Fans, weil die Musik einfach gut ist und genauso ist es mit Tetris. Tetris ist unsterblich, genauso wie die Beatles. Ich glaube, das trifft das auf den Punkt. Das ist wirklich so. Ich finde auch, die Faszination liegt auch in der Einfachheit. Es erklärt sich selbst, jeder kann es sofort spielen. Es macht einfach süchtig. Ich habe echt große Probleme, es wegzulegen. Und unsere Kinder spielen es inzwischen ja auch. Die haben wir auch erfolgreich angefixt mit Tetris. So soll es sein. Die Steine müssen in jede Generation weitergegeben werden. Genau, die Steine müssen fallen. Genau. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch das, was du eben schon sagtest, Matthias, dass wir noch einmal an alle Hörer den Aufruf machen, wenn ihr jetzt sagt, die haben ja die lustigsten und wichtigsten Tetris-Varianten vergessen. Scheut euch nicht, schreibt uns Mails, was angeblich fehlt oder was ihr noch da eingebaut hättet oder noch besser, sprecht es gleich als Audio-File ein, denn dann packen wir das gerne auch als Reto-Talk in eine der kommenden Ausgaben. Denn wie gesagt, es gibt so viele Tetris-Varianten, dass weder wir noch jemand wahrscheinlich etwas Vollständiges dort machen kann. Und wir wollten ja auch, wie gesagt, nicht jetzt die bekanntesten Tetris-Varianten machen als Thema unbedingt, sondern einfach Varianten, die uns persönlich bewegt haben, interessiert haben oder die wir einfach besonders gefunden haben. Und deswegen muss ich mich auch mal sehr bedanken, dass ihr beide da mitgemacht habt. Das fand ich sehr schön, weil so hat man ja doch verschiedene Sichtweisen und ich denke, wir konnten da wieder einige Titel nennen, die vielleicht nicht jeder kannte und bin gespannt, ja, was uns die Hörer dann noch so alles über Tetris berichten. Und wenn wir neue Tetris-Varianten finden, werden wir sicherlich auch in Zukunft noch weiter über Tetris sprechen. Also vielen, vielen Dank an euch, dass ihr das mitgemacht habt und mal gucken, wann und wo wir uns das nächste Mal dann vielleicht auch bei Tetris duellieren können. Danke an euch beide. Vielen Dank für die Einladung. Es war eine zeitintensive, aber auch spaßige Vorbereitungszeit. Das stimmt, das war gut. Wir haben sehr, sehr viel unterschiedliche Tetris gespielt, das hat Spaß gemacht und ich freue mich auf den nächsten Besuch im Detro-Club. Ja, wunderbar. Dann, wie gesagt, vielen Dank an euch und bis bald. Ja, wie ist das bei denen, die jetzt eher zugekommen sind? Jenny und Matthias haben ja insgesamt, wie gesagt, auch jetzt nochmal sich um 14 Tetris-Varianten mit mir zusammen gekümmert im zweiten Teil und wir haben ja auch gesagt, was wir besonders gerne hatten an Tetris-Varianten und bei euch, Matthias, ist ja so, ihr spielt das ja immer noch trotz des Themas und der Vorbereitung. Ich glaube, als ihr letzte Woche da wart bei uns, habt ihr auch Tetris gespielt, oder? Ja, wir spielen immer Tetris. Das ist Standard bei uns. Also, wenn wir euch im Club sind, ihr habt natürlich auch richtig coole Varianten, die wir zu Hause natürlich nicht haben und dann ist das immer ein Muss. Und man entdeckt ja auch immer wieder neue Varianten, die man vorher nicht kannte, tatsächlich, weil es wirklich so nahezu, es geht nahezu unendlich und wir hatten letztens eine, so eine Tetris-Upside-Down-Version zufällig entdeckt, irgendwie Balloon Brothers, meine ich, und da fliegen sozusagen die Ballons als Tetris, also was eigentlich die Tetris-Steine sind, die sonst nach unten fallen, fliegen da die Ballons nach oben und man muss die rein und oben abbauen quasi. Tja, die Automaten, das ist unglaublich, was es da alles gibt bei den Arcades. Jetzt müssen wir das Thema nochmal aufzeichnen, weil ihr habt den Tetris vergessen. Das kann auch nicht sein. So ein Ärger aber auch. Wie ist das bei den anderen, die halt hier dazugekommen sind? Spielt Tetris für euch heute noch eine Rolle? Weil wir hatten jetzt ja schon lange, die letzten vier Wochen über geredet. Ist Tetris für euch heute noch ein Spaß wert? Hängt von der Tetris-Variante ab. Das Ur-Tetris spiele ich tatsächlich kaum. Wirklich äußerst selten nur. Es kann aber schon mal sein, so dass modernere Varianten, dass ich mir die mal irgendwie heranziehe und halt auch so Derivate, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Halt hier, wie halt so die Nebenentwicklung, was meinetwegen Columns angeht oder etwas in der Richtung oder Puyo Puyo oder in Anlehnung an Tetris, Tetris 4 mag ich sehr gerne nach wie vor. Aber so das klassische Tetris eigentlich weniger. Ja, was mich immer irritiert, dass viele Nachahmer nicht an das Originalprinzip rankamen, aber wir hatten da auch diverse Versionen von Hedris bis Facedris, worauf man ja sogar noch beim Podcast behauptet hat, dass das Spiel gäbe es nicht in einem Quiz. Das haben wir wunderbar vor zwei Wochen schon nachgewiesen, dass es Facedris natürlich gab, weil ich hab's als Kind gespielt. Aber es war wirklich auch natürlich kein, es war nicht so richtig spielbar. Also da gab's auch viele Versionen, die irgendwann mit Recht ein bisschen vergessen hergeraten sind. Aber alles, was so ein bisschen von Original basierte, fand ich toll. Und ich mag ja auch diese Varianten. Ich mochte ja auch diese Version auf dem Game Boy oder auf den Arcades, wo man sozusagen im Weltall die Steine sich zusammenschießt. Das hatten wir auch drüber geredet. Für Tetris ist immer noch was Besonderes. Ich weiß nicht, Fab oder Stefan, was war euer letztes Tetris? Also ehrlich gesagt, das Original-Tetris finde ich inzwischen, obwohl es natürlich mit zunehmender Geschwindigkeit immer schwieriger wird, finde ich das als Spielprinzip mir schon eine Spur zu einfach, um mich noch irgendwie zu begeistern. Aber ich kann mich gut erinnern, dass ich damals auf dem Amiga diese komische 3D-Variante toll fand, wo man von oben in den Schacht reinguckt und die Steine so als Drahtgitter-Modell von oben nach unten fallen und dann in verschiedenen Farben dann sozusagen, wenn man irgendwie da was vollkriegt, so eine Fläche war das sogar, glaube ich. Das habe ich irgendwie gerne gespielt, aber das ist auch schon ewig her. Ich habe mir das Tetris schon lange nicht mehr über den Weg gelaufen. Aber jetzt gibt es ja demnächst diesen Tetris-Film und den werde ich mir auch mal angucken. Einfach weil die Entwicklungsgeschichte, wie das irgendwie aus der UDSSR irgendwie dann in die Welt geschafft hat, das finde ich schon interessant und das haben die bestimmt ganz cool umgesetzt. Hoffe ich mal. Kennst du, wenn du von Amiga-Tetrisen sprichst, kennst du Tritus-Fab? Den hatten wir in der ersten Folge mit dabei. Was? Wie sieht das aus? Das ist für drei Spieler gleichzeitig. Kann mich nicht erinnern jetzt. Und das hat so coole Elemente, dass zwischendurch zum Beispiel die Wände weggehen von den einzelnen Spielern und dann kannst du die Steine mit Absicht schlecht ablegen bei deinen Gegnern. Das war richtig witzig. Das haben wir mal im Streaming gespielt. Das ist also ein Spiel, wenn man Mitspieler, wenn sie sich hinterher hassen sollen, das dürfte man wahrscheinlich nicht an einem Amiga spielen und in der Nähe sitzen. Ich glaube, da gibt es Schläge. Also das Spiel ist durch diese Funktion alleine so gemein. Du baust perfekt und irgendwann liegt dir dann einfach hoch, kann man kurz einen Stein irgendwo hin, wo er nicht hinpasst. Das ist unfair. Aber auch wieder eine Variante, die ich total gerne mochte. Ja, also ich habe gar nicht so lange her, da habe ich Tetris Effect gespielt. Das habe ich mir auch für die PlayStation 4 und der VR-Brille gekauft gehabt. Gab es jetzt aber auch auf der Xbox zuletzt. Ich spiele Tetris tatsächlich nicht regelmäßig im Sinne von wegen jede Woche, aber so alle paar Monate spiele ich irgendeine Tetris-Variante einfach mal so, um eine Stunde Zeit so ein bisschen totzuschlagen. Aber tatsächlich am allerliebsten eigentlich alle Tetris-Varianten von den Nintendo-Handhelds tatsächlich. Die mag ich eigentlich alle sehr gerne. Ja, die passen einfach gut zu dem Gerät, ne? Ja, ja, es passt gut. Es muss ja auch nicht viel dargestellt werden, aber ich weiß nicht, das finde ich immer noch am besten mit den ganzen verschiedenen Modi und so, aber ich bin sicherlich kein Tetris-Profi oder so. Ich finde immer schön, wenn es mehr Spieler-Versionen sind. Ich finde Tetris alleine inzwischen auch jetzt nicht mehr so spannend, aber sobald es in den Multiplayer-Bereich geht, finde ich es immer wieder toll. Vor allem, wie gesagt, wenn man dann rein und her schieben kann oder dem Gegner kleine Gemeinheiten antun kann, je nach Version, das finde ich immer ziemlich cool. Jenny, Matthias, wer ist denn jetzt am Ende bei euch der bessere oder die bessere Spielerin? Jenny spielt besser. Musst du das sagen oder stimmt das? Das kann er doch jetzt nicht sagen. Er ist im Urlaub. Ja, aber ich finde schon, also wir spielen recht unterschiedlich und ich finde, jeder hat so seine Stärken und es ist recht ausgewogen, wer gewinnt. Also ich würde auch sagen, dass er ab einem gewissen Level besser spielt. Also wenn es richtig schnell wird, ist er irgendwann besser. Aber ich kann eigentlich effizienter bauen als er. Ja, das war sehr salomonisch. Sehr salomonisch. Das ist doch sehr schön. Jenny baut eher Zeile für Zeile ab und ich versuche dann eher Tetrisse aufzubauen und verhassen mich dabei dann. Und das kann dann nach hinten losgehen. Ja, wir sind ja bei den Themen gewesen, die wir so in den letzten acht Jahren verarbeitet haben im Podcast. Und vielleicht sollten wir uns auch da noch so ein bisschen rückbesinnen und mal überlegen, welche Themen waren für uns besonders wichtig, besonders interessant oder vielleicht einfach oder schwierig. Keine Ahnung. Was fällt dir da zuerst ein, Robin? Ja, also es sind natürlich häufig, am Anfang habe ich ja auch noch sehr viel Eigenes an interessanten Sachen mit zugefügt und da auch selbst mit bearbeitet. Und natürlich waren solche Sachen wie deutsche Firmen für mich damals wichtig, weil ich ganz viel Deutsches auch gespielt habe, weil ich auch natürlich gerne so Wirtschaftssimulationen gespielt habe. Man wird aber immer wieder schier von der Menge, die man einfach durch schlicht das Internet, weil hätten wir damals kein Internet gehabt oder ich sag mal so die Suche, wie sie, du nimmst dann ja einfach nur die Sachen, die du selbst gespielt hast und dann sind es vielleicht zehn oder 15 Spiele, die du gespielt hast. Dann fängst du an, bei deutschen Firmen festzustellen, dass es halt nicht zehn Spiele gibt von drei Firmen, sondern es gibt 20, 25 deutsche Firmen und dann eskaliert die Situation. Das heißt, bei Themen finde ich es inzwischen, auch wenn ich es gerne mache, immer schwierig, die Abgrenzung zwischen dem, was man gerne machen möchte und das, was man wahrscheinlich, was der Hörer auch gerne hört, nämlich auch mal Sachen zu hören, die er nicht kannte und das killt am Anfang beim Vorbereiten vieles von der Motivation, nachher ist man aber stolz, wenn man das abliefert und das Ganze zusammen cool klingt und auch wenn dann so Leute da vorbeikommen und sagen, also das Thema so und so, das fand ich, hab dir richtig gut gemacht, dann bin ich tatsächlich stolz, was man als Heranwachsender in der Schule vielleicht noch hat und irgendwann auch verliert, aber dann war sowas, dann bin ich immer sehr glücklich gewesen. Ja, ich war ja mal tatsächlich, das ist sehr viel später gewesen, aber für mich war einer der größte Überraschungs-MSX-Thema, da dachte ich, da machen wir ein oder zwei Teile daraus ganz entspannt, da hatten wir drei Top-Experten, wirklich die auch mitzusehen, ich will jetzt sagen, zu den letzten gehören, die an MSX haben, aber... Das ist schon wieder drei Jahre her, Patrick. Stimmt, die haben ewig auch geredet, allein über die japanischen Tastaturen und so, ne? Das wurde ein Fünfteil, aber ich dachte so, ach du Scheiße, jetzt haben wir den Podcast endgültig an die Wand gefahren, aber dann kam tatsächlich die Rückmeldung, das kannte ich ja gar nicht, das war ja hochinteressant, das war zwar sehr nischig, aber eigentlich ist es egal, über was ihr da redet oder was die da reden, die wussten ja, wovon sie reden und wir hatten vorher, da hatte ich auch Angst und da können wir Oliver mal wieder kurz mit ins Boot holen, ja, das Metroidvania-Thema, was mich jetzt persönlich natürlich nicht interessiert hat aus Gründen von den Spielen her, ist ja auch, können wir sagen, ausgeufert? Weiß ich nicht, ob es ausgeufert ist, es ist, es hat zumindest das Thema so abgedeckt, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war ein Vierteiler, wir haben von Januar bis März darüber geredet und ich habe es mir im Nachgang angehört und es gehört für mich zu einem der interessantesten Themen und das ist auch völlig absurd, weil wie ich ja eben sagte, ich spiele keine Metroidvanias, aber das war tatsächlich selbst für mich hochinteressant zu hören, wie Leute, ja, warum man das mag oder was es da für tolle Elemente gibt und dann hat es mich auch nicht mehr gestört, dass es ein Vierteiler war und das ist halt das, was wirklich überraschend ist, dass bei den Sachen, wo man nicht mit rechnet, plötzlich die längsten Folgen bei rauskommen oder die langwierigsten Folgen oder bei den Folgen, wo man denkt, oh, das wäre jetzt doch zu nischig, dann Leute zurückschreiben, genau das war mal wieder, war mal wieder interessant und das nächste Beispiel war die Vectricks zum Beispiel, das war auch, glaube ich, ein Sechsteiler, da werden wir bis heute darauf angesprochen und vor allem der Torbenwetterregel ist ja darauf angesprochen, wenn er bei unserer Location ist, dass er dieses Thema aufbereitet hat, also eigentlich ist es, ich will nicht sagen, egal über was wir reden, aber es ist zumindest, kann man allen Sachen eine Chance geben. Ja, obwohl, ich erinnere mich an der Frühzeit an so eine, war das über Rollenspiele, wo der so langsam gesprochen hat und so lange Pausen gemacht hat, dass sich da wirklich, da sind mir die Füße beim Hören eingeschlafen, aber es war trotzdem, Ja, da konnten wir ja tricksen, wir nehmen ja automatisch Pausen raus und dadurch war es schon mal sehr viel fluffiger und, ähm, Aber nicht bei der Aufnahme. Nee, nee, eben. Christian hat das ja gemacht, Christian hat uns ja angeboten, dass er sich mit dem Thema Rollenspiele sehr gut auskennt und ich muss zu der Folge noch ganz kurz sagen, das ist, äh, zu meinem Geburtstag war ich mit meiner Frau in Portugal und ich konnte die Folge halt nicht mitmachen und ich hörte dann, äh, irgendwann bin ich, hab ich mich aus dem Zimmer geschlichen, mach mein Notebook an und höre dann, wie Christian, sehr detailliert, aber auch, sag ich mal, sehr, äh, na, nerdig will ich's nicht sagen, es ist, es ist schon sehr spezifisch über die Spiele redet und hat natürlich auch einen starken Akzent und, äh, ich dachte, oh mein Gott, an dieser Stelle wird das schwierig mit einem Podcast das zu kolportieren und zu übertragen. Da sollten mehr Leute mitmachen, die alle kurzfristig ausgefallen sind, das, äh, muss man immer sagen und so wurde es dann ja mehr oder weniger ein, ein Monolog, das war ja so gar nicht geplant, da sind an dem Tag ja erst Gäste weggefallen und, äh, das war mit Sicherheit nicht einfach, aber das, äh, Lustige war auch an der Geschichte, da dachte ich auch so, okay, das war jetzt inhaltlich sehr interessant, aber hören sich Leute das wirklich an, die ganze Folge ging damals 6 Stunden 44, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange der Rollenspielanteil war, aber auch da kamen dann, äh, Leute vorbei oder schrieben Mails und sagten, ich hab eure Rollenspielfolge gehört, war endlich mal was ganz anderes, also, äh, ich fand's, find's immer interessant, wie Leute reagieren, wenn man selber dann denkt so, war das jetzt noch für die Leute okay in der Form oder war das jetzt zu viel oder zu wenig oder? Zweieinhalb Stunden. Was sehr lange ist, natürlich, klar. Ja, aber es war schön, man konnte ihm richtig beim Denken zuhören. Und wie gesagt, inhaltlich war es ja wirklich auch interessant, aber man musste sich, man musste sich darauf einlassen, wie bei vielen Themen, also, da haben wir ja einige Sachen gehabt. Dann gab's ja auch mal was ganz Lustiges, Robin, ähm, kannst du dich an unsere Pottwichtel-Folgen erinnern? Oh ja, ähm, wir mussten ja, da hast du mal einen Pottwichtel mitgemacht und dann sollten wir den Podcast von einem anderen Podcaster übernehmen und wir haben, glaube ich, einmal mussten wir Wein oder Käse, was war das? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir mussten über Käse sprechen, oder? Ich hab's völlig verdrängt, das ist ja nicht bei uns im Feed, logischerweise. Ich weiß nur, dass wir für irgendjemanden was über Golfen gemacht haben. Das war ein anderes Jahr, Stimmt, einmal Golfen und einmal Käse. Also wir mussten... Mit Käse? Bist du dir sicher? Ich glaube, wir mussten einmal über Käse sprechen. Ich glaube, da hat Fab auch mitgemacht, ne? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber ich weiß noch, dass das wirklich so war, ja. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Podcast das war, das ist ja auch schon wieder sechs Jahre her. Ich weiß nur, wir haben über Golfspiele mal gesprochen. Stimmt, wir haben über Golfspiele gesprochen. Nein, das war viel geiler. Wir sollten in einem wichtigen deutschen Golf-Podcast eine Folge übernehmen und wir haben dann gesagt, das können wir natürlich nicht. Ach, reden wir über alle Golfspiele auf dem Computer, die uns einfallen. Genau, das war's. Eigentlich eine einfache Nummer, ne? Ja, und das war dann auch ganz gut zu machen und das kam auch gut an tatsächlich, weil die sagten, das war ein Golf-Podcast, wo es wirklich um echte Golfplätze und echte Golf-Tipps ging und plötzlich tauchen wir beide da auf und sprechen über Computerspiele. Aber da haben wir es in Anführungszeichen ja auch recht einfach gemacht. Kannst du dich noch erinnern, wie wir bewechtelt worden sind? Leider nicht mehr. Da hat jemand geschrieben, er hatte einen Herzinfarkt, also ich weiß nicht, ganz grob einen Herzinfarkt bekommen, als er uns gekriegt hatte, weil er guckte dann, ob er mehr als eine halbe Stunde machen muss und sah dann, dass unsere Folgen im Schnitt so drei bis sechs Stunden gehen und war leicht geschockt und hat sich dann überlegt, er kann dieses Konzept nicht nachmachen, weil das geht vom Aufwand natürlich nicht und er hat dann so eine Art, heute würden wir es erweiterten Retro-Talk nennen, er hat einfach eine Stunde über seine Computer-Erfahrung geredet. Stimmt, das war auch nicht schlecht. Und das war richtig cool, war eine tolle Folge, aber halt was völlig anderes, aber der hatte natürlich echt Angst und ich stelle mir auch vor, wenn man dem Thema nicht zugetan ist und kriegt so ein Brett vorgesetzt, so mach mal sechs Stunden, was über Retro, das geht natürlich auch nicht und Robin, ich hatte ehrlich gesagt ja auch Angst, dass wir da irgendwas bekommen, ich hab so, mein Horror war immer, wenn die uns einen Apple-Podcast geben, dann bin ich krank. Vor allem, das, ja, meine pure Anwesenheit wäre wahrscheinlich schon ein Affront für die Leute, die diesen Podcast hören wollen, weil ich da ja doch sehr differenzierte Astrologie oder Sex-Podcast. Oder so ein Astrologie-Podcast, das finde ich toll. Fab, wir haben jetzt selber noch keinen Sex-Podcast gemacht, aber wir hatten was Vergleichbares, ja. Ja, ich möchte auf Folge 26 hinweisen, ich glaube, so viele Doppeldeutigkeiten wie in der Folge gab es, zum Glück, weiß ich nicht, gab es nie wieder, aber der ist, wenn man im Nachgang hört, ist der zwar sehr pubertär gefühlt, aber er ist sehr unterhaltsam, weil da haben wir, glaube ich, in jedem zweiten Satz irgendwann Lachkrampfe gekriegt. Mich würde jetzt aber doch nochmal interessieren, wie ihr es geschafft habt, vier Stunden lang über Emmentaler und Gauder zu sprechen. Ich weiß nicht, wovon Robin da redet, das habe ich, entweder habe ich da nicht, das war auch nicht so lang. Nee, nee, wir haben, wir haben ja natürlich auch, wir sollten ja im Prinzip für die Podcaster ihren Podcast machen und ich sage mal, diese Podcasts sind ja häufig nur eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, weil man sagt ja, man soll ja eigentlich nicht mehr als eine halbe Stunde Sachen erzählen, weil die Aufmerksamkeitsspanne wie in der Schule ist halt nur eine gewisse Zeit und deswegen halten sich auch viele Podcaster dieses, wir machen lieber viele Episoden, dafür kleine und ja, und dann haben wir dann halt, ich weiß es nicht mehr, ich muss es nochmal rausfinden. Ich kann mich nicht mehr an Käse erinnern, Robin, es tut mir leid, ich komme da im Hobby gar nicht mehr. Also es war das an die Geschichte mit dem Golfen, wo du es erzählst, da kann ich mich definitiv noch dran erinnern, keine Frage, aber irgendwie muss da noch der Käse gewesen sein. Also wenn ihr nochmal eine halbe Stunde dranhängen wollt zum Thema Käse, wir sitzen ja quasi an der Quelle, wir können euch was mitbringen aus unserem Urlaub. Das ist die Frage, ob niederländischer Käse wirklich gut ist, aber da. Aber ganz ernsthaft, ich weiß davon nichts mehr, Robin. Kannst du das nochmal verifizieren, wann wir mit Käse geredet haben sollen? Ich kriege es auch nicht mehr raus, ich gucke jetzt gerade, wir haben ja nur die Folgen drin, die uns zugetan wurden und die haben wir auch leider nicht mit vernünftigen Shownotes versehen. Ich weiß, beim zweiten Podbichtelcast ein Jahr später hat jemand über Handyspiele und Star Wars geredet, aber ich weiß auch leider nicht mehr, welcher Podcast das war, da hätte man nochmal reinhören müssen, und das war Folge 56, das weiß ich auch nicht mehr, aber ich kann mich tatsächlich nur noch an unseren Golf-Podcast erinnern, aber ich könnte ja mal gucken ins Archiv, weil wenn wir die Folge wirklich gemacht haben sollten, dann habe ich ja die Datei zumindest vorliegen. Habt ihr den Profigolfern denn am Ende auch irgendein Spiel empfohlen oder haben die sich dann auch was zugelegt? Das weiß ich nicht, da wir die Rückmeldung gar nicht zugeteilt bekommen haben, aber ich weiß, dass wir damals für Spiele jetzt wie Leaderboard oder auf dem PC die ganze Linksreihe. Wir haben es ja hoch gelobt, haben davon erzählt, wie wir das früher bei uns im Spieleverleih das als, also Patrick als Turnier gemacht haben, weil da konntest du ja noch deine Kurse abspeichern und da haben die Leute eine Diskette vorbeigebracht. Patrick hat das eingelesen und dann hatte gesehen, keine Ahnung, dass es eine Minus-6-Runde war und dann haben sozusagen die Leute, konnten das nachher am Ende auch alle angucken, wenn sie wollten, haben sie ihre Disketten mitgebracht, haben sie die Runden mitgeguckt, haben sie geguckt, wie gut die gespielt haben. Das war interessant, weil da gab es ja diese Internetfunktion logischerweise noch nicht und da konnte man dann halt, musste man halt unter Turnierbedingungen spielen, man konnte auch nicht Schläge rückgängig machen oder schummeln, dann konnte man danach das Pfeil nicht mehr rekorden und dieses Pfeil gab man dann ab und dann konnte man sozusagen mit den anderen, wie so ein Ghost beim Autorennen, die Leute durchlaufen lassen und ein Turnierspiel mit dem voraufgezeichneten Spielern. Das ist ganz lustig und das dauert natürlich auch wirklich so lange, also dann ist halt wirklich, deine Runde dauert dann acht, neun Minuten, bis alle eingeloggt haben, ja, bis alle getroffen haben. Das war auf jeden Fall immer lustig, weil wir haben es ja wirklich live durchlaufen lassen und dann ja auch sehen können, wer am Ende gewinnt. Ich grätsch mal kurz rein. Ich habe nämlich gerade mal meine persönlichen Lieblingsthemen, mit denen ich mitgemacht habe, hier rausgesucht und das sind nicht, wie man erwarten könnte, irgendwelche Sega-Sachen. Ich habe tatsächlich, also wie gesagt, es sind natürlich immer so Themen, die liegen einem nah, aber ausgerechnet so das Erste, was ich hier rausgesucht habe, das war es nicht unbedingt. Das war einfach nur so eine fixe Idee, darüber zu quatschen und das war unser fünfeinhalb Stunden-Ding, was Robin und ich über französische Spiele gemacht haben. Die französischen Spiele. Ja. Das war so großartig und das war so ein Augenöffner für uns beide, glaube ich auch, weil wir hätten nie im Leben erwartet, weil das Gefühl, was wir hier hatten, das ist sowas wie, du sprichst über Loris Jell und hast das Gefühl, die haben mehr Spiele rausgebracht, die als Deutschland... Als alle deutsche Entwickler zusammen. Genau. Und dann guckst du diese Liste an und denkst, oh Gott, was, 86? 103 Spiele? Nein, wie machen wir denn das? Im Vorgespräch, Oliver, wie machen wir das denn? Ja, ich... Wir haben einfach nur losgelegt. Name-Dropping, dann müssen wir gucken, welche von denen haben gute Bewertungen. Und guckt euch mal bitte an, die Ausgaben sind, wie gesagt, drei, du musst es auf drei Teile teilen und wir haben wirklich, wir haben uns nachher schon bemüht, nicht zu lange zu sprechen, auch über die wichtigeren Sachen, weil wir einfach alles erzählen wollen. Das ist so krank. Können wir ein Zitat aus dem Chatkurs dazu nehmen, von Christian. Er schreibt, natürlich, die französischen Spiele, die hat er zweimal komplett gehört. Und ich muss auch dazu sagen, das meine ich jetzt nicht, um euch Honig und den Bart schmieren zu wollen, das ist eine der charmantesten Folgen, weil Robin hat versucht, französisch zu sprechen. Ihr habt die ganze Zeit überlegt, wie sprechen wir die Firmen so französisch wie möglich aus. Ich fand diese Folge wirklich total, total charmant. Also ich mochte die total gerne, was ihr da gemacht habt und fand das sehr, sehr unterhaltsam. Und ich hatte ja dann ein paar Monate später auch noch das Vergnügen, mit Muriel Trami zu sprechen. Da musste ich auch noch mal auf einige der Spiele, die ihr da besprochen habt, eingehen. Und das war für mich eine gute Vorbereitung für das Interview tatsächlich auch, weil ich natürlich auch zu den Spielen nicht durchgängig schon viel Wissen hatte. Und der Podcast hat mir da auch tatsächlich bei der Vorbereitung für das Interview geholfen. War für mich auch eine sehr erinnerungswürdige Folge, Oliver, definitiv. Eine, die ich jetzt auch habe, das ist mal ausnahmsweise eine, die wohl nur über eine Folge ging. Das ist das Thema Last Ninja. Ich fand, wir hatten das wirklich hingekriegt, weil Last Ninja ist ja eigentlich ein extrem umstrittenes Ding. Also entweder das Teil wird wegen der Bedeutung für den C64 quer durch die Gegend gelobt oder halt wegen Steuerung und ähnlichen Geschichten oder weil die Leute keine Anleitung hatten. Genau das Gegenteil. Und ich glaube, wir hatten damit eine richtig gute distanzierte Auseinandersetzung mit dieser Spielerin. dabei hingekriegt. Das ist das Thema, was ich persönlich am meisten gehört habe. Kann ich auch mal hier mich outen. Ich bin ja auch jetzt nicht der größte Last Ninja-Fan tatsächlich, aber das Thema habe ich, glaube ich, dreimal gehört. Also das kann ich tatsächlich toppen. Einmal noch zum Chat, weil das was Nettes ist, was wir auch gerne machen und hier mal kurz zitieren von Balué. Hallo zusammen. Als langjähriger, stiller Verfolger am Patreon möchte ich mich für euren Content und eure tolle, sympathische Art bedanken. Es macht immer wieder Spaß, euren Podcast zu hören und mitzuerleben. Ich hoffe, wir werden uns hier zum 400. Jubiläum wiedersehen. 400. Wir arbeiten dran, sagen wir es so rum. Aber ich denke erst mal an die 250. Ja, ich kann natürlich auch noch mal ein paar Folgen. Ich bin noch nicht ganz durch, tut mir leid. Ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei. Kein Problem. Wir haben ja Zeit. Aber Entschuldigung, wir müssen auch Fab Rücksicht nehmen aus Gründen. Wieso? Ach, der alte Mann wird müde. Aber erst nach etwa fünf Stunden. Dann haben wir ja noch Zeit. Das nächste ist tatsächlich das Metroidvania-Thema, weil ich denke, das ist so ein Thema, was ziemlich wischiwaschi eigentlich in dem gesamten Spielejournalismus und auch selbst unter Fangruppen eigentlich läuft. Und ich hatte enormen Spaß da dran, mich durch irgendwelche Quellen zu arbeiten und das mal auseinanderzunehmen, wo das Ding, wo dieses Ganze, ja, ist es überhaupt ein Genre überhaupt herkommt? Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist auch ziemlich gut gelungen. So als Thema. Das muss es ja, weil, wie gesagt, sonst, selbst ich habe mir es mit Freude angehört und das habe ich bei dem Thema definitiv nicht erwartet. Da habt ihr mich sehr überrascht mit. Also das muss ich ganz klar sagen. Aber es gab viele Themen, wo ich von vornherein dachte, oh, das wird nichts für mich zumindest, aber vielleicht ist es für die Hörer spannend und am Ende habe ich die Folge dann auch geliebt. Also ich glaube, es ist teilweise egal, um was es geht, wenn es mit Herzblut aufgezogen wird und wenn die, die es machen, auch dahinter stehen. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Und als letztes Thema, das ist eins, das ich auch mit dem Greco zusammen gemacht habe und mit dem Stefan Instinkte. Das ist das N64-Thema, weil das auch etwas ist, ich meine, das N64 ist ja sowieso ein bisschen speziell, weil das als eine von den Konsolen gilt, die wirklich schlecht gealtert sind aus Gründen wegen der Optik und der Darstellung und allem. Aber das war so ein spaßiges Thema und wir hatten so eine relaxte Runde. Kann ich nur bestätigen. War mega. Ja, ich fand das einfach nur super, was da auch was bei rausgekommen ist. Ich habe jetzt gar nicht in der Statistik aufgenommen, wie viele verschiedene Themen wir inzwischen schon hatten, aber das müssten auch so an die 80, 90 sein, aber ganz genau, wie viele jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe tatsächlich viele Statistiken noch aufgearbeitet, aber nicht die Anzahl der Themen. Das habe ich einfach übersehen. Aber das könnte man ja über die Classic-Folgen ganz grob rausfinden. Also es muss auch schon inzwischen da eine ganze Menge geben. Was das längste Thema war, das müsste der 20-Marathon gewesen sein. Ich glaube, der ging über acht Folgen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Deswegen brauchen wir auch im Endeffekt im Augenblick kein 20-Thema machen, weil da haben wir ja gefühlt über die wichtigsten Spiele auch schon gesprochen. Zwar nicht über alle, aber über sehr, sehr viele. Weil da habe ich auch immer Respekt vor, wenn immer einige sagen, mach doch nochmal was Schönes über den C64. Da kann man sich ja auch um Kopf und Kragen reden von der Anzahl der Bereiche, die man da abdecken könnte. Das ist manchmal ganz gut, wenn wir Sachen aufgeteilt haben. Wir haben ja auch manche Folgen, die wir mit Links-Rechts-Shootern mal mit nach oben, unten-Shooter oder was auch immer. Wir haben ja teilweise auch wirklich dann versucht, schon mal Sachen von vorne rein einzugrenzen. Fab, du hattest auch noch ein paar Themen? Ja, also natürlich an allererster Stelle die CPC-Folge, die ich ja selber als erstes dann auch irgendwie vorbereitet und vorgetragen habe. Das war mir natürlich ein Herzensthema und ich habe das ja auch damals in einer Folge irgendwie abgefrühstückt, wie ich halt so bin. Damals waren die Folgen, also die Folgen ja noch nicht über mehrere Episoden irgendwie, die Themen. Und ich finde trotzdem, dass ich es relativ kompakt und umfassend, aber auch zusammengefasst habe und dass ich auch den Herrn, der das da alles irgendwie in die Wege geleitet hat, ich weiß nicht, wie hieß der nochmal? Egal. Auf jeden Fall habe ich den dann auch, irgendwie Sinclair hieß der oder so, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ach so, den meinst du ja. Ich muss überlegen, was du möchtest. Ja, der Typ, der Armstrad da irgendwie da entwickelt hat. Sir Clive Sinclair, glaube ich. Nee, nee, nee. Armstrad war Alan Sugar. Ah, genau. Entschuldige, Sinclair war der Spektrum. Ja, ja. Typischer Namensdreher. Alan Sugar. Ja, auf jeden Fall habe ich sogar dem irgendwie dann noch sein Leben dann noch so ein bisschen so aufgefächert und habe vor allem, natürlich bin ich auf die Hardware vom CPC eingegangen, weil ich da ganz viel wusste drüber irgendwie und das fand ich total spannend. Und dann hatte ich noch einmal diese Folge gemacht, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, über Computer aus der Steinzeit, sozusagen die Anfänge der Computerzeit mit Röhren und riesengroße Schränke. PCs im Wandel. Nein, nein, nein. Es gab noch eine, warte mal, ich glaube, Fab hat recht, gab es nicht noch was mit Steinzeit? Ja, ja, klar. Ah, die Sekte 34, Computer Steinzeit. Genau, weil du hast nämlich gemacht, Robbe PCs im Wandel. Ja, ja. Ich habe gesagt, er möchte noch mal noch weiter zurückgehen, weil dank seines Alters hat er noch viel mehr erlebt als wir. Ja, ich habe das ja alles selbst miterlebt. Schon 1812 bei der ersten Rechenmaschine war ich ja selber dabei, wie alle wissen. Aber, und ansonsten weiß ich gar nicht mehr so genau, bei welchen Themen ich überhaupt dabei war. Das ist alles schon so im Nebel des Retro irgendwie verloren gegangen. Aber es gibt natürlich so ein paar Filme, die besonders im Gedächtnis geblieben sind, wie zum Beispiel die 50. und die 100. vor allem, diese 28-Stunden-Mega-Sendung, die wirklich ein bisschen anstrengend war. Moment, die haben wir aber nicht live aufgezeichnet. Da waren wir schon ein bisschen, ich will nicht sagen, vernünftiger. Aber da haben wir dann tatsächlich Themen vor aufgezeichnet. Und ich glaube, von den 28 Stunden waren am Ende drei, vier Stunden Stammtisch live und vielleicht zwei Stunden im Rahmen. Ja, ja, das war jetzt nicht komplett. 28 Stunden haben wir da nicht rumgesessen. Das ist schon klar. Aber da waren halt auch echt längere Gespräche mit ein paar sehr hochrangigen Gästen und so. Und die waren doch sehr witzig. So kann ich mich an einiges erinnern. Und das war wirklich total lustig. Und ich sehe hier gerade Folge 70, Folge 71, CPC Part 2. Hä? Gab es da noch mal einen zweiten Teil über den CPC? Einen zweiten, einen dritten Teil sogar noch sozusagen, ja. Ja, irre. Kann ich mich jetzt, das ist mir komplett verloren gegangen. Ich bin leider ein totaler Retro-Demenz und das ist alles gelöscht schon aus meiner internen, alten, modischen kleinen Testplatte. Aber du hast vor allem dort mitgemacht bei dem Thema. Farbe. Ja, ja. Und es ist dann hart verbringt, weil es wahrscheinlich peinlich war, dass ich dann nur so ganz viel Halbwissen irgendwie verbreitet habe. Das war zusammen mit Jürgen und Andreas um deinen Gedächtnissen ein bisschen die Spurzung. Ja, stimmt. Es kommt so langsam. Die erste Folge von dem Zweiteiler war sieben Stunden 41. Oh mein Gott. Ich gucke in diese Liste und ich denke auch bei der Hälfte der Themen, ach, das haben wir gemacht. Und bei einigen Themen denke ich, ach, ich dachte, das kann ich noch machen. Das haben wir doch gar nicht gemacht. Das ist normal. Ich habe tatsächlich schon wieder komplett verdrängt, dass unser Origin-Thema ja schon so lang war. Ich hatte immer gedacht, man könnte ja noch mal ein Origin-Thema. Da denke ich, ach, das hat 2019, Robin, das ist noch nicht mal vier Jahre her und wir haben fünf Folgen gemacht. Och Gott, oh Gott, grausig. Also so alt ist man. Wo wir nochmal drauf eingehen können, sind auch einige Sonderfolgen, die echt cool waren. Wir haben ja diverse Crossover gemacht. Unter anderem mit Radio Parallax haben wir mal so ein Musik-Crossover gemacht. Wir haben eine Folge gemacht mit einem Podcast, ich glaube, der hieß Nerds Meetup, You oder Meets You und haben daraus Nerd Meets Retro-Cobot gemacht 2017. Ja, und die Zangstelle natürlich auch noch. Die Zangstelle war ein Crossover und dann gab es dann auch das ganz besondere Crossover, das meistgehörte von uns aus Gründen, nämlich mit Hardware-Mythen Folge 100, was wir zusammen mit Hoaxilla gemacht haben. Und das ist ja ein Crossover gewesen, wo die Folge, also die Themenfolge, nicht die 29 Stunden, die dann auch bei Hoaxilla mit ausgestrahlt ist im Feed. Und dadurch haben wir natürlich da nochmal ganz andere Hörerschaften gehabt und das war auch eine tolle Folge mit den Hard- und Software-Mythen. Das war sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, Christian schreibt im Chat, das Origin-Thema mit Paul Kreuz war viel zu kurz, Robin. Ja, und auf dieser Weise, auf dieser Frequenz nochmal, falls Paul zuhört, das war auf jeden Fall der Hammer, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil Paul natürlich, das, was er mitgebracht hat für diese Folge, war natürlich auch vieles aus seiner Zeit als Redakteur. Viele Sachen, die wir einfach nicht wissen, wo ich einfach nur blanker User war, wusste er halt vieles, was einfach im Hintergrund passierte. Ja, das stimmt. Das ist eine Folge, die muss ich mir tatsächlich nochmal wieder anhören, um dann festzustellen, was ich damals alles wusste, was ich heute nicht mehr weiß. Absolut, aber ich werde auch immer noch spannend, wenn ich jetzt in die Listen reingucke, wir hatten zu so vielen Themen tolle Leute, wir werden hier auch jetzt ganz viele vergessen, weil wir haben wirklich jetzt das Problem, wenn das teilweise fünf, sechs, sieben Jahre her ist, kommen wir nicht drauf. Im Chat wird schon wieder fabuliert, im wahrsten Sinne des Wortes, wann Fab eingeschlafen ist, Folge 18, das hatten wir schon. Ja, muss man eine Weile hören, aber es lohnt sich. Fab, das Schlimme ist, wäre es wahrscheinlich, wenn wir irgendwann bei der tausendsten Folge aus dem Altenheim senden, wird irgendeiner sagen, und wann ist der Fab noch eingeschlafen? Also bevor uns beiden das hier am Wasser hier passiert, dass wir hier einpennen, würden wir uns dann erstmal verabschieden. Eine Frage an euch, welche Themen würdet ihr euch wünschen? Und ich kann nicht sagen, hatten wir schon oder können wir wegnehmen? Was für Themen würdet ihr denken, können wir in Zukunft noch machen? Die Frage kommt mir ja nochmal an alle. Also Jenny hat gerade vorgeschlagen, Super Mario als Einzelthema, okay. Oh ja, cool. Finde ich nicht schlecht. Halten wir fest. Muss er denn super sein oder kann er noch Mario sein? Darf ich da auch über Jenny reden? Ja, klar könnt ihr das. Nur mit Pseudonym. Also Super Mario ist ja ziemlich vielfältig auch und natürlich sind so alles, was so nachgemacht ist und versucht er das Gleiche zu machen, auch ein Thema natürlich. Absolut. Ja, dann danken wir euch nochmal für die Teilnahme am Thema, für den spontanen Besuch heute und habt noch ein paar schönen Tage und einen schönen Urlaub. Vielen, vielen Dank und wir wünschen euch noch ganz viel Spaß und ich hätte auch noch vielleicht ein Thema, was interessant wäre, das ist allerdings nicht so sehr retro, aber wie Robin ja schon ganz am Anfang gesagt hat, dass VR ein großes Thema ist und da könnte ich mir in die Richtung vielleicht auch noch was vorstellen, denn das geht gerade wieder richtig los. Wenn wir das kombinieren mit 3D, wäre es ein tolles Retro-Thema, weil VR begann, da können wir ja mal in Tom nochmal fragen, irgendwann ja erst in den späten 90ern oder Mitte 90er, glaube ich so ein bisschen und die ersten 3D-Versuche waren ja vorher, das könnte man vielleicht kombinieren, dann hätte man ein Thema, was so ein bisschen überspannt ist, ist auch eine schöne Idee, aber da werden wir mit Sicherheit dann mit dem Richard nochmal was überlegen, weil er ja da wirklich den VR-Bereich zumindest von Anfang an mitgemacht hat, finde ich eine gute Idee, definitiv. Ja, schönen Gruß auch an Richard, er ist jetzt schuld daran, dass ich mir tatsächlich eine Pico 4 zugelegt habe. Vielen Dank. Das hören wir häufig, wir sind schuld, andere sind schuld. Ich habe hier eine Quest 2 rumliegen, die ich aber wahrscheinlich irgendwann dem Museum übergebe, da versuchen wir jetzt noch die Retro-Sachen drauf hinzubekommen, da ist er auch dran schuld. Er ist auch gerade da und der ist schuldige. Hallo, ich höre gerade meinen Namen und dass ich hier beschuldigt werde, das höre ich gerne, vor allem, wenn es um VR-Themen geht. Absolut, da hast du ja auch noch ein paar Ideen, das hatten wir ja schon mal im Vorgespräch gehabt. Vielen Dank auch nochmal, wie gesagt, heute für das Sponsoring der Sendung, dass du wohl mitgeholfen hast, du bist heute neben Dragonbox einer unserer Großunterstützer, also vielen Dank nochmal dafür und dass du auch beim Stammtisch und auch bei den letzten Sendungen bei uns so tatkräftig mitgeholfen hast. Auch da nochmal dir persönlich ein Dankeschön. Ja und ich muss auch nochmal ganz schnell darauf hinweisen, dass 200 Folgen heißt ja dann im Prinzip auch 200 Interviews. Ja, nicht ganz, wir hatten Sonderfolgen, wo wir kein Interview hatten, beziehungsweise wir haben manchmal ein Interview zweimal ausgeschreibt, was nicht fertig war, in zwei Teilen, aber ich glaube, wir haben 192 oder 193 Interviews. Kommen wir nachher nochmal drauf, das ist auch nochmal hier ein extra Bereich in der zweiten Folge, aber ja, das wird vor allem nachher ja bei den Statistiken interessant. Ganz kurz, ich war eben noch bei den ganzen tollen Experten, die können wir hier gar nicht mehr alle aufzählen, aber wenn ich hier durch die Liste durchgehe, wir hatten bei den Zeitschriften-Themen, bei den Discmax-Themen hatten wir einen Herausgeber von den alten Wetzig-Discmax mit dabei, bei Arcade war natürlich Michael von Dragonbox, ein absoluter Spezialist, wir hatten Paul Krautz, glaube ich, bei ein oder zwei Themen dabei, wir hatten René Maier mit dabei, beim DDR-Thema, wir könnten hier wirklich von jedem Thema, wir hatten den Malban bei der Wectrex mit dabei, was sensationell war, sonst wäre es auch kein Sechsteiler geworden, und auch alle anderen, die mitgemacht haben in den Sachen, da ist mit Sicherheit inzwischen eine hohe zweistellige Anzahl an Thementeilnehmern aufgelaufen und bei denen müssten wir uns eigentlich bei jedem persönlich bedanken, weil jeder hat auch seinen Part dazugebracht und das macht es auch gerade so abwechslungsreich und interessant, finde ich. Also ich habe da auch, muss ich leider zugeben, bei einigen Leuten gar nicht mehr, ich könnte jetzt, wenn du mir ein Thema nennst, Robin, ich wüsste teilweise nicht, wer in dem Thema mit dabei war, das ist gar nicht mehr möglich bei der Masse an Themen. Nein, also ich bin auch beim Durchfliegen hier durch unsere Podcasts und diese Liste fassen Patrick und ich natürlich nur relativ selten an und das ist für uns häufig einfach ein, beim Interview gucken wir mal, hatten wir den eigentlich schon? Ich muss, wenn neue Themenvorstärke kommen, jetzt inzwischen tatsächlich schauen, ob wir das schon hatten und diverse Male muss ich auch Leuten, die seit Jahren bei uns mitmachen, sagen, du, das hatten wir vor drei Jahren, das passiert also nicht nur uns, nicht nur uns, sondern auch den anderen, auch denen, die die Podcast hören und auch Fab sagt ja eben, oh Gott, ich habe nochmal das TPC gemacht, das ist irgendwann also tatsächlich manchmal dann, ja, schwer zuzuordnen, das ist auch beruhigend. Klar, und vor gar nicht allzu langer Zeit auch das Papyrus-Thema, weißt du noch, Robin? Ich weiß es noch, ja. Ich musste eben nachlesen, jetzt weiß ich es auch noch. Das war in diesem Jahr, Fab. Ja. Stimmt, im Januar, oh mein Gott, das ist noch gar nicht so lange her, aber für mich ist schon wieder so viel passiert in der Zeit, weil Kinder wachsen ja, vor allem in jungen Jahren und da, ich sag's dir, man hat entweder Kinder oder ein Leben. Ich weiß. Oder ein Podcast, nein, okay. Wir können ja nochmal eine Runde hier machen, was ihr noch so an Themen, Ideen habt oder was ihr denkt, was nochmal kommen kann, das finde ich immer sehr interessant. Wohl noch beim Thema Tetris waren, ich hatte das ja noch mitgehört, aber du konntest ja nichts sagen. Ich weiß ja nicht, wer sich schon mal Tetris-Effects angetan hat und auch da gibt's ja ein VR-Support für die Playstation VR 1, ich glaube auch für die 2, bin mir noch nicht sicher, oder ob das, oder dass man sich schon mal angetan hat in irgendeiner Form, mit oder ohne VR. Ich, ich hab's vorhin auch kurz erwähnt, aber ich hab das schon Gefühl, das ist wirklich ein abgefahrener Effekt. Das war eins der Spiele, die Jenny vorgeschlagen hatte im Thema tatsächlich Tetris-Effects von 2018, aber ich glaube nicht die VR-Fassung, ich glaube die normale. Im Chat sind schöne Vorschläge, ich finde ihn einen Vorschlag von Christian super. Wenn du mitmachen möchtest, Christian, ich wär bei dem Thema MB Microvision dabei, das war eine meiner ersten Konsolen. Wir haben auch zwei kaputte davon im Museum liegen. Hätte ich Lust zu, da müsstest du aber mitmachen, weil ich glaube, wir finden wenige lebenden Zeitzeugen, die dieses Gerät in der Hand hatten. Das war das erste, ich weiß nicht, hoffentlich ist es falsch, ich glaube das erste Handheld für Privatleute. Mit Austauschbahnspielen, das war das Richtige. Genau, genau. Das war weit vorm Game Boy. Würde ich gerne machen. Fand ich damals cool. Cooles Thema auf jeden Fall. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Das wären ein Teil, aber da gibt es nur acht Spiele, sieben Spiele, neun Spiele, irgend sowas. Ich hatte mal fast alle. Ich kann mich erinnern. Aber heute ist es auch grafisch schwierig, muss man ganz klar sagen. Ja, wir sind bei Themenideen, können wir gerne nochmal gucken. Fab, für was können wir dich nochmal begeistern? Ihr sagt nicht, wir könnten mal was über den CWC machen, aber ... Nein, aber ich meine, in Anbetracht der Tatsache, dass ganz am Anfang der Amiga stand und da euer Wissen doch sehr begrenzt war, weshalb ich auch unbedingt dann da was dazu sagen wollte damals, könnte man natürlich im Amiga, für den Amiga dann nochmal ein bisschen was ausrollen. Keine Ahnung, ob da noch Bedarf oder Interesse besteht. Absolut, aber man müsste es ein bisschen einschrecken. Du kannst halt keinen Rundumschlag mehr machen. Das ging ja beim Silvestri nicht, das ging ja beim Amiga halt auch nicht. Ja, ich weiß. Aber da jetzt sich einen Bereich rauszupicken ... Vielleicht sowas wie, dass der Amiga nach seinem Ableben oder so. Was danach passiert ist bis jetzt. Hatten wir schon mal neue Amiga-Spiele? Ich weiß es ehrlich gesagt. Gibt es auf jeden Fall, jede Menge. Nein, hatten wir das schon als Thema. Ich frage direkt. Ach so, hatten wir schon. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Nein, nein. Im Chat wird auch überlegt, was wir hatten. Nein, Mikrovision hatten wir definitiv nicht. Das hätte ich gemerkt, weil das war ja eins meiner Rede. Ich glaube, moderne Amiga-Spiele hatten wir auch noch nicht. Man könnte es auch eingrenzen auf meinetwegen Hardware für den Amiga, nachdem er nicht mehr produziert wurde oder so. Gut, da müsste man auch wieder Leute finden, die danach noch ganz viel Hardware hatten außer dir. Aber das ist eine gute Idee. Auf Spiele Hardware kann man auch ein Zweiteil daraus machen. Finde ich auf jeden Fall gut. Also es gilt ja wie immer bei uns. Wenn sich mindestens drei Leute finden, sind wir ja offen für alles. Stefan, hast du noch Wünsche oder Ideen, was unbedingt mal gemacht werden muss? Ich habe jetzt gerade eben überlegt, mir sind eigentlich nur, also es ist eigentlich nur, man könnte vielleicht mal Miyamoto's Wirkung versuchen aufzugreifen. Der war ja nun wirklich, wirklich wichtig. Oder so ein kleines Fable, die Bitmap Brothers könnte ich mir auch gut vorstellen. Definitiv. Schöne Idee, ja. Gab es denn mal eine Atari ST-Folge überhaupt? Ich glaube, Atari ST war mal geplant, ist aber nie gemacht worden. Das stimmt, es gibt ja keine User für den Computer. Stimmt ja. Es war schwierig, weil ich hatte damals zwei Experten zusammenbekommen. Ich selbst hätte nicht mitmachen können. Ich hatte einen Musiker, einen recht bekannten Musikproduzenten, der mitmachen wollte. Das ist aber fünf Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob ich den nochmal wieder erreichen würde. Der jahrelang mit dem ST im Studio gearbeitet hat. Den fand ich ganz gut von der Seite. Aber ich glaube, das haben wir dann nicht... Nee, ich weiß auch noch warum. Ich habe den damals an eine Methodistrohung geschickt. Na, Quatsch. Das ist Berlin. Ja, bei Fab musst du immer Überraschungen rechnen. Ja, Oliver, du kannst ja schon mal spoilern, was das nächste Mal Thema wird. Denn das war auch ein Wunsch von mehreren Leuten. Und da bist du mit dabei gewesen. Das ist ja mit Sicherheit auch eine Sache, die dich interessiert hat. Ja, das waren die GBA-Geheimtipps. Genau, da geht es nämlich nächstes Mal weiter. Und wir haben natürlich auch traditionell daraus einen Zweiteiler gemacht. Das kommt auf jeden Fall in zwei Wochen auf euch zu. Hast du sonst noch was, wo du sagst? Das könnte spannend sein. Du hattest ja schon gesagt, Lars Ninja hatte dir gefallen. Du hattest, glaube ich, auch mal über Turrican nachgedacht. Ja, über Turrican hatte ich mal nachgedacht, das so ähnlich wie bei Lars Ninja halt so aufzuziehen, weil es ja auch eine relativ überschaubare Reihe ist. Wo es meiner Meinung nach auch sich wirklich lohnt, sich die Titel mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Eine Sache, die ich auch reizvoll fände, nur ich fürchte, da findet man kaum Leute, die sich damit beschäftigen wollen. Das wäre Wolf Team. Wolf Team sagt vielleicht kaum ein, wenn man den Namen in den Raum schmeißt. Nur das ist ein Entwickler, der bei Sega irgendwie so in der zweiten Reihe immer eine ganze Zeit war. Und der ist aber irgendwann richtig berühmt geworden, weil von denen stammt die Tales-Reihe. Wie gesagt, wenn du da Leute findest, ist das eine schöne Idee. Ich habe selber, ich müsste jetzt mal gucken, wie lange, ich habe fünf Jahre gesucht, bis ich zwei Leute gefunden habe, die mit mir zusammen Sharp MZ700 machen. Ich weiß, Wolf Team ist auch tatsächlich eine Firma, ich habe mich selber mit den Spielen nicht so sehr mit beschäftigt. In der letzten Zeit ist es ein bisschen hochgekocht, weil Limited Run zwei Megadrive-Klassiker von denen tatsächlich neu auflegt. Ich finde diese Idee mit den Firmen eigentlich gut. Da sind einige, die man machen könnte. Wenn man da Leute findet, die die Sachen auch kennen. Ich fand auch die eine Firma, die die GBA-Sachen teilweise gemacht hat, war das Schienen. Wie hießen die? Schienen, ja, sicherlich auch. Wenn ich für mich so denke, die kannte ich zwar vorher nicht, aber ganz viel, was die gemacht haben, finde ich toll. Und die sind greifbar. Ja, das macht Sinn. Also ergibt Sinn, sowas. Wir sind da flexibel, auf jeden Fall. Und auch wenn die Hörer Ideen haben, da gibt es auch schon im Chat noch einige Hinweise. Ich glaube, ICAM war Thema. Ich mache mich irren, aber ich glaube, ICAM war Thema. Entschuldigung, was ist ICAM? Uninvited, Déjà-vu. Nein, haben wir nicht gehabt. Aber zumindest ist das Thema irgendwann mal bei uns auf die Liste gekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Natürlich haben wir Info.com als Adventure. Nein, nicht Info.com, ICAM. Ach so. ICAM Adventures, das waren die, die diese Adventures gemacht haben, die so eine Fensteroptik hatten, wie Déjà-vu, Déjà-vu 2, unentweitet. Nein, war nie bei uns Thema, definitiv nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es angesprochen wurde. Ja, vielleicht beim Talk oder sowas. Bei den Adventures vielleicht. Nee, als Vorschlag. Ich bin auch der Meinung, wir hatten Info.com. Wann hatten wir die? Hatten wir die? Wir hatten Legend. Aber hatten wir Info.com, hatten wir auch noch nicht zum Beispiel. Nein, Info.com nicht. Und auch nicht Magnetic Scrolls, meine ich auch nicht. Genau, wir hatten nur Legend Entertainment. Das hatten wir definitiv. Das waren vier oder fünf Teile. Das weiß ich noch. Da ist auch noch einiges möglich. Aber es ist halt schwierig, tatsächlich bei einigen Themen, mehrere Leute, die sich dafür interessieren, zu finden. Ja. Die Low-Hanging-Fruits haben wir schon abgefrühstückt, ja. Die Low-Hanging-Fruits. Genug Leute kennen, lassen wir da auch drüber reden. Ja, aber wir haben von Anfang an auch Nischenthemen bearbeitet. Wir waren immer offen für alles. Und wir haben auch sehr früh den CPC gemacht, Fab. Ich wiederhole das ja nochmal. Wir waren da ja schon offen für Randgruppen. Also das musst du uns schon zugestehen. Ähm. Okay. Folge 18. Also das ist schon eine sehr frühe Folge gewesen. Nein, wir sind da flexibel. Also Randgruppen. Der Computer des Jahres 1985. Mit aus der Geschichte kommst du auch niemanden. Der Computer sagt, ja, das hat er, glaube ich, in jeder Folge erzählt. Ja, ich glaube auch. Einer der größten Irrtümer der Geschichte, ja. Mal gucken. Ja, wie gesagt, ein paar Themen hatten schon im Videostammtisch, aber das ist getrennt vom Podcast. Also das würden wir natürlich auch nochmal mit aufgeben. Mir fällt aber noch eins ein, weil nämlich gerade der Christian Harschal mit Mab Brothers waren doch schon recht viele im Videostammtisch. Aber was wir auch, Graft Gold. Finde ich cool. Finde ich sehr, sehr gut. Ist aber auch nicht einfach, weil da waren viele Spiele mit bei, die gar nicht so viele Leute intensiv gespielt hatten. Das ist so eine Top 2, 3, die hat jeder gespielt und der Rest lief leider unter dem Radar. Ja, dann beschäftigt man sich damit halt mal mit, nicht wahr? Absolut. Nur ich habe einige Graft Gold-Spiele bis heute nicht verstanden. Das liegt nicht immer nur an mir. Dann beschäftigt man sich da vielleicht nochmal mit, nicht wahr? Ja, ja, ja. Aber da können wir auch mal den Ball zurückgeben. Ich würde mich ja auch freuen über Jeff Minter, Oliver. Ja, das hat aber, glaube ich, andere Probleme, weswegen das nicht zustande kommt. Ja, aber es ist natürlich auch nicht einfach, weil das ja auch ein sehr großes Gesamtwerk ist, was man von sehr vielen Gesichtspunkten sehen kann. Also es gibt ja da immer scheinbar so verschiedene Möglichkeiten. Also entweder die alten Computer an sich oder die Spielefirmen oder die Spielegenres. Und da ist, glaube ich, auch noch eine Menge möglich bei Spielegenres. Absolut. Da gab es ja auch schon einige Ansätze. Klar, wie gesagt, wir werden immer Themen finden, aber es ist halt auch wirklich wichtig, dass jemand die Sachen auch gerne hat, weil wir können natürlich nicht irgendwas nehmen. Also wie gesagt, wenn Robin und ich ein Thema machen über Apple-Computer oder über Spectrum, dann ist das nicht sinnvoll. Aber andere Sachen, wo man sein Herz dran hängt, da musst du halt immer noch Leute finden, die es ähnlich sehen. Man kann natürlich auch mal jemanden nehmen, der es von der anderen Seite sieht oder einen neuen Blick drauf werft. Aber du musst ja grundsätzlich erst mal das, über was du redest, auch in irgendeiner Form mögen. Sonst wäre das ja kein schönes Thema. Kann sein. Man kann aber auch sich mal intensiv mit irgendwas auseinandersetzen, was man noch gar nicht kennt. Meinetwegen die Anfänge von Apple-Computern oder so, aber das erfordert natürlich Disziplin. Das ist ja hier auch ein Fremdwort. Also das habe ich ja auch nicht. Das stimmt. Wie gesagt, von anderer Seite ran gucke, ich habe jetzt auch als Beispiel, das habe ich ja selber so gemacht, jetzt bei GBA zum Beispiel. Ich hatte nicht viele Spiele auf dem GBA, da habe ich mich dann jetzt mit vielen Spielen wieder befasst. Da war es kein Problem, weil du kannst dich halt schwer mit einer ganzen Geschichte eines Systems, wo du niemals einen Zugang zu hattest, kann man sich schwer heute neu reinarbeiten. Das ist ganz, ganz schwierig. Apple kannst du nicht aufrollen, wenn du Apple nie gemocht hast als Firma, dann bist du da der falsche Ansprechpartner für. Was nicht heißt, ich würde mir liebend gern einen Podcast über Apple-Geräte anhören. Das würde ich toll finden. Das würde dann einfach eine Hassfolge. Auch okay. Nee, aber das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn, weil wir wollen ja nicht Leute aufstoßen. Und wenn jetzt zwei, drei Leute sagen, wir sind die absoluten Apple-Jünger und die haben da eine tolle Idee, würde ich sofort sagen, machen wir. Und ich würde es auch mit Freude hören, aber ich würde da definitiv nicht mitmachen können als Beispiel, weil da fehlt der komplette Zugang. Und der ist ja bei einigen Leuten Jahrzehnte. Ich habe mich auch gefreut, dass wir bei uns im Museum einen Apple II GS stehen haben. Der macht mir auch Spaß beim Angucken, aber ich habe weder von dem Gerät irgendeine Ahnung noch irgendwelche Gefühle dazu. Ich finde das Gerät spannend, aber das war halt nicht meine und auch für viele andere nicht unsere Welt. Bei einem Apple-Thema wäre ich aber dafür, dass wenn da irgendjemand nicht nur hier vom Thema selbst, sondern wenn irgendjemand so völlig übertrieben anfängt, über die Firma zu schwärmen, dass irgendjemand da so einen Engelsgesang da reinschneidet in den Podcast. Ich müsste mich sehr zusammenreißen, sowas nicht zu tun. Das ist das Problem, Oliver. Wie gesagt, aber ich würde es trotzdem gut finden, wenn wir auch solche Sachen natürlich mit reinnehmen können. Aber das ist halt noch eine andere Situation. Und auch ein Thema, was du mal vorgeschlagen hattest, würde ich liebend gerne machen, aber da finden wir auch nicht auf einfachem Wege viele. Saturn würde ich als Thema total genial finden. Das mit dem Geheimtippsthema. Ja, aber ich selber hatte nie einen Saturn. Ich müsste es wie von außen abarbeiten, würde ich gerne tun. Aber wir haben auch nicht mal einen dritten gefunden, der mitmachen würde. Ja, es sind ein paar Themen aufgekommen jetzt, eine getriggerte. Da kann ich gerne auch irgendwann mal was zu sagen, weil ich bin eigentlich, also zum Thema Apple, ich war auch immer eigentlich kein Apple-Verfechter, habe aber das Thema geliebt, wie damals die groß geworden sind. Da gab es auch mal eine Dokumentation im, weiß gar nicht, im NDR oder sowas, Computer, die die Welt verändern oder sowas. Die habe ich ja verschlungen. Und dann habe ich mir auch die ganzen Filme angeschaut, es gibt ja mehrere von. Plus, dass die Biografie von Steve Jobs habe ich mir mindestens zweimal reingezogen als Audible. Und bin ja dann erst, ich war ja auch immer Windows und DOS, also DOS, Windows und so weiter, ja, den Werdegang, den die meisten kennen, wegen den Videospielgeschichten. Und bin auch erst durch das iPhone 3 gezwungen worden, mir ein Mac zu kaufen. Und dann habe ich dafür erst angefangen, mir auch die Programmiersprache beizubringen und dafür zu entwickeln. Und seitdem bin ich eigentlich auch, was soll man sagen, konvertiert nicht unbedingt, aber ich bin auf jeden Fall jemand, der es zu schätzen weiß, mit Mac zu arbeiten, aber mache ich weiterhin auch für alle anderen Geschichten weiterhin alles mit dem Windows-Rechner. Und das finde ich spannend. Gut, als Entwickler musst du ja auch dir alle Möglichkeiten offen halten. Das ist ja auch völlig klar. Weil es wäre ja nicht sinnvoll, wenn du irgendwelche Systeme aus persönlichen Gründen ignorieren würdest. Genau, auch das iPhone an sich. Also ich meine, das war mein erstes iPhone und vorher hatte ich ja auch nur Nokia und natürlich Blackberry-Entwicklung gemacht, aber dann auch, wie das ja alles dann verschwunden ist, nachdem das iPhone sozusagen salonfähig wurde. Ja, das gab ja schon andere. Newton hat ja versagt damals aus verschiedenen Gründen. Das hat Apple dann wieder dank des Jobs wieder gecancelt. aber jetzt der zweite Anlauf hat ja dann gefruchtet und wie wir alle wissen, gibt es ja diesen App, diesen iPhone-Effekt wie der hieß vor 15 Jahren und dann sind ja all die Großen auch verschwunden. Also auch allein, das ist ja schon ein großes Thema und so weiter und so fort. Aber ja, nach wie vor ist ja Mac immer noch ein Thema. Wie gesagt, absolut, aber auch das wäre ein Vielteiler und da müsste man wirklich auch mit zwei, drei Leuten sich wirklich wahrscheinlich länger mit beschäftigen. Aber wie gesagt, wir sind für alle Ideen offen, auch was im Chat teilweise geschrieben wird, alles kein Problem. Genau. Wie gesagt, wir sind flexibel. Wer einen Vorschlag hat oder sich selbst einbringen möchte, schreibt uns da gerne eine Mail. Wir gucken, ob wir ein Team zusammenbekommen und dann sind wir da wirklich offen für alles. Weil was ich schon vorhin sagte, das, wo man denkt, das interessiert wahrscheinlich jetzt wirklich keinen mehr, das waren teilweise von den Abrufzahlen die erfolgreichsten Folgen. Also da kann man überhaupt keine Prognose abgeben, weil ich glaube, viele freuen sich, auch wenn sie mal etwas hören, wo sie selten was drüber gehört haben. Mir fällt noch ein, ich möchte unbedingt auch mal den Virtual Boyards-Thema machen, aber da haben wir auch bisher noch nicht genügend Leute. Da arbeiten wir aber dran. Das könnte sogar noch dieses Jahr klappen, wenn wir uns ranhalten. Aber Virtual Boy wäre auch hochinteressant. Den hatte ich zwar früher auch nicht, als er rauskam, aber da haben wir uns wegen des Museums jetzt in den letzten Monaten eigentlich sehr viel mit beschäftigt. Und da ist ja die Spieleanzahl auch, nennen wir es mal, übersichtlich. Ja, ich würde mal sagen, wir machen ein kleines bisschen weiter im Podcast. Wie gesagt, ihr könnt gerne mit dabei bleiben und weiter mit einmischen. Wir hatten schon gesagt, nächstes Mal gibt es die GBA-Geheimtipps. Die haben wir zusammen mit Arne und dem Blindgänger Christian bearbeitet und Oliver natürlich. Wie ich vorhin schon sagte, von ihm kam ja auch unter anderem die Idee dazu. Wir machen hier mal weiter mit weiteren Grüßen. Diesmal von Bernd Buchecker von Cosmos Design. Den hatten wir auch schon im Interview mit seiner spannenden Geschichte zu dem Spiel Outrage, wer sich daran noch erinnert. Dann haben wir eine kurze Werbung in eigener Sache. Machen einen weiteren Einspieler von Jürgen, der zweite Retro-Quickie über Companions of Xenth. Und dann gibt es zur Entspannung nochmal eine Musik von Comico Quiet Saturday. Und dann geht es endlich zum zweiten Teil des Quizzes der Judi-Ausgabe. Liebe Retro-Komboter, Bernd aka Panther hier. Und ich darf euch im Namen von Cosmos Designs herzliche Gratulation zu eurer zweihundertsten Podcast-Folge wünschen. Ihr seid einfach die Geilsten. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben es immer gesagt und dazu stehen wir. Der Podcast ist und bleibt auch zukünftig kostenlos. Wir werden weiterhin jeden Monat über 10 Stunden Retro-Kompott sowie weitere Formate für euch bereitstellen. Die Planung, Vorbereitung und Durchführung dieser Projekte mit den Themen, Einspielern, Interviews und Tests nimmt viele Stunden Zeit pro Woche in Anspruch. Wer aus einer kleinen Summe im Monat unterstützen kann, hilft uns, das Projekt langfristig zu sichern und weiter zu optimieren. Unterstützen kann man uns zum Beispiel bei Patreon oder Steady. Unterstützer erhalten noch mehr Content und sichern damit auch den Fortbestand unserer Projekte. Wir freuen uns auch über spontane Spenden über Paypal, falls euch zum Beispiel eine Sendung oder ein Thema besonders gut gefallen hat oder ihr unser Museum in Hamburg unterstützen möchtet. Mindestens genauso wertvoll wie finanzielle Unterstützung ist mit Hilfe im Backoffice. Wer Lust hat, Interviews mitzusetzen oder zu transkribieren oder Inhalte auf der Webseite zu pflegen, kann sich jederzeit bei uns melden. Zeigt uns mit eurer Unterstützung, dass der Versuch, einen kostenlosen Podcast durch die Community, also durch euch, langfristig zu sichern, tatsächlich möglich ist. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrocomport.de Vielen Dank! Retro-Quickies Zeitsprung 1993, vor 30 Jahren, starb das Text-Adventure ein zweites Mal. Ein paar Jahre davor war mit der Schließung von Infocom das Genre schon einmal fast zu Grabe getragen worden, aber die kleine Firma Legend Entertainment, die hatte ein Herz für Spieler und machte weiter. Wir können auch dankbar sein, dass ihr ursprünglicher Gedanke, nämlich unter dem Firmennamen Challenge Games endlich mal richtig schwierige Adventures zu schreiben, sich nicht durchgesetzt hat. Jedenfalls brachten sie eine gute Handvoll Text-Adventures auf den Markt, bis sie 1993 mit Companions of Xand auch diese Brücke abbrachen und auf eine rein grafische Oberfläche umschwenkten, wobei hier trotzdem unter der Haube noch die alte Engine werkelte und der Spieler an der rechten Seite Verben anklicken konnte. Das Spiel basiert auf dem 16. Band der Xand-Buch-Reihe des Autoren Pierce Anthony. Wer die Bücher nicht kennt, Xand ist eine Fantasy-Welt, die extrem stark auf Wortspielen und pubertärem Jungs-Humor basiert. Kann man mögen, muss man aber nicht unbedingt. Raffinierterweise geht's in dem Buch um zwei Jugendliche aus unserer Welt, die durch das Computerspiel Companions of Xand in besagtes Reich gesaugt werden. Und genau diese Situation spielen wir in unserem Spiel erst einmal nach. Wir bekommen ein Päckchen mit dem Spiel und landen ein paar Minuten, nachdem wir's dort in unseren virtuellen PC geschoben haben, in Xand. Zuerst dürfen wir einen Gefährten aussuchen, der uns durch die Gefahren und Rätsel lotsen soll. Hier kommt direkt eine kleine kalte Dusche. Zwar dürfen wir aus vier Gefährten auswählen, aber bei dreien davon ist dann im nächsten Bildschirm Game Over. Ohne vorherigen Hinweis bei der Auswahl, ohne Warnung, einfach Schluss. Dann hätten sie das Spiel auch einfach die Gefährtin nennen können und das andere einfach weglassen, aber hey, okay. Der Rest des Spiels ist mehr als ordentlich gemacht, wenn ihr denn gute Englischkenntnisse habt und mit Wortspielen umgehen könnt. Sonst habt ihr natürlich dank des Inventars und der durch die wenigen Verben beschränkten Aktionsmöglichkeiten auch die Chance, euch mit Trial und Error durchzumogeln, aber befriedigend ist das dann nicht. Toll dagegen sind die witzigen Dialoge und die gelungene Präsentation. Ich kann das Spiel zwar nur bedingt empfehlen, weil ich mit diesen Wortspielen und dem Humor so meine persönlichen Probleme habe, aber hey, wer bin ich schon? Eben. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber Flash Gordon war früher, den Rest weiß ich nicht. Rot, weiß, schwarzes Logo. Meinst du Titus, Robin? Titus, danke, Titus Software, ja. Das wurde im Chat gerade gespoilert. Und wir nehmen dann Robins Theorie mit, ist nur gut. Wenn du es auf dem PC kennst, dann muss es das ja sein. Ja, wenn du es auf dem C64 kennst, dann habt ihr euch ja wieder gut genähert. Das ist völlig richtig. Super. Und Titus ist natürlich ein Fuchs. Ein Fuchs, Entschuldigung, sieht aber so ein bisschen rattig aus, oder? Oh. Na gut, ich glaube, die Firma ist tot, dann kann man das sagen. Frage Nummer 10. In welchem Spiel trifft man die Wahl zwischen Paladin, Amazon, Barbar, Zauberin oder Nekromant? Betrayal-Ed, Kron-Dor, Diablo 2, Dragon Wars oder Golden Axe 2? Bei Golden Axe gibt es doch keinen Nekromant, oder? Gibt es da nicht nur drei? Gibt es da nicht nur den Zwerg, den Krieger und die Amazone? Oder gibt es da vier? Was waren nochmal die Antworten, Wolfgang? Ich bin gerade wieder... Betrayal-Ed, Kron-Dor, Diablo 2, Dragon Wars oder Golden Axe 2? Aber Nekromant klingt doch nach Diablo 2. Ich weiß noch nicht mal, ob das alles Rollenspiele sind. Nee, das Golden Axe ist ein Action-Spiel. Das ist einer so der Launch-Titel für das Mega Drive. Das gab es nicht vorher auch als Automat. Kannst du am Anfang zwischen drei Charakteren auswählen, meine ich, und da gibt es keinen Nekromant. Was soll denn auch ein Nekromant in so einem Brawler? Nein, also ich glaube, der Nekromant ist bei Diablo 2, aber ist das nicht erst in dem Add-on, der Nekromant? War das eine Antwort, Diablo 2? Ja, ja, war eine. Da gab es sowas, aber gab es dann Paladin? Ja, wahrscheinlich. Was war das andere? Gott, ich kann mir nicht mehr viele Sachen merken. Traurig. Dragon Wars und Betrayal at Kron-Door. Dragon Wars ist ein Rollenspiel. Das ist der Nachfolger von, das ist Interplay. Das ist der Nachfolger von 1, 2, 3. Das ist dieses mit dem genialen Cover, wo du diesen etwas dümmlich aussehenden grünen Drachen hast auf dem Cover, der nach den Leuten giert. Da würde, das wäre, hatten die da schon die AD&D-Lizenz nicht mehr? Ich weiß es nicht mehr, Dragon Wars. Da gab es halt diese vier Sachen. Ja, der Nekromant, der löst halt bei mir irgendwas aus. Den hast du jetzt zu Diablo gepackt gerade? Ja, ja, genau, weil ich glaube, den Nekromanten gibt es bei Diablo 2, den gab es beim Add-on, bei dem Mission-Pack. Ich habe keine Ahnung. Entweder riskierst du es, wir haben jetzt schon so viel geredet. Wir geben es an den Chat weiter, der Chat soll uns mal sagen, was das ist. Gut, dann stell die Frage nochmal langsam und chattauglich. In welchem Spiel trifft man die Wahl zwischen Paladin, Amazone, Barbar, Zauberin oder Nekromant? Betrial at Kron-Dor, Diablo 2, Dragon Wars oder Golden Axe 2? Jetzt dürft ihr antworten, lieber Chat. Und jetzt hoffen wir, dass die Antworten in Massen kommen. Der Lord Antrax hat es ja im Prinzip schon gesagt. Ich habe zum Glück nicht auf den Chat geguckt. Ach, da steht es, Diablo 2 hat er geschrieben. Ja, ja, deswegen. Ich bin glücklich, dass ich nicht auf den Chat geguckt habe. Also, ich habe es tatsächlich auch nicht gesehen. Wir hätten einfach schummeln können. Scheiße. Ach Gott. Also, lieber Lord Antrax, du hast, äh, der Lord Antrax aus Berlin, der hat gesagt, es ist Diablo 2. Ich habe das auch in Vermutung. Lords of Destruction ist, glaube ich, mit dem Nekromanten. Dann bekam man den irgendwie dazu. Dann nehmen wir den Diablo 2, sonst haben wir zwei Schuldige. Wir warten nochmal, bis der Lord Antrax sich meldet. Er hat es ja schon reingeschrieben. Es steht da ja. Ich habe es aber auch nicht gesehen tatsächlich. Mensch, jetzt spoilert der Chat schon, wir kriegen es nicht mit. Also, wir nehmen schon mal Diablo 2, Robin. Das ist jetzt ziemlich sicher. Okay, fair play von euch, dass ihr den Chat-Joker genommen habt. Wir haben es nicht gesehen, sonst hätten wir natürlich nicht genommen. War es nicht kaputt, direkt wieder eingerissen. Okay, ja, wir müssen ehrlich bleiben. Frage Nummer 11. Welche Form hat Segas kultiges Raumschiff Opa-Opa? Ein Dreieck, ein Oval, eine Kugel oder ein Quader? War Opa-Opa Sonic? Weiß das jemand? Ich weiß nicht mehr, was Opa-Opa ist. Ein Raumschiff. War das Sonic? Irgendwas klingelt da bei mir, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe Sonic ja nicht lange gespielt, aber wir hatten doch schon mal so eine Frage mit Opa-Opa. Irgendwas war doch da schon mal. Wir haben doch Sonic im Stammtisch gehabt. Gab es da ein Raumschiff? Ja, gab es. Also, ich habe keine Ahnung, aber ich könnte da auch einen schlechten Oma-Oma-Gag machen. Sag doch mal die Antworten, bitte, Robin. Dreieckig, oval, kugelförmig oder quaderförmig. Also, A oder D hätte ich mir gemerkt, das wäre komisch gewesen. Das muss normal ausgesehen haben. Ich habe es vergessen, wenn es bei Sonic war. Oh Gott. Also, entweder rund oder das davor. Also, auf keinen Fall ein Dreieck. Oder ich bin mit Sonic auf einem völlig falschen Trip gerade. Da gab es doch, Robin, da gab es doch schon mal eine Quizfrage zu. Mich darfst du nicht fragen. Ich weiß nicht. Ich vergesse ja auch schon die Sachen vom letzten Monat, deswegen. Aber Opa-Opa war schon mal irgend so ein Gag. Das hatten wir schon mal irgendwie. Vielleicht gab es die Frage auch schon mal, Wolfgang, verarscht uns gerade? Ich weiß es nicht. Nein, Ed Ben verarscht uns nicht, sondern er stellt unser Gedächtnis auf die Probe. Ja, dass es nicht funktioniert, brauchen wir keine Probe für. Das wissen wir. Ich weiß nicht, was Opa-Opa ist. Tut mir leid. Ich würde sagen, das ist ein Raumschiff bei Sonic gewesen, aber... Ist das dieses von dem Dr. Robotnik? Eher so ein Endteil war das. Und das war garantiert kein Dreieck, weil das hätte ich mir gemerkt. Das hat bescheuert ausgesehen. Was waren... Sagen wir nochmal die vier Formen? Dreieck, Oval, Kugel oder Quader. Oval oder Kugel. Quader hätte ich mir auch gemerkt. Dann machen wir Kugel. Ist das ein Raumschiff für eine Kugel oder eher Oval? Hinterher sind wir schon über Schlauart, Patrick. Das ist schön, Geico, dass du es weißt. Danke, Chat. Ist es denn Sonic? Okay, nee, wir dürfen keine Frage in den Chat stellen. Oval oder Kugel? Stimmen wir mal ab. Was sagt ihr denn vom Gefühl her? Matthias, Jenny, ist ein Raumschiff eher Oval oder eine Kugel? Ein Kult... Das war kultig, ne? Also dann müsstest du doch eine besondere Form haben, oder? Wenn es kultig ist, sonst wäre es doch nicht kultig. Also dann jedes ex-beliebe Raumschiff ist doch irgendwie... Keine Ahnung, also eher symmetrisch. Wenn es was Besonderes ist, weiß ich nicht. Dann wärst du auch bei der Kugel. Ich habe keine Ahnung, ich kenne das nicht. Wie gesagt, ich auch nicht. Ich kann dir auch mit Sonic nicht weiterhelfen. Ich bin kein Sonic-Fan. Irgendwas klingelte bei mir, dass wir das im Stream hatten, aber ich kann doch völlig schieflegen. Dann eier nicht rum. Ich weiß das doch auch nicht. Dann sag doch irgendwas. Die Kugel oder die Kugel? Wenn zwei die Kugel nehmen, wenn zwei sich die Kugel geben wollen, dann ist das schon okay. Ja, dann mal Kugel. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur das Raumschiff von... Und gleich ist es ein völlig anderes Spiel und es ist ein Quadrat. Okay, wir kugeln. Ihr kugelt, schade. Ihr hättet lieber rumeiern sollen, denn Opa Opa ist eiförmig und kommt eigentlich aus dem Spiel Super Fantasy Zone. Hatte allerdings auch in Sonic und Sega All-Star Racing seine Auftritte als Fahrzeug. Schade. Vielleicht kennst du das daher, Patrick. Ich dachte, es war ein Endgegner. Scheiße. Egal. Ja. Schwamm drüber. Rollen wir mal weiter. Gut, wer publischte Diablo auf der Playstation? War das Blizzard selbst? War das EA? War das Virgin Interactive? Oder es gab kein Diablo auf der PS1? Es gibt ein Diablo und das ist auch die einzige Version, die deutsch ist. Es gab definitiv eins, ja. Die Packung haben sie in meiner Hand gehabt. Dann ist das wahrscheinlich... Das Electronic Arts, was sollen die da? Das ist ja komplett quer. Haben die das selbst gepublished? Das ist ja nur so eine Ahnung, aber ich glaube, Virgin hat ziemlich viel für die Playstation ausgebracht, oder? Aber das ist dann zu spät für Virgin, oder nicht? Virgin bringt ein Spiel... Das hätte auch auf dem Cover gestanden, oder nicht? Mit wem hat Blizzard denn vorher zusammengearbeitet? Was waren die ersten Blizzard-Spiele? Die waren vorher... Waren die mal bei Activision? Ich glaube... Woher kommt denn... Die hießen doch vorher Synapse und sonst was? Silicon? Nee. War das Blizzard? Das wäre dann bei Interplay gewesen. Das ist aber Interesse in dem Punkt dann... Und Interplay ist aber zu Electronic Arts gegangen. Müsste es ja eigentlich Electronic Arts sein. Warum haben die denn da einen anderen Vertrieb gehabt? Die eine Sache haben sie doch selbst vertrieben, oder nicht? Interplay ist nicht... Ähm... Ja, aber wann haben sie sie selbst vertrieben? Also, ähm... Warcraft 2 ist... Von wem ist denn der Karton? Der dicke Karton? Ist das von denen selbst? Blizzard? Wenn es nicht Blizzard selbst war, dann... Vermute ich eher EA, aber... Aber der Karton ist ja nicht EA und Warcraft... Wieso Karton? Playstation 1 wollte ich bis neulich... Ja, an welchen Vertrieb haben sie sich genommen? Nur für die Playstation-Fassung. Ja, also wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt war Activision ein großer Partner, definitiv. Das war jetzt die Idee, ja, ja. Aber ich hab das Cover im Kopf, ich kann mich nicht erinnern, dass da Activision drauf stand. Ich auch nicht. Aber bei Playstation achtet man eher seltener drauf, weil die Kavarele gleich aussehen, ne? Das stimmt. Uiuiuiui, aber Activision ist zumindest ja vom Konzern, von der Größe... Und Diablo ist nach Warcraft 2 gekommen, ne? Warcraft 2 ist... Oh Gott, jetzt verschwimmen hier die Zahlen bei mir im Kopf. Warcraft 2... Warcraft 1 ist 94, glaube ich. Warcraft 2 ist das 96, 97? Oder ist das vorher? Warcraft weiß ich nicht. Diablo war 97, 98, irgend sowas. Äh, ja. Ne, 6 und... Playstation kann auch früher... Ich weiß es nicht. War Playstation nach dem PC? Playstation-Version ist danach gekommen. Achso, okay. Ich würd sagen Activision, das... Alles andere wäre merkwürdig. Also Virgin finde ich ja unlogisch, weil das sind Engländer. Ne, das passt nicht. Das muss eine amerikanische Firma sein. Also Activision ist nicht in der Auswahl. Ach, sag nochmal, was war das denn mit der Nummer? Blizzard selbst, EA, Virgin... EA wäre es dann, das war die Idee, genau. Oder es gab kein Diablo auf der PS1. Das gab's definitiv und wir hatten erst... Wir waren bei der Tendenz bei EA vorhin. Virgin sind Engländer. Dann ist es EA. Dann muss es EA gemacht haben. Oder Blizzard selbst, aber ich halte nicht. Dann hätte er die Frage nicht gestellt, glaube ich. Minecraft 2 ist ja auch für die Playstation gekommen. EA. Doch. Wenn Activision nicht dabei ist, nehmen wir EA. Alles klar, nehmen wir EA. Wir nehmen Antwort 5. Das ist gut. Und auch das ist korrekt. Juhu! EA ist später der große Konkurrent damals, der Publisher. Ordnet die folgenden VCS Games der zu ihnen passenden dominanten Hintergrundfarbe zu? Was? Braun, grau, grün und schwarz. Das ist eine schöne Frage. Wir haben hier Chopper Command. Wir haben Adventure, Boxing und Defender. Die Frage ist sehr gut. Wir werden so verrecken. Das ist eine der besten Fragen, die es bisher gab. Aber war Adventure nicht vielfarbig? Oder bin ich jetzt bescheuert? Das hatte doch farbige Mazes. Hintergrundfarbe. Die Haupt-Hintergrundfarbe. Adventure ist grau. Gab es grau? Grau gab es. Dann ist Adventure grau. Chopper Command. Kenne ich nicht. Nächster. Adventure stimmt schon mal. Chopper Command kenne ich nicht. Was waren die anderen beiden? Boxing und Defender. Und wir haben da noch braun, grün und schwarz. Dann hat Robin ja recht. Defender ist schwarz. Chopper Command grün, weil das Sinn macht mit... Das weiß ich nicht. Das kenne ich nicht. Ist die Frage, fliegt der Chopper durch die Wüste? Fliegt der durch den Urwald? Oder fliegt der übers Wasser? Gute Einwand. Jetzt haben wir zwei zugeordnet. Der Defender schwarz und das Adventure grau. Und dann haben wir noch Chopper Command und... Boxing. Braunes Boxing. Oder brauner Chopper. Oder grünes Boxen. Ist die Frage, ich kenne beim Atari jetzt nicht die Boxspiel... Das kann ja kein 3D-Boxspiel gewesen sein am VCS. Und warum soll der Ring braun sein? Was für eine Farbe hat eine Ringmatte? Eine blau eher, nicht grün. Eine Ringmatte ist... Entweder ist die grau oder sie hat tatsächlich sowas wie ein Blau. Aber braun finde ich ein bisschen seltsam. Oder es ist... Also braun kann natürlich auch bei dem Flugspiel Wüste sein oder Sand sein. Aber ich kenne Chopper Command nicht. Aber warum sollte der Boden grün sein beim Boxen? Ja, braun ist auch nicht besser. Dann nehmen wir Chopper Command braun und boxen grün. Das muss ich mir auf jeden Fall angucken hinterher. Ich mir auch. Es ist gepunkt und es stimmt. Yeah! War das eine Mathe im Boxring? Eine Mathe auf dem VCS wäre auch unwahrscheinlich. Ja, wie viel Möglichkeit hatten wir wahrscheinlich nicht, ne? Gab nicht so viele Farben. Ja, es ist ein grüner Boxring. Okay. Und Wüste beim Sehrgut von Matthias. Eine offene Frage. Welches Talion-Spiel war mit Abstand das kommerziell erfolgreichste? Talion. Airbus A320 wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Was haben sie gemacht? Lionheart, Emberstar, Embermoon? Albion. A320 war Talion? Ja. Sicher? Was soll denn sonst sein? Blue Byte? Ne, stimmt. Ne, muss Talion gewesen sein. Die Embermoon-Ambuster-Sachen waren ja nicht, waren die erfolgreich. Lionheart war nicht erfolgreich. Genau. Also ich würde den Amiga erstmal komplett abkapseln beim Kaufen. Das muss ein Programm sein, was gleichzeitig auch PC war. Weil du die Stückzahl erhübt. Also die ganzen Jump'n'Runs kannst du knicken. Es war ja absurd, dass Airbus sich gut verkauft hat. Das weiß ich. Aber war das echt das beste Spiel von Talion? Am meisten verkauft. Ja, weil die Leute konnten es ja nicht kopieren. Also ich meine, der, der spielen wollte, musste es sich kaufen, ne? Also ich finde die Idee sehr, sehr gut. Aber das ist natürlich in der heutigen Zeit absurd. Und wenn du, sage ich mal, eine Quote hast von 70 Prozent Käufern, die das Spiel interessieren, im Gegensatz zu 10 Prozent Käufern, die das Spiel sich interessieren und 90 Prozent spielen als Kopien. Ja, das war ja auch das Problem am Ende, ja, klar. Ich glaube, wenn ich mich erinnere, war die Entwicklung von dem Spiel, das waren gar nicht so viele Personen. Ihr könnt gerne A320 nehmen. Ich finde das gut, die Idee, weil ich habe irgendwann in meinem Interview gehört, bei irgendjemandem zumindest, dass es sich sehr gut verkauft hat tatsächlich, erstaunlicherweise. Ob es jemand gespielt hat, weiß ich nicht, aber gekauft wurde es. Und dann lassen wir das Airbus A320 nehmen. Ja, wieder sehr schön kombiniert und alles korrekt. Sehr gut, Robin. Gibt Zahlen? Hast du irgendwas, oder hast du es nur im Interview gelesen, dass er gesagt hat, unser kommerziell bis A320, aber... Das betonen Sie mal wieder, das war mit Abstand das erfolgreichste Spiel. Oliver schreibt im Chat auch, dass Flugsimulationen damals eine Lizenz zum Gelddrucken waren und Rollenspiele waren nischig und Actionspiele flop auf Ansage, ja. In der heutigen Zeit kaum zu verstehen, aber passt. Nischig. Wie Robin gesagt hat, man brauchte halt das Material, was dabei war. Da waren ja diese Flugkarten dabei und Handbücher. Der verdrängt das Astallion, das war A320 tatsächlich. Ich war sofort auf den Ember-Dingern. Ohne Anleitung konnte man ja gar nicht abheben. Und es hat, glaube ich, eigentlich hauptsächlich eine Person gemacht, dieser ehemalige Lufthansa-Pilot. Eine offene Frage haben wir noch. Welches Rennspiel nutzte die Grafik-Engine von Magic Carpet 2? High Octane. Yes. Oh Gott. Das weiß ich, weil das in SVGA geruckelt hat wie Hölle. Wie auch? Magic Carpet 2. Der war nicht schlecht. Wir brauchen die Antworten nicht. Ne, das war auch eine offene Frage. Es hat auch keine Antworten gegeben. Jetzt hören wir ins Audio Nummer 3 rein. Da können wir wunderbar... Haben wir noch einen Joker? Nein, haben wir keinen mehr, oder? Oder haben wir noch einen? Ihr habt keinen mehr. Mist. Jetzt ist Oliver da. Und jetzt kommt Musik. Scheiße. Ich kenne es nicht. Deutsches Spiel. Immer wenn es ein bisschen langweilig klingt, bist du bei Deutsch. Das ist die gleiche Frage. Wie der Spiel oder Komponist? Oder wo sind wir, Wolfgang? Hauptcomposer. Oder Spiel. Oder Untertitel. Irgendwas. Eine Antwort. Dann dürfte es gar nichts noch geben. Deutsch ist, das ist Amiga. Das ist ein Mod-File. Könnte auch PC-Mod sein. Eins von beiden. Das könnte auch... Wobei, es könnte auch sowas sein wie Mad News oder sowas. Hat der Mad News Untertitel? Oder Mad TV oder Mad News? Ne, Mad TV klingt anders. Ja. Gibt es irgendwelche Tipps? Nein. Gar nichts. Und Lollipop ist es auch nicht, ne? Nein. Glaube ich nicht. Das wäre ja Chris Hülsbeck. Richtig. Das hätten wir wieder... Also das klingt... Das klingt wie... Tiefdeutsch. Das ist irgendwas. Wie heißen die da aus Hannover? Nicht Thalia und die anderen? Reline. Reline oder sowas. Genau. Soweit gebe ich dir recht, ja. Aber ich habe keine Ahnung. Ist aber kalt. Okay. Ist kalt. Da bin ich leider raus. Ich weiß es auch nicht. Könnte auch Blue Byte sein. Keine alles, ja. Wie heißt denn diese ganzen schlimmen Wirtschaftssimulationen... Diese wunderschönen Wirtschaftssimulationen... Ich würde mal Big Money sagen. Wie heißt denn das? Big Business? Big Business zum Beispiel, genau. Hatte keinen Untertitel, oder? Ja, Arne im Chat weiß es. Das ist schade. Wir haben keinen Joker mehr. Traps and Treasures ist es auch nicht. Patrick, sag mal ein paar von den Starbite Jump'n'Run-Spielen. Irgendwas, was niedlich ist. Ein paar ist gut. Ich stehe da gerade etwas auf dem Schlauch. Ist das Rolling Ronnie? Nee. Irgendwas so in der... Also Oliver weiß es gerade auch nicht. Ui. Also es ist nicht Rolling Ronnie. Er hat es aber ganz sicher gespielt. Okay, geht mir ähnlich, aber... Ist das Atomino oder irgend sowas? Irgendwas... Nee, das ist Jump'n'Runniger, aber... Boah. Oder ein Rennspiel könnte vielleicht auch irgendwas... Wir kommen ja so nicht auf einen Titel oder einen Komponisten... Also wenn, können wir auf Komponistenraten machen, aber da bin ich auch raus, tatsächlich. Also das ist irgendwas... Ist das hier... Amiga... Irgendwas... Oder ist das... Der Planer oder irgend sowas? Kannst du erzählen, was du möchtest? Ich weiß es wirklich nicht, Robin. Ich weiß es wirklich nicht. Das hilft auch nicht. Das hilft auch nicht. Aber das ist irgendwas... Nett Naives. Ja. So weit gehe ich mit. Das hilft uns leider nicht. Gibt es noch irgendwelche Komponisten-Vorschläge? Ist das irgendwas... Na gut, das ist aber nicht... Was deutsches... Frühe 90er Jahre. Ja, dann ist es ja wieder... Hast du ja nicht viel zur Auswahl, wenn es ein bekannter Komponist ist, aber... Sag mal, Hildane... Ja, das Standardding wäre wieder Hippel und sonst was, aber das ist nicht Hippel. Oh Gott. Nee, glaube ich nicht. Dann geben wir uns geschlagen. Ich würde mal sagen, wir geben uns geschlagen, Wolfgang. Na gut, also ich habe viel gehört. Ihr müsst eine finale Antwort jetzt raushauen. Ich gebe nur einen kleinen Tipp, die eine der drei richtigen Antworten war noch. Nicht dabei. Ich habe da noch einen Titel oder Namen raus. Wie heißt denn das Adventure mit der Frau mit der Schweinenase? Wie heißt das denn noch? Bing? Nee, das war kein... Nein, das könnte doch Bing sein. Das Adventure mit der Frau mit der Schweinenase. Ich bin gerade raus. Wo die Handschellen mit drin waren mit den rosa Puscheln. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Alles klar, okay. Na gut. Das war kein Spiel, was du ausgepackt hast. Was lustiges. Ein deutsches Rennspiel. Gäbe es ja auch noch irgendwas. Ist das total verrückter Rally? Nein. Okay, ich logge das jetzt ein. Ja, mach mal. Ich will nochmal zurückkommen auf Bazooka Zoo. Das war das Adventure mit der Frau mit der Schweinenase. Und da gab es sogar ein Model, was die mal engagiert haben. Ein Topmodel, was sich eine Schweinenase aufgesetzt hat. Ah, schön. Ganz tolle Bilder. Aber gut, die richtige Antwort ist Mr. Nutz. Nein, das ist nicht deutsch. Untertitel Hoppin' Matt. Der Sound von Rudi Stemmer. Das wäre der zweite gewesen. Ach, Mr. Nutz ist ja gar nicht, das ist ja im Auftrag gemacht worden. Von Neon, ja. Stimmt, Neon sind ja auch... Schuldig ihm, Rudi, wenn du zuhörst, tut mir sehr leid. Wir haben ihn ja immerhin fast genannt. Ich kam nicht auf seinen Namen. Ich sagte ja Stemmer, ich sagte ja Hippel oder der andere. Damit meinte ich Stemmer, aber ich hätte es nicht geraten. Ein beschwerter, fröhlicher Sound. Aber nun das letzte Audio für heute. New Zealand Story Jonathan Dunn. Na, geht doch. Kein totaler Reinfall. Wenigstens einer aus der Kiste, den ich kannte. Danke, Wolfgang. Es wird gefühlt immer weniger. Ja, manchmal funktioniert es ja noch. Ja, so ein paar Synapsen klappen noch manchmal. Na komm, schauen wir mal auf das Endergebnis. Heute haben wir da eine 20 von 23 Punkten. Wow. Gratulation. Ja. Im August wird sich dann, ich glaube, ein neues Team an diesem Ergebnis messen lassen müssen. Bevor ich mich verabschiede, dürfen noch einmal die Hörer mitraten und einen Steam-Key gewinnen. Dazu müsst ihr nur die richtige Antwort an mail-at-retro-kompott.de senden. Die Frage lautet, welches Videospiel wurde nach über 30 Jahren in der Wüste von New Mexico in hoher Anzahl gefunden? Bei der Frage reiche ich jetzt schon Widerspruch ein, Wolfgang. Warum? Weil es dort kein Spiel gab, was einzeln in hoher Anzahl gefunden wurde. Es waren ganz viele in hoher Anzahl, aber es gab ein Gerücht, dass ein Spiel besonders oft dabei wäre. Ich weiß natürlich, was gemeint ist, aber da erwarten wir denn genaue Antworten. Da war nämlich das, was sie erwartet haben und die Realität am Ende doch anders. Es wurde sehr viel gefunden, ja, richtig. Aber es ist das bekannteste. Genau, das ist okay. Damit können wir umgehen. Ja, bin gespannt, was die Leute uns schreiben. Danke für die schönen Fragen, vor allem für die VCS-Farbfrage. Ja, ich sag vielen Dank fürs Mitspielen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ja, da haben wir uns wieder ganz gut durchgehangelt, Robin. Gewurstelt, ja. Aber das war recht erfolgreich. Das war, glaube ich, das zweitbeste oder drittbeste Ergebnis dieses Jahr. Wir kommen an den Jan noch nicht ran, aber das war nicht schlecht. Da war auch ein bisschen Glück mit dabei, muss man sagen. Aber man muss ja auch sagen, es sind viele Sachen, die immer schwieriger wurden. Und wir haben immer wieder Momente, wo Patrick und ich da sitzen und denken, oh Gott, diese Frage. Es ist aus einem Bereich, den wir beide nicht gut können. Mal gucken, wie wir das hingebaut bekommen. Dafür sind die Fragen an die Hörer einfacher, damit wir da auch Einsendungen kriegen für die Steam Keys. Und wir haben auch zu der Ausgabe 199 diverse Einsendungen bekommen. Und wir brauchen dafür mal eine Glücksfee und ich nehme da einfach mal den FAB. Sag mir doch mal eine Zahl von 1 bis 50, FAB. Okay, 39. Dann gewinnt Lichtkegel einen Steam Key für die richtige Lösung Eidos. Das war auch eine lustige Frage. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und wenn wir beim Quiz sind, dann können wir ja auch mal einen Einspieler von Wolfgang uns anhören. Der gratuliert uns auch zur Ausgabe 200 und hat auch noch eine Infos zur Zukunft unseres Quizzes. Es ist soweit. Es läuft die 200. Ausgabe des Retro-Kompott-Podcasts. Und das gibt mir die Möglichkeit, noch einmal sehr herzlich zu gratulieren und die bereits intern kommunizierte Ankündigung auch öffentlich zu machen. In der Dezember-Ausgabe 2023 werde ich zum letzten Mal als regelmäßiger Moderator durch das Quiz führen. In den Retro-Kompott habe ich das erste Mal 2016 aus Zufall reingehört und haben mich der Mix aus mir geliebten Retro-Games-Themen und der positiven Atmosphäre fasziniert. Dem Aufruf, bei einem Quiz teilzunehmen, konnte selbst ich als absoluter Shy Guy nicht widerstehen. Und das dauerte nicht lange, bis ich die Fragen stellen sollte. Ich danke Patrick und Robin für das Vertrauen, denn die Rubrik war von Beginn an vollständig meinen Konzepten und Inhalten ausgesetzt. Das Einzige, was es gab, war eine grobe zeitliche Vorgabe, die auch nicht immer eingehalten wurde. Und natürlich danke für die Geduld, bei den zum Teil mehr bizarr Abstrusen als mysteriösen Fragen. Aber das gilt natürlich für alle Kandidaten und da kamen in den letzten sieben bis acht Jahren so einige zusammen. Ich kann nicht alle aufzählen, aber mit etwas Stolz und Wegemut würde ich doch einige nennen. Printmagazin-Legenden wie Heinrich Lehnhardt, Mick Schneller oder Michael Hengst, der Return-Chef Frank Erstling und Zahlrechte seiner Redakteure, Jörg Langer und Benjamin Braun von Gamers Global, Peter Schmitz oder Markus Schwertel von der GameStar, Sebastian Essner von der M-Games, Podcaster von der Zlangstelle, den Nerdwelten, Ewiggestern, Retroplays, den Pixel Ninjas, dem Legendary Podcast, Ahead of Media, Scene World, Orbit, Games Insider, Backloggers, Kais-Spielekiste, Pixelpoly, dem Retro-Zirkel oder Juhesse von Stars and Select. Der Autor, Konstantin Gillies, Megasammler wie Oliver Knagge oder Axel Ehrlich, YouTuber wie dem Dengeki Gamer, den Pretty Old Pixeln, Waldemar Schroffmann, Andira, Nerds and Geeks, Classic Videogames oder Alexander Glock. Gamer-Szenen-Stars wie Eric Simon, Chris Hülzbeck, Wolfgang Walk, Bernhard Ebers, Frank Matzke, Georg Rottensteiner, Stefan Marder, Girontel, Tony Galvez, Thorsten Lampater, Achim Volkers, Tronimal, Richard Löwenstern, Carsten Borgmeier, Hans Ippich, Sven Fössing, Senat Palic oder Anne O'Connors, Manuel Seerbrock von Radio Parallax, das Pixelgenie Oliver Lindau, der mit vielen Facetten wie kaum in zweiter für Retro-Games steht, Michael Mrozek von Dragonbox, der Blind Gamer, Christian Orens, Timo Eddix vom Oldenburger Computermuseum oder Andreas Zahl vom Kautzner Computermuseum, Malte Mund von Pro2Vision, sowie die bisherigen erfolgreichsten Teilnehmer Paul Kautz und Thomas Nickel. Und natürlich das gesamte Retro-Komport-Team und die Community mit Fab, Arne, Manfred, Michael, Marius und alle, die ich jetzt vergessen habe. Sorry. Vielleicht gibt es aber auch nochmal ein Wiederhören, denn obwohl mein ehemals großer Fragenpool leer ist, passiert es ab und an noch, dass mir wieder eine schöne Frage in den Sinn kommt und dann reflexartig festgehalten wird und möglicherweise ja dann mal zu einer Sonderausgabe in der Zukunft gestellt wird. Mir war es immer eine große Freude, mit euch zu quizzen. Vielleicht wird es wie mir dem einen oder anderen in der Zukunft fehlen, aber man soll es in der gewohnten Qualität in Erinnerung halten und ich hoffe, ich kann den Level zumindest bis Jahresende noch aufrechterhalten. Es wird bestimmt auch in anderer Form nächstes Jahr wieder ein Quiz geben, aber abgesehen davon gibt es ja noch so viel mehr im Retro-Kompott. Genug davon. Macht bitte weiter so mit euren Projekten. Mag es auch immer mehr Retro-Games-Podcasts geben, für mich bleibt der Retro-Kompott etwas Besonderes und ist vom offenen Konzept einzigartig und wird hoffentlich noch lange, lange laufen. Alles Gute zur 200. Viele Grüße vom Quiz-Onkel Wolfgang. Ja, es ist genau das, Robin, was du eben gesagt hattest. Wolfgang hat ja eben gesagt, dass er das Quiz noch bis Ende des Jahres machen kann, aber dann langsam in Fragennot gerät und sich selber auch so ein bisschen aus dem Retro-Bereich rausgezogen hat an einigen Stellen. Aber das Hauptproblem ist tatsächlich, dass es immer schwieriger wird, Fragen zu finden und die teilweise wirklich zu schwer werden für, in Anführungszeichen, normale Gäste. Ja, er hatte ja mit der Neuauflage des Quizzes ja auch schon die normalen Gäste weggelassen, dass er keine Leute mehr einlädt, weil die natürlich... Geschockt waren? Sagen wir mal so, die fühlten sich manchmal echt ins kalte Wasser gestoßen und wer will schon gerne, ich möchte auch nicht gerne Fragen zu Barbie beantworten, wenn ich als Kind kein Barbie gespielt habe. Und so fühlen sich einige, die wahrscheinlich mal vor 30 Jahren eine Berührung mit der Szene hatten, die dann 30 Jahre später Fragen bekommen, wer ist der Autor dieser Musik? Der wird wahrscheinlich daran scheitert. Und deswegen verstehe ich natürlich auch, dass Wolfgang da auch an so eine persönliche Hürde kommt. Und ja, es ist natürlich sehr schade, wenn er dann wirklich aufhören sollte oder aufhört. Er hat gesagt, zu besonderen Anlässen wird er wiederkommen. Er kann es nicht aufrechthalten, alle zwei Wochen oder einmal im Monat ein Quiz zu produzieren mit uns zusammen, weil er einfach diese Fragen nicht mehr findet. Nee, und die sind ja auch auf einem Level, auch dieser Humor in den Fragen, der ist einmalig. Und ich muss ja immer noch bei jeder Folge über irgendwelche Fragen grinsen, wenn ich dann den Tiefsinn dahinter verstanden habe. Das dauert ja manchmal wirklich immer noch Sekunden, bis man manchmal überlegt, ach so, so meint er die Antworten, ach so, so meint er das. Und da darauf zu kommen, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und natürlich haben wir das andere Problem, ich habe diverse E-Mails mal bekommen, wo dann scherzhaft gesagt wurde, ich würde ja gerne mal ein Quiz mitmachen, aber wenn Oliver und Patrick nach ein paar Sekunden eine Musik erkennen, Oliver andere Sachen aus dem FF Weiß, Robin plötzlich irgendwelche Cover mit Militärflugzeugen erkennt, dann ist das zwar schön zum Hören, aber wir hätten da, wir haben da so ein bisschen nicht Angst verbreitet, aber die Einstiegshürde ist vielen da einfach auch tatsächlich zu hoch. Wir haben ein bisschen mit dem Nerdwissen, die Leute, die mitmachen können, ein bisschen verschreckt. Das muss man ganz klar sagen, das war keine Absicht, aber natürlich wollte Wolfgang uns ja auch aufs Glatteis führen und eine Frage zu finden, die dann vielleicht sowohl Robin und ich nicht verstehen und Oliver auch mal eher mal sagt, das Spiel kennt er nicht, das wurde nicht einfach. Also das wurde immer schwieriger, selbstverständlich. Und er wollte natürlich uns auch gerne mal, ja, überlisten mit den Fragen. Och, wieso? Fußballfragen, Fragen zu den Seiten, bin ich immer raus. Wie sieht es aus mit Fragen? Recycling? Ich meine, die Sachen, wenn sie lange noch her sind. Hatten wir mal überlegt, hatten wir mal gemacht. Möchte Wolfgang eigentlich auch nicht so gerne, aber ich habe noch eine Idee im Hinterkopf. Also wir werden ja Quizform weiter haben, sowohl von Wolfgang als auch manchmal von anderen Gästen. Da kommt nachher auch noch was Schönes, da kam noch eine weitere Überraschung. Ich habe überlegt, wir könnten auch mal, was interessant ist, weil die Demenz von uns und allen, die uns hören, schreitet ja immer weiter voran. Und ich habe selbst beim Nachhören gemerkt, dass es in alten Folgen teilweise so tolle Quizmomente gibt. Wir überlegen auf jeden Fall, ob wir dann im nächsten Jahr mal, so wie in der Form, wie wir jetzt die Retro-Quickies machen, mal so die Frage, die Classic-Frage der Woche, wollte ich gerade sagen, oder was auch immer machen. Und nicht jetzt, um sie neu zu lösen, sondern einfach mal reinzuhören, wie wir teilweise im Laufe der Zeit wirklich brillant aufs Glatteis geführt worden sind. Also ob man da mal so ein paar Classic-Sachen nochmal macht als Aufhalterung. Da schauen wir mal, da werden wir auch nächstes Jahr mit Sicherheit einige Quiz-Geschichten noch hören. Also da machen wir auf jeden Fall irgendwas. Und auch heute gibt es ja noch diverse Möglichkeiten, mit Quiz-Fragen etwas zu gewinnen. Da haben wir, wie gesagt, noch tolle Einspiele bekommen. Kommen wir nachher zu. Wir machen mal trotzdem weiter im Programm, damit wir hier ein kleines bisschen auch vorwärts kommen. Wie gesagt, wir werden zwischendurch noch oft genug heute abschweifen. Wir spielen einmal Grüße von Marc Lemmert ein. Der hat bei Nox Arcaes mitgemacht. Dann gibt es einen weiteren Retro-Quickie von Jürgen, nämlich über Barbarian. Und dann geht es zum Interview der heutigen Ausgabe mit Richard Hoffmann, der ja auch gerade noch bei uns mit dabei ist. This is Marc Lemmert, lead developer of Nox Arcaes, congratulating the Retro-Comm Podcast on their 200th episode. Retro-Quickies Zeitsprung 1988, vor 35 Jahren, erschien mit Barbarian 2 The Dungeon of Drax, der Nachfolger eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Barbarian glänzte nicht nur mit schöner, blutiger Zweispieler-Action, sondern auch mit einem wunderbaren kleinen Poster, das ich verschämt in meiner Originalschneiderpackung aufbewahrte, um keine Nachfragen meiner Mutter zu provozieren. Die darauf abgebildete Maria Whittaker als Seite 3 Girl der 80er in Großbritannien ganz groß im Geschäft, dürfte auch beim Nachfolger wieder auf dem Cover posieren, musste sich das Rampenlicht aber mit dem Bodybuilder Michael Van Witt und einem offensichtlich toten Dämonen teilen. Interessanterweise sind nicht nur Männlein und Weiblein auf dem Cover, nein, auch im Spiel kann der geneigte Joystick-Domteur nun auswählen, mit wem er in die Schlacht zieht. Dieses Mal geht's aber nicht gegen den immer gleichen menschlichen Gegner im immer anders gefärbten Leibchen. Stattdessen dringt der Spieler Stück für Stück in den namensgebenden Dungeon of Drax vor, dem Bösewicht des Vorgängerspiels. Dort trifft er auf seltsame Wesen, stumpfe Riesen und zu überspringende Hindernisse. Die größere Spielwelt verändert natürlich auch das Spielprinzip. Statt auf einem einzelnen Bildschirm wird nun in einer größeren Welt gekämpft, zwischen deren Bildschirmen aber leider umgeschaltet statt gestrollt wird. Das hat fast zwangsläufig zur Folge, dass euch einzelne Gegner gerne am Bildschirmrand begegnen und direkt angreifen. Teilweise kämpft er dann ins Leere hinein, indem er einfach richtig, richtig oft Richtung Rand schlagt und hofft, dass er den Gegner trefft. Das hat mich tierisch genervt und ich kann's bis heute nicht nachvollziehen, warum das nicht wenigstens auf potenteren Plattformen wie dem Amiga rechts und links scrollt. Klar, wenn unser Barbar in die Tiefe des Raums vordringt, also zum Beispiel eine Höhle oder einen Gang im Hintergrund betritt, dann wäre Umschalten die bessere Alternative, aber rechts und links wäre doch möglich gewesen, oder? Was bleibt, ist also ein nett gemachtes Spielchen, dessen Vorgänger mir dank seiner Einfachheit immer noch mehr Spaß macht. Übrigens war auch ein dritter Teil angedacht, von dem aber bis auf ein paar Konzeptzeichnungen, unter anderem mit eikligen Todesanimationen, nichts produziert wurde. Schade eigentlich. Eventuell wäre Maria ja wieder auf dem Cover gewesen. Heute sprechen wir mit Richard Hoffmann, einem Entwickler, der in seiner Karriere sehr viele Menschen kennengelernt hat, in sehr vielen Projekten beteiligt war und auch schon mal aus dem Stammtisch viele Anekdoten aus den letzten Jahrzehnten erzählt hat. Und wir dachten uns, das ist auch eine gute Möglichkeit, das Ganze in meinem Interview festzuhalten. Herzlich willkommen bei uns im Retro-Kompott. Hallo, Riyad. Hallo, vielen Dank nochmal für die Einladung. Wenn du dich zurückerinnerst, was war das erste Computerspiel oder auch überhaupt die erste Computer oder die erste Computertechnik, mit der du Kontakt hattest? Ja, also das allererste war wirklich Pong mit diesen Rädchen, die man zu zweit an so einem klobigen CRT-Fernseher im Wohnzimmer spielen konnte bei meinen Cousins. Und das war das erste, was mich wirklich fasziniert hat, dass man mal nicht nur passiv sich Filmchen oder Serien anschauen kann, sondern wirklich interaktiv mal miteinander spielen konnte. Und dann waren wir alle so begeistert von der Tatsache, dass das geht. Dann kam auch gerade so diese Home-Computer-Welle auf. Da ging es dann los mit, also für mich zumindest, mit dem ersten Rechner, mit dem ich mir von meinem Taschengeld leisten konnte. Beziehungsweise man hat mich damals auch ermutigt, das zu machen, weil ich eigentlich, eigentlich wollte ich ja Spielzeug kaufen von Star Wars. Aber dann habe ich das Geld doch in was Sinnvolleres, in Anführungszeichen, investiert. Das war dann der Commodore C116 und mit Datasettenlaufwerk noch, wer sich daran vielleicht noch einen hat. Das ist so eine gute alte Zeit. Da brauchte man auch häufiger mal einen Bleistift für gewisse Abstürze der Datasette beziehungsweise der Audiokassette. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann auch häufiger mal 60er- und 90er-Minuten-Kassetten mir mal besorgt habe, um dann dort auch was aufspielen zu können, weil damals gab es ja, wie wir wissen, noch nicht so das Internet in der Form wie heute. Und dann musste man sich wirklich am Kiosk nebenan seines Vertrauens dann auch solche Zeitschriften kaufen, in denen man dann vielleicht 10, 20 Seiten Codezeilen abtippen musste, um dann überhaupt mal was sehen zu können. Und das konnte man natürlich auch abspeichern auf diesen Kassetten zum Beispiel. So, das waren die ersten guten Zeiten. Und natürlich habe ich auch ein paar interessante Klone gespielt wie Pac-Man. Das hieß ja damals Exorzist auf dem Gerät. Und dieses Gedüdel hat meine Eltern zu Verzweiflung gebracht fast schon. Aber so waren die Zeiten halt. Kannst du dich an einige Spiele noch erinnern, die du zuerst auf dem C16, 116 gespielt hast? Weil für viele ist das ja nicht der erste Computer gewesen wahrscheinlich. Genau. Also es waren jetzt, Putti-Frutti war noch eins. Das war so ein Boulder-Dash-Klon, glaube ich, da noch. Also wie gesagt, Exorzist war immer so ein Pac-Man-Klon. Früher wusste ich dann auch gar nicht, dass es Pac-Man oder sowas gab. Wie alt warst du da? Also es muss ja so mit vier, fünf Jahren, glaube ich, gewesen sein. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so relativ am Anfang, auch in den 90ern dann, so gefühlt. So ja, am Anfang der Zeit war das dann, als die Geräte rauskamen. Dann kam auch gleich ein C64 raus. Also ich hatte den 116 noch nicht so lange, dann auch irgendwann gespart auf das nächstbeste Modell. Und da war gerade auch der C64 schon auf dem Markt. Und natürlich habe ich dann ein Upgrade mir geleistet. Und das Ding verrammischt an einen Schulfreund und mir dann das auch mit einem Floppy-Disk-Laufwerk gekauft. Also das waren auch die gute 5,25 Zoll. Man wusste auch dann, wofür man die Fähre irgendwann einsetzen musste, um da mehr Daten, solche Speicher rauszubekommen, wer sich daran erinnert. Oder mal mit einem Locher daran auch montiert hat an dem Ding, um dann nochmal die zweite Seite nutzen zu können. Du meinst die 80er Jahre, nenne ich die 90er. Ich glaube, du bist doch Mitte 70er Jahre geboren, sonst passt das mit 4 Jahren nicht. Ja, ja, Entschuldigung, ja. Das heißt, du hast sehr früh den Zwärtsich auch gehabt dann im Verhältnis. Genau, genau. Das war dann auch so eine witzige Geschichte. Ich war damals auch Chorknabe und dann meinem Kumpel. Der hat mir das dann sozusagen auch nicht darauf gebracht. Und dann eine Woche später kam ich nochmal zu ihm zu Besuch. Und ich war auch ganz stolz, dass ich endlich mal einen C64 hatte. Und dann hat er sich gerade mal einen Amiga 500 geholt. Super gemein. Und mir nichts davon erzählt, was seine Pläne waren. Und dann war ich natürlich voll begeistert von Farken, also F-16 und F-18 Interceptor und so weiter. Das waren so die ersten Flugsimmatoren-Spiele. Natürlich gab es welche auf dem C64, aber nicht in der Form, in diesem Ausmaßen. Und ich war ja auch damals, ja, habe ich auch viel Modellbau gemacht, also Plastikmodellbau gemalt und alle möglichen Flugzeuge. Und habe natürlich auch die Aircraft und Airplane, weiß nicht, welche zuerst daraus kamen, aber ich war auch großer Sammler dieser Flugmagazine. Bin ja auch großer Top Gun-Fan. Deswegen passt das alles ganz gut da zusammen. Und natürlich hat mich das total begeistert. Und natürlich muss ich dann natürlich wieder aufweisen, auf den Amiga 500 sparen. Das versteht sich von selbst. Aber das war einfach frustrierend, das so mitbeerleben. Ja, du hast jetzt wieder schon von drei Geräten gesprochen, die du besessen hast. Und welche Spiele du mochtest, hast du da hauptsächlich dran gespielt? Oder hast du auch schon damals versucht, irgendwas programmiertechnisch auf die Beine zu stellen? Also so richtig, so ernst zu nehmen nicht. Also es war wirklich mehr Reines rumgedaddel und konsumieren zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich immer mal wieder versucht. Also wützigerweise immer dann, wenn zum Beispiel, wie ich ja gesagt hatte, als ich gesehen habe, dass es bessere Geräte gab, hatte ich irgendwie Lust am Spielen verloren. Komischerweise, wenn sich irgendjemand in meinem Freundeskreis was Besseres geholt hat. Dann habe ich dann wirklich angefangen, ein bisschen zu programmieren, mir irgendwo Magazin herzuholen oder mir das irgendwie beizubringen. Und habe dann ein bisschen Basic gelernt in der Zeit. Aber dann, bis ich bisher genug Geld hatte, um mir dann was Besseres zu leisten. Aber das waren wirklich nicht, also ich war jetzt nicht wirklich so, der Fokus war nicht auf Programmieren, am Anfang zumindest. Deine Freunde, dein Umfeld, deine Eltern, was haben die gedacht, was du da machst? Oder haben die das verstanden denn in der Frühzeit? Sagst du selber, es gab kein Internet. Es war halt die Frühzeit. Wie hat dein Umfeld reagiert? Ja, also Eltern waren natürlich, die haben mich natürlich witzigerweise unterstützt. Also die haben mich auch davon überzeugt, das Geld nicht in einen Snowspeeder von Parker oder Kenner, war das nicht? Kenner war das, glaube ich, von den Star Wars, die ganzen Star Wars Spielzeuge zu stecken. Sondern dann auch mal in was Gescheites. Und war auch wohl klar, also denen war wohl auch bewusst, dass die Welt sich um die Computer dreht. Ich glaube, mein Vater war auch ein bisschen Fan davon, dass er selbst mal spielen durfte. Das war dann so auch eine gute Ausrede, glaube ich, immer mal wieder. Und das war also so schon in der Form vielleicht anders, als man es vielleicht bei anderen Familien kennt, wo ich auch gehört habe, dass das überhaupt nicht so der Fall war, diese Unterstützung auch in dem Bereich. Und natürlich musste ich, oder was heißt natürlich, aber in meinem, für mich selbst war das so, ich konnte mir das natürlich vor dem Taschengeld nicht immer so richtig leisten. Und habe das immer zusammengekratzt, auch mit so Nebenjobs, die ich mir dann irgendwann mal organisiert habe, wie Zeitung austragen oder später auch andere Regalservice-Sachen, nur um mir dann das leisten zu können. Ja, das waren so die harten Zeiten meiner Kindheit, wo man sich alles selbst erarbeiten musste, um sich das dann leisten zu können. Aber wenn ich es mir leisten konnte, war auch die Unterstützung da, dass ich dann auch damit natürlich dann, sage ich mal, uneingeschränkt mit mich beschäftigen durfte. Ab wann war für dich klar, dass irgendwas mit Computern auch bei dir später den Job prägen sollte? Gute Frage. Also ich habe mich immer beschäftigt. Das war für mich immer so parallel wie für andere Essen und Trinken dann auch. Also auch mit dem Internet, als das dann aufkam, auch da habe ich mich natürlich frühzeitig mit beschäftigt und eingearbeitet. Ich war immer so der Nerd in dem Bereich, würde ich mal sagen, was heute normal ist oder als normal wahrgenommen wird. Aber ich weiß noch, dass ich dann ja auch versucht habe, in die Branche reinzukommen. Ich habe dann einen Realschubschluss gemacht und wollte auch eigentlich gar nicht mehr ein Abi machen, sondern einfach nur wieder Geld verdienen, um mir noch mehr schöne Sachen leisten zu können, PCs und Upgrades für meine PCs. Damals ging es ja dann mit PCs weiter und Spiele natürlich auch. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Kaufmann gemacht bei IBM, so eine do-kaufmännische Ausbildung. Da gab es leider auch in der Zeit kaum andere Optionen, außer wenn man ein Abi hatte, konnte man noch diesen Datenverarbeitungskauf machen. Das war das Einzige damals, zumindest aus meiner Erinnerung her, das mit Programmieren zu tun hatte in irgendeiner Form. Das Zweitbeste war dann halt, und das war auch das Einzige, was ich mit meinem Abschluss machen konnte, dann eben eine bürokaufmännische Ausbildung. War auch nicht schlecht, denke ich, im Nachhinein. Ich habe natürlich immer mal, auch schon damals, davon geträumt, mal Videospiele zu entwickeln, aber man hat mich jetzt bei IBM ausgelacht, zumindest die Manager dort, obwohl die selber SimCity gespielt haben und meinten aber, da kann man doch kein Geld mit verdienen mit Videospieleentwicklung. Das waren so die harte Realität, die mir dann so vorgeworfen wurde, dass ich dann doch lieber was Solides weitermachen soll. Ich habe natürlich auch einen Abschluss gemacht, aber kam dann später so über Umwege in die Programmierung rein, als das mit der .com-Blase und mit den ersten Webseitenentwicklungen losging. Das war in den 90ern dann. Und dann habe ich mich da auch entsprechend als Querensteiger weiterentwickelt. Ja, wir sprechen vom Ende der 90er Jahre, knapp um die Jahrtausendwende. Und ja, wann hast du das erste Mal Kontakt mit einem Spiel bekommen? Wann konntest du mal irgendwas in der Branche machen oder da reinschnuppern? Ja, das war, das allererste Mal hatte ich dann die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, wie das genau gekommen ist, aber ich habe mich dann ein bisschen umgehört hier in Hannover, bin ich ja groß geworden. Da gab es das Spiel, oder es wurde gerade entwickelt, Sandor von der Firma Anonyx, die es leider auch nicht mehr gibt, die Hannover ansässig war und Planet 4, glaube ich, waren die Entwickler dahinter und Anonyx war der Publisher. Kennt man ja auch vielleicht von Titeln wie Wiggles, die noch kennt das Spiel. Und die haben, habe ich gesehen, sogar irgendwie eine Zeit später nochmal Jack the Lions 2 ein Add-on, glaube ich, gepublished. Habe ich zumindest auf einer eurer Packungen jetzt am Wochenende gesehen. Ich wollte die Packung auch fast schon mitnehmen, weil da war ja Anonyx draufstand und ich bin so fokussiert drauf. Und da war ich dann der Beta-Tester im Grunde, hatte aber auch in der Zeit, ich weiß gar nicht genau, in welcher Zeit es war, aber auch mich mit XNA-Frameworks beschäftigt und mit dem, wie heißt das nochmal, mit DirectX-Entwicklung. Also es fing so alles so in diese Richtung. Das waren so die ersten Anläufe. War so ein Beta-Test eine festangestellte Sache? Warst du freiberuflich dafür tätig? Wie wurde sowas bezahlt oder vergütet damals? Das ist ein T90er, das ist ja für viele schon, ja, ein anderes Jahrtausend. Richtig. Also jetzt bei mir war es so, ich war ja ziemlich spät im Kammich dazu, aber ich glaube, die, also ich weiß jetzt nur, wie es bei mir war. Es gibt natürlich auch andere, bestimmte andere Leute, die dafür bezahlt wurden. Bei mir war es wirklich nur, ich hatte ja einen Vollzeitjob. Und für mich war es wirklich mal eine schöne Abwechslung, nicht nur Webseiten zu entwickeln, sondern auch mal, ja, wirklich in der Spielebranche so ein bisschen frische Luft zu schnuppern und sich da ein bisschen mit beschäftigen und mal so das ganze Umfeld kennenzulernen. Und ich habe das freiwillig gemacht, unentgeltlich. Ich habe aber zum Schluss zum Glück, da hatte ich immer drauf gehofft, das Spiel auch in den Händen zu halten, das Boxgame auch zu bekommen. Es war auch so dann zur Weihnachtszeit rum. Ich habe dann auch als Dankeschön noch eine Flasche Champagner oder sowas bekommen. Keine Ahnung, das war jetzt nicht so relativ spannend für mich. Aber für mich war halt dieses Boxgame, dass ich dann auch in dem Handbuch meinen Namen unter den Beta-Testern in der Liste wiederfinden durfte. Das war für mich der eigentliche Traum zu dem Zeitpunkt. Und das war auch das, was für mich auch wichtig war, und das fand ich auch super, dass das Feedback, das ich denen gegeben habe, dass das auch angenommen wurde und ich einfach nur, also es gab natürlich auch dann Diskussionen, ob man solche, beispielsweise beim Panzer, solche Trails und Tracks einbauen könnte, was ja auch speicherfressend ist und wie man das einbauen könnte. Und auch für die Mechs, die dann da diese Fußstapfen hinterlassen in dem Spiel, was ich, weil es ja auch ein Multiplayer-Spiel war, immer für wichtig halte, um zu sehen, wo die feindlichen Gegner vielleicht vor kurzem noch waren und das dann vielleicht in diese Richtung Fährtensuche zu gehen. Und die meinten, dass das irgendwie schwierig wäre, aber haben es dann doch hinbekommen und das Feedback mitgenommen und auch noch ein paar andere Sachen, die ich denen gesagt habe. Ich will jetzt gar nicht in die ganzen Einzelheiten und Details reingehen, aber das hat mich sehr gefreut, dass das Feedback doch dann sozusagen mit in das Spiel mit aufgenommen wurde. Das ist ja immerhin schon mal ein, zwar unbezahlter, aber ein Ausdruck in die Spieleszene gewesen. Aber dann hat es ja auch viele Wirrungen und Irrungen bei dir gebraucht, um wieder zu spielen zu kommen. Kannst du kurz abreißen, was du danach noch alles weitergemacht hattest? Ja, also ich weiß noch, ich hätte dann versucht noch mit, da ging es los mit, wie gesagt, XNA-Entwicklung. Da kam dieses XNA-Frame-Mock raus, da ging es in der Zeit los mit, also war auch zum einen C++, da habe ich mich dann versucht, und mit deinem DirectX. Und da hatte ich mal mit jemandem gesprochen, da ging es um ein Puzzlespiel für Uli Stein, glaube ich, und hat mich dann nur versucht, aber bin ja leider gescheitert an der Programmierung bei C++. An dem Zeitpunkt war das auch ein bisschen zu hart für mich, was da auch mit DirectX alles zustande kommen sollte. Und auf jeden Fall war das zu dem Zeitpunkt nichts für mich. Habe mich dann nochmal an C-Sharp versucht. Wie gesagt, da gab es dieses XNA-Frame-Mock, das gerade rauskam. Da hat der Benjamin Nitschke von Xtreme auch gerade ein Spiel fertig gekriegt. Das nennte sich, wie ist das nochmal, ich glaube, Arena Wars 1. Ich glaube, auch einen zweiten Teil. Und das war eines der ersten Spiele, das mit diesem C-Sharp, also .NET-Framework Managed Code entwickelt wurde. Was natürlich ein bisschen einfacher zu entwickeln ist, der hat auch so einen Framework-Workshop, den es da bei Microsoft gab, mit den Videos und mit Source-Code dann zur Verfügung gestellt. Da konnte man sich dann so ein Spiel zusammenbauen und mal sehen, wie das funktioniert. Da gibt es auch ein fettes Buch dazu. Und das waren so die anderen Anfänge. Und da habe ich dann daraus so einen kleinen Top-Down-Schmupp, so einen Top-Down-Shooter gemacht, so rum. So, weil ich auch ein großer Battlestar-Fan bin, habe ich dann, also Battlestar Galactica, die Classics, habe ich das dann so ein kleines Spiel eingebaut mit einer Viper und musste dann Zylonschiffe abballern. War jetzt nur so mal für mich so ein kleines Hobby-Projekt. Und habe das dann denen auch mal gezeigt. Und die fanden das zwar ganz interessant, aber die brauchten in Zeit keine Programmierer. Und ja, so ging wieder unsere eigenen Wege. Bin natürlich dann irgendwann auch nach London gekommen. Es war so alles okay, wie sich das entwickelt hat. Da habe ich natürlich auch viel gelernt oder zugelernt, als ich in London gelebt habe. Aber genau, und das war im Grunde, glaube ich, auch der Zeitpunkt, als ich nach London gegangen bin, hatte ich, würde ich mal sagen, es ist dann die Möglichkeit mit dem iPhone, das iPhone 3 war das damals. Da habe ich dann die Chance gesehen, letztendlich mal auch Spiele und Apps zu entwickeln für ein Mobilgerät. Ich habe davor schon mit Blackberry-Programmierung Erfahrung gehabt. Und das war dann für mich so der erste, sage ich mal, ja, seriösere Einstieg, der ernstere Einstieg auch mit einer Firmengründung. Und habe dann angefangen, dafür Spiele zu entwickeln. Und nebenbei hatte ich ja auch noch mit ein paar Studenten in der Uni von der London College of Communication, oder wie hieß es, also LCC, haben wir auch dann versucht, so ein eigenes Spiel für Flash umzusetzen. Das war parallel auch mal so eine Idee, so ein kleines Dev-Team aufzubauen aus der Uni heraus. Also das waren die ersten Anfänger, die dann ernster waren. Warum bist du nach London gegangen? War sowas von Deutschland aus nicht möglich in diesen Bereichen? Was hat dich da hingelockt, sozusagen? Ja, es hat mir ja noch mal nebenbei, es hat nebenbei vier Jahre gedauert, mein offiziell noch mal ein Diplom nachgeholt. Also ich wollte immer mal dann doch noch mal studieren, obwohl ich als Querensteiger reingekommen bin in die Branche und habe dann noch mal vier Jahre angewandte Informatik studiert. Und dann, als ich mein Diplom hatte, beziehungsweise kurz davor, hatte ich noch ein, im Grunde ein, mit sich das normalen Praktikum machen müssen. Und da hatte ich dann bei der Firma RICO angefangen, so eine japanische Fotokopierer- und Kamerafirma, die man vielleicht kennt. Die haben auch diese 360-Grad-Kameras gemacht, die ich dann später auch gerne genutzt habe, auch zum Einsatz von VR, aber da kommen wir später zu. Und die hatten dann quasi so eine offene Stelle für ein ERP-Projekt, so ein großes, in London. Und da habe ich mich für beworben und wurde auch nach so einem Assessment-Test akzeptiert und angenommen und bin dann halt rüber. In welchem Jahr bist du endgültig rübergegangen? Ja, so richtig endgültig war es quasi nicht. Also ich bin ja auch immer hin und her, aber so, ja, also Anfang 2007 war das. Da ging es dann los mit dem Rollercoaster. Du hast gesagt, du hast für iOS-Sachen gemacht, bist im Mobile-Bereich sehr aktiv geworden. Was waren denn da so die Spiele, wo du mitmachen konntest? Und was hast du vor allem bei diesen Spielen gemacht? Jetzt nur die Programmierung oder hast du auch Grafiken und Sounds entwickelt? Was waren da so deine Aufgaben und welche Titel fallen dir da noch so ein? Ja, also es war eine kleine Titel. Ich habe angefangen, erst mal mit, ja, überhaupt mal reinzukommen, mir die Sprache auch erst mal beizubringen. Also erst mal die Programmierung. Ich war im Grunde schon Indie-Spielentwickler. Alles, sagen wir mal, aus einer Hand. Habe die Grafiken auch gemacht, den Sound und natürlich die Programmierung. Und das war im Grunde so ein kleines Mini, wenn man es auch Game nennen darf. Das erste Versuch war so ein Countdowner mit, vielleicht erinnert euch noch, ich weiß nicht, wer jetzt noch Turken, wahrscheinlich kennen einige Leute noch Turken, von Faktor5. Und da gibt es ja von Chris Hülsbeck diese eine Szene, an die ich mir nicht erinnert habe, wenn ja dieser Countdown da anläuft und in so einem Musik-Track und dann zählt der von 10 auf 1 oder 0 runter und dann fliegt das mal so die Explosion, dann fliegt das alles in die Luft. Und ich wollte immer mal so einen Countdowner machen mit diesem, auch zum Aufwachen oder auch zum, was weiß ich, wenn ich mal irgendwo dran arbeite, dass ich dann mal so eine Art Countdown höre. Und ja, das hat mir gut gefallen. Und das war dann wirklich der Countdowner, den ich entwickelt habe. Den habe ich so genannt. Ich weiß gar nicht, ob es den auch gibt. Das war jetzt so ein, was auch so witzig war, ich habe am Schluss so einen Raketenstart noch reingebracht, also keine Explosion, sondern dann ist dann so eine kleine Rakete gestartet, wie man es vielleicht noch von der Endsequenz, von Tetris kennt. Das waren so die Inspirationen, die ich mitgenommen habe und dann diese erste App reingepackt habe, wo ich dann irgendwann später richtig auch mehr oder größere auch Spiele entwickelt habe. Aber das Witzige an der Szene ist, oder der Geschichte ist, ich habe dann wirklich versucht, Chris Hülsbeck, habe ihn nicht mehr versucht, ich habe dann einfach nur gesagt, naja, kann er mehr als nicht, antworten kann er ja nicht, schicke ich ihm mal eine E-Mail. Ja, ich habe dann also seine Produktions-E-Mail da eine Anfrage gestellt, ob er mir die Sounddateien zur Verfügung stellen könnte und was das kosten würde oder sonstiges. Und dann kam wirklich auch eine Nachricht zurück, hier, ja, können wir uns ja mal unterhalten und dann irgendwie ging das ja mit Skype weiter. Damals war Skype so das Größte. Viel mehr Möglichkeiten gab es nicht zur Kommunikation auch über den Teich und ja, seitdem benutze ich ja auch Skype. Und ja, dann kam er so ins Gespräch und dann meinte er so, ja, kannst du haben, schicke ich dir zu und dann habe ich dir so eingebaut. Und das war wirklich auch so ein kleiner, ja, so ein Traum, der war, da wurde, weil ich meine, ich habe zwar Chris Hülsberg schon mal früher auf irgendwelchen Messen getroffen, aber nie wirklich mich getraut, den anzusprechen. Bin ja eigentlich auch, also aus meiner Sicht bin ich introvertiert, aber habe dann bei IBM gelernt, wie man auch präsentiert und wie man auch viel reden kann, auch ohne jetzt sich komisch fühlen zu müssen. Aber ich bin auch gerne mal mit mir selbst beschäftigt, wenn man so schön sagt, als introvertiert, dann auch jetzt nicht unbedingt das Rampenlicht. Aber ich erzähle halt gerne auch ein paar Geschichten, die vielleicht auch andere Leute inspirieren oder weiterbringen oder einfach nur mal solche Anekdoten, wie jetzt mit Chris Hülsberg. Da gab es natürlich auch später noch ganz andere Zusatzanekdoten und Add-ons, die ich gerne erzählen könnte, aber ich habe ihn natürlich auch später getroffen, mehrfach, und da kann man auch zu anderen Geschichten, die es ja ergeben haben. Und wir haben uns auch jetzt letztes Mal auf der Amiga 37 wieder getroffen und ein bisschen ausgetauscht. Finde ich immer cool, wenn der auch sich an mich erinnert und wir auch wieder mal ins Gespräch kommen. Ja, schöne Geschichten auf jeden Fall mit dem Chris. Hast du in England frei gearbeitet, selbstständig gearbeitet oder warst du auch da zeitweise wieder angestellt oder war das immer nur Auftragsgeschichten? Genau, also ich war ja, nachdem ich zwei Jahre, wann das glaube ich, bei Rico tätig war in London, hatte ich dann gesagt, okay, jetzt war es jetzt, also ist der Vertrag auch ausgelaufen, da hätte ich die Möglichkeit gehabt und das waren eigentlich ziemlich, ja, taffe Entscheidungen, die ich treffen musste, also entweder zurück nach Deutschland, weil die wollten mich auch wieder haben. Also ich hatte ja im Grunde so einen komischen, ja, Vertrag mit beiden Organisationen in zwei Ländern oder ich, dass ich dann, die in London wollten mich auch weiter beschäftigen und die dritte Option war für mich, ich habe mich auch mal umgehört, habe mich weiter beworben und war dann Programmmanager für ein Jahr bei einer belgischen Firma, war das Ganze in London dann und habe da ein Offshore-Team in Vietnam geleitet, habe dann relativ viel, also nicht wirklich viel Games-Entwicklung gemacht, aber habe viel mit Agenturen zu tun gehabt, in London auch den ganz Großen, mit Orgel V unter anderem und mit McCann und all den anderen Großen, die mir gerade nicht einfallen, war ich sozusagen dort vor Ort und habe mit denen so alles ausgehandelt und war dann der On-Site-Manager, habe natürlich auch viel dazugelernt, was das Thema Teammanagement und Projektleitung angeht, das war für mich als Programmierer weniger, das, was ich normalerweise im Alltagsjob gemacht habe, da war ich dann auch festangestellt und ja, da haben wir auch viele Flash-Bänder noch gemacht, da ging es dann auch richtig rund mit Flash-Bänder für Coca-Cola und Lufthansa und Roche und so weiter, das war auch eine interessante Zeit, aber ein Jahr danach war ich auch voll ausgebrannt, weil das dann doch zu viele Projekte gleichzeitig zu managen, war doch eine harte Zeit und dann, wie gesagt, habe ich mich dann mehr mit dem Thema iPhone-Entwicklung beschäftigt, da ging es gerade so los und habe dann eine Firma gegründet und das relativ schnell geht in England und dann ging das los mit der App- und Games-Entwicklung. So ist das dann entstanden und dann war ich im Grunde auch teilweise freiberuflich für andere Firmen tätig oder das liegt dann je nachdem, was es war, das Publishing von meinen eigenen Projekten ging dann über meine eigene Firma und über den damals nur den einzigen Store für Mobile-Phones, das war halt der App-Store für iPhones und später kam natürlich noch Android dazu und so weiter und so fort. Auch da kann ich später nochmal genauer was zu sagen. Ja, du kannst gerne mal ein paar Spiele rauspicken, die du in der Zeit gemacht hast, die vielleicht entweder sogar noch jemand kennt oder die du zumindest damals für erwähnenswert hieltest. Ja, es waren ja so kleinere Versuche, also wenn es um meine eigene Spiele geht, das Einzige, was auf einer Game Jam, das, sag ich mal, wirklich ist was, was wir auch weiterentwickelt haben. Das war die Global Game Jam 2012, war das, glaube ich. Oder nee, noch früher, war das anders gewesen. Aber so in dem Zeitraum war das. Da haben wir dann so ein, das Thema war dieses Oboros-Zeichen, also dass ich, dass diese Schlange, die sich in den eigenen Hintern kneift, also ein Endlichkeitszeichen und da ging es halt um Unendlichkeit oder auch Unsterblichkeit, haben wir so interpretiert für uns in unserem Team und haben das dann, haben dann sozusagen ein Spiel entwickelt, das sich dann Man Alive am Schluss nannte, wir hatten am Anfang noch kein Titel dafür und haben das dann so weiterentwickelt nach der Game Jam. Das war so ein Plattformerspiel, in dem man immer einmal oder mindestens einmal sterben musste, um dann die, sag ich mal, den Level so zu verändern oder gewisse Sachen zu verändern, um weiterzukommen in dem Level. Also man war ja sozusagen ein unsterbliches Wesen und damals meinten einen, das kann man nicht machen, das ist ja Suicide quasi hier und da und jenes. War jetzt auch mehr auf lustig gemacht, nicht auf so ernst getrimmt, da haben wir auch so Mario-Anspielungen und alle Sachen reingebracht, Angry Birds und irgendwann muss ich dann nochmal drüber lachen, weil Angry Birds ist ja im Grunde genau ein Suicide-Simulator an sich, weil jedes Mal der Vogel ja auch stirbt, wenn er dagegen knallt, gegen die Banden da. Deswegen ist das ja im Grunde auch so gesehen quasi irgendwie ähnlich, aber bei uns ist es halt so, du hast immer nur ein Wesen und da ist so ein klein, knuffiges Männchen, das da rumgelaufen ist und das haben wir auch auf der Basis von Accessibility gemacht, das war relativ einfach zu steuern, was natürlich dann später, als wir das Ganze über dann das erste Mal auf dem Steam-Store über Greenlight dann irgendwann auch in den Store gebracht haben, wurde das kritisiert, weil das halt so einfach durchzuspielen war, aber wir haben das dann irgendwie vergessen, dazu zu schreiben, dass es im Grunde auch ein Accessibility-Spiel ist, also Accessibility, wer das nicht weiß, was es heißt, dass es auch für ein Spiel ist, das einfach zu beginnen ist für Leute mit Behinderung oder mit, ich weiß gar nicht, wie man es heute politisch korrekt ausdrückt, aber mit Beschränkungen oder irgendwelchen Handicaps, ja. Und das war damals auch eine Kategorie, die es schon bei der Gruppe Game Jam gab und immer noch gibt und ich unterstütze auch, seitdem ich davon weiß und die Leute auch auf der YouGamer Expo getroffen habe von Special Effects in England, die diese Charity-Organisation, die sich da zur Aufgabe gemacht hat, genau das, also normale Spiele, die es im Handel gibt, für Kinder oder Jugendliche, aber auch Erwachsene mit körperlichen Einschränkungen so umzubauen, dass die auch spielen können. Da bin ich jetzt erstmal auf das Thema Eye-Tracking gestoßen, dass man eigentlich mit Eye-Tracking-Systemen auch cool Colin McRae spielen kann oder auch Food Ninja, ohne seine Hände oder irgendwelche irgendwas oder Finger zu betätigen zu müssen. Das geht alles mit den Augen und seitdem bin ich auch ein großer Fan von so Eye-Tracking-Systemen. Das ist uns am Rande. Du hast eben Game Jam erwähnt. Wahrscheinlich wissen die meisten Hörer, was es ist, aber wer es noch nicht auf einer Game Jam war oder einer über einen Game Jam, ja, Sachen erfahren hat, kannst du einmal abreißen, wie sowas funktioniert, was das ist und was da vor Ort dann wirklich passiert. Ich habe da immer nur im Kopf, dass da Leute sitzen und ganz schnell irgendwas zusammenprogrammieren müssen. Ja, das hängt immer von dem Zeit, diesen Zeiträumen ab, in denen das Produkt fertig werden muss. Also die Game Jam ist im Grunde vielleicht schon mal das Thema Hack oder Game Hacks oder Hacker-Fonds oder Ähnliches gehört hat. Also im Grunde hat man einen abgesteckten Zeitrahmen, in dem man in diesem Fall für die Global Games sind das zwei Tage über ein Wochenende, das man trifft sich Freitag abends erst mal zum Kennenlernen und da wird das Thema auch genannt, für das man entwickeln soll. Also es gibt, wie gesagt, in unserem Fall, als ich das erste Mal da war, das Thema diese Obogus-Zeichen und diese Unendlichkeit und da drumherum dann irgendwas, ein Spiel zu entwickeln. Man kann entweder optional sagen, ja, ich mache das Ganze allein, ich brauche niemanden und mache alles selbst und habe dann zwei Tage Zeit, um das zu machen, mit oder ohne Schlafmangel, je nachdem oder ich suche mir dann ein Team, entweder gibt es Leute, die bringen ihre Teams mit, dann gab es zum Beispiel einen Fall, auch eine schöne Anekdote zum späteren Zeitpunkt mit Bossa Studios und wie sie Searchings im Nord entwickelt haben an einem Wochenende oder man kommt alleine und trifft sich dann mit Leuten und pitcht dann sozusagen die Idee, die man vielleicht für das Spiel hat, das hat man auch mal kurz Zeit für und wenn andere Leute das dann gefallen haben und vielleicht selber keine Idee haben, dann stoßen sie halt dazu und machen dann bei einem im Team mit und man kann natürlich auch dann vorneweg sagen, was man für eine Rolle hat, was man für Erfahrungen hat und was man für Leute sucht. Meistens ist es so, dass es genügend Programmierer gibt, auch 3D, 2D-Artists und meistens genügender, würde ich mal behaupten. Was immer ein Mangel ist, aus meiner Erfahrung, ist der Soundguy. Da gibt es meistens, aus meiner Erfahrung wie gesagt, auch nur den einen, der dann von Team zu Team springt und fragt, was sie alles bräuchten und dann meistens kommt dann die Wunschliste auch viel zu spät, weil viele Leute in dem Gaming-Prozess dann ganz am Schluss nochmal, wenn sie dann trotz des Stresses dann doch nochmal übernachten, okay, jetzt brauchen wir doch nochmal Soundeffekte und Musikstücke und dann den Arm dann nochmal extra belasten mit zusätzlichen Anfragen und Wünschen. Aber das ist, es ist so aus meiner Erfahrung häufig so, dass das passiert. Aber das Interessante ist ja auch, dass das generell in der Spielentwicklung ganz gerne vernachlässigt wird. Das erfahre ich auch immer wieder und sehe ich immer wieder. Und am Schluss ist es aber wirklich das, was das Spiel auch wirklich ausmacht und diese Immersion liefert, die wir dann auch in vielen Spielen als gegeben hinnehmen. Aber wenn man wirklich mal ein Spiel selber entwickelt und feststellt, da ist überhaupt kein Sound, dann fehlt einem sowas von viel an Immersion und Feeling. Das glaubt man gar nicht. Und das macht wirklich super viel aus. Genau, das noch dazu. Du hast gesagt, du hast einige App-Entwicklungen gemacht, einige App-Spiele gemacht, die auch in den Stores waren. Kannst du da irgendwas erzählen, wie erfolgreich war sowas? Wie hat sich sowas finanziert? Wie viele Leute haben sich das gekauft oder angeguckt? Was hatte man damals für Konzepte, um Geld zu verdienen? Das war ja nicht wie heute, wo es um Mikrotransaktionen ging wahrscheinlich. Ja, also genau, es gibt ja immer diese Themen, was wir gemacht haben, also je nachdem, welchen Store man jetzt auch auf den man das abzielt, also mobile Stores, das ist immer so eine Sache. Am Anfang ging das los, bei den Mobile Apps und Games, dass man gesagt hat, es gibt diese freie Version, da gibt es noch mal eine Premium-Version, das war dann die, die mit, keine Ahnung, 1 Euro, 2 Euro oder was auch immer. Es gab auch mal diesen Versuch, dass einer irgendwie so eine Diamanten-App gemacht hat, die, glaube ich, das Maximum, was man im App-Store verlangen konnte, ich glaube, das waren 9.999 Dollar oder keine Ahnung was, waren, also auch das gab es damals, die ersten Tests, das war auch ganz eine interessante Zeit damals, wo man dann auch dann diesen Mobilmarkt ausloten konnte und zu sehen, was gibt es denn da für Möglichkeiten, wie kann man da mit Apps oder Minigames und solchen allen möglichen Prank-Apps, die es ja auch damals am Anfang noch gab, oder Taschenlampen-Apps, die es auch gab, die dann irgendwann verboten wurden, weil es dann zu viele davon gab und der Markt überschwemmt wurde in dem App-Store. All sowas waren so die ersten Versuche, da irgendwie Geld auch mitzumachen, aber jetzt so auf der Greenlight-Ebene von Steam, ich meine, das wurde ja auch abgeschafft irgendwann, jetzt kann man ja für 100 Dollar sofort im Steam-Store auch was publishen, ist halt immer schwierig, da auch, ja auch über Itchalio haben wir es versucht, so ein, und über, ich glaube auch dann dieses Indiegogo, mal ein bisschen an Geld zu kommen und dann eine Community aufzubauen, aber es war alles sehr, sehr mühsam, sehr schwierig und auch für mich hatte ich damals auch nicht die Erfahrung, wie man sowas komplett aufbaut und aufzieht, ist es auch natürlich für Indie-Entwickler wie mich und andere sich immer wieder ein Problem, weil man beschäftigt sich umgekehrt mit dem Marketing, man will sich ja nicht so irgendwie verkaufen oder irgendwas, also es ist immer so das Kreative im Vordergrund, aber man vergisst dann immer, dass man ja auch irgendwie den Leuten erzählen muss, dass man das Spiel überhaupt auf den Markt gebracht hat und diese ganze stürzte Strategie, wie man das genau macht, da gibt es mittlerweile ja auch einige Blogs und YouTube-Videos um das Thema herum, auf jeden Fall hatte ich mich dann entschieden, mal so ein Spiele-Magazin für Indie-Spielentwickler ins Leben zu rufen, so am Anfang war es ein Online-Magazin, wir haben auch ein paar Print-Ausgaben gemacht, das war 2013, hieß dann IND-13 oder Indie mit League-Spelling, jetzt ist man es aber umbenannt in Into Indie-Games, glaube ich, ist aber immer noch so ein Portal für Indie-Game-Developer, das war so eine neue Idee, dass jeder mal was schreiben kann, also der aus dem Indie-Bereich kommt, über sein Spiel oder irgendwelche Themen zu dem Spiel, werden auch interessante Leute gehabt, also so Teenager oder Kinder von anderen Entwicklern, die auch immer was sagen wollten und mal ein bisschen was erzählen wollen von ihrer Welt und wie sie das aufnehmen in der Spielwelt, in der sie groß geworden sind, also ganz tolle Themen und auch alles wurde sehr gut auch wahrgenommen und angenommen von allen möglichen Seiten, aber es hat auch wirklich nicht wirklich Geld eingebracht, das Ganze und behalten ja auch so ein Live-of-Love-Projekt, aber ich habe natürlich die Möglichkeit gehabt als Editor-in-Chief, als Gründer dieses Magazins überall, weil ich auch selber Schreiber war, also Autor war, konnte ich dann auf diese, das war eines meiner anderen großen Träume, mal auf die E3 gehen, die GDC gehen in San Francisco, E3 war in Los Angeles, ohne dafür für ein Ticket zu bezahlen und habe natürlich auch Leute interviewt, auch dazu später mehr, wenn ich da alles nochmal getroffen habe, aber auch auf der U-Gamer-Expo natürlich, weil ich in London war, war immer viel los oder der anderen Indie-Version Rest, die es ja noch gab in einer anderen Location, das waren echt tolle Zeiten, wo ich eine Menge Indie-Spielentwickler auch getroffen habe und die Zeit würde ich auch nicht missen und das kann eigentlich jeder auch machen, das wollte ich nochmal dazu sagen, ich bin jetzt nichts Besonderes, aber man muss halt mal sich raus tragen und diese ganze Szene, also besonders die Indie-Game-Spiele, Szene ist, finde ich, sehr überschaubar, aber auch sehr, ja, sehr, sehr supportive, also sie unterstützen sich auch alle noch, das finde ich mal sehr spannend und das hört man ja von der Filmbranche, hört man da immer andere Sachen, ich weiß es nicht wirklich, wie es da ist, aber genau, also ich weiß es nur, in der Indie-Spielbranche ist es alles sehr, für mich auch gesehen, sehr warmherzig und alle Leute geben sich Tipps und so weiter. Wir waren ja eben noch bei den Apps, wo du ja wie gesagt ein paar Spiele versucht hast rauszubringen, magst du trotzdem immer sagen, von welchen Größenordnungen in Downloads, in Verkäufen, nicht jetzt in der Summe, aber in der Menge an Usern spricht man da bei diesen Apps in der Zeit, wir sind ja so wahrscheinlich so um das Jahr 2010, 2012 rum im Augenblick. Gute Frage, kann ich jetzt so gar nicht, muss ich nochmal alles raussuchen, was ich da hatte, also es waren vielleicht mehrere tausend im Endeffekt, aber auch über einen längeren Zeitraum, wie gesagt, es waren alles Sachen, die ich nicht beworben habe, ich habe nebenbei auch immer dann Jobs gehabt, jetzt um auch so an Geld zu kommen, immer oft, also ich habe im Grunde mir so ein Portfolio aufgebaut und war dann sozusagen, obwohl ich das gar nicht wollte, bin ich irgendwie immer irgendwelche Projekte reingerutscht, wo ich dann als Freelancer so eingestellt wurde, entweder als Freelancer für projektbezogene Apps oder Spiele oder dann auch später über Penguin Books oder Bossa Studios, wo ich dann auch an Projekten mitgearbeitet habe, Penguin Books verhandelt, in der Geschichte, wo ich eingestellt wurde, dann durfte ich dann auch Kids Bücher, also interaktive Bücher und Spiele entwickeln, Peter Rabbit Snowman oder Farber Christmas zum Beispiel sind vielleicht Begriff, auch Peppa Pig da hatte ich dann an der App sozusagen weiterentwickelt oder Jamie Oliver, das waren ja so die Zeiten, wo ich dann auch wieder Angestellter war und auch viel Erfahrung im Publishing gesammelt habe und dann sieht man natürlich, was für andere, was für Downloadzeilen auch da bei einem großen Buchpublisher wie Penguin Books dann auch ja dann dort gern handelt werden und wie klein man doch als Indie-Entwickler ist und wie viel Glück oder Publisher oder Marketing-Strategien oder was auch immer man braucht an allen möglichen Faktoren, um wirklich seine Spiele so zu boosten, dass die auch so viele Downloadzahlen bekommen. Also das, davon kann man natürlich ja nur träumen, wenn man mal die Großen sich betrachtet. Deswegen so richtig am Ziel bin ich noch nicht, was das angeht, aber wir haben ja immer noch ein paar Spiele in der Pipeline und ja, wir entwickeln ja auch mal noch ein paar Sachen weiter. Ja, du hattest ja schon gesagt, dass du mal diese Idee mit dem Eye-Tracking hattest und irgendwann ging es dann bei dir auch in Richtung VR weiter, wo das ja auch eine Rolle spielt. Kannst du mal sagen, wann du das erste Mal Erfahrung hattest mit VR-Geschichten und wann du die ersten Entwicklungen dafür gemacht hast und wie der Weg sich da weiterentwickelt hat? Genau, also ich habe ja angefangen, das Ganze 2012, als ich bei Penguin Books, wie gesagt, angestellt war. Ich hatte nebenbei noch ein paar Leute beschäftigt über meine Firma, die ich nebenbei noch ablaufen lassen, um dieses Spiel für andere Spiele zu entwickeln, aber das waren alles so kleinere Geschichten, die es wirklich geschafft hatten, aber es ging los mit dem Announcement, das wir gesehen haben von Kickstarter von Oculus, das war diese Firma, diese damals noch unbekannte Firma und dieser 21-jährige Schnösel, der da meinte, hätte ein VR-System entwickelt, das sogar John Carmack da vom Hocker gehauen hat, wie man so zumindest, wenn man das glauben darf, was da geschrieben wurde. und dann kam dann dieser Kickstarter ja wirklich Fahrt aufgenommen und das war dann so, ich glaube, Herbst wurde auch so erfolgreich gelauncht und das war dann dieser Oculus Rift DK1, also Developer Kit 1. Das war also noch keine echte Verkaufs- oder Retail-Version für den Markt, das kam dann viel später, wie wir wissen und das ging dann wirklich so ja quasi im Grunde Ende 2012 los und dann wurde auch irgendwann das Jahr darauf wurde, in Europa wurden die ersten Geräte auch ausgeliefert, aber das hat bei mir, glaube ich, von der Bestellung bis zur Lieferung fünf Monate gedauert und in der Zwischenzeit wurde ich auch etwas ungeduldig und habe dann angefangen mir mit so Pizza-Boxen und Blaupausen die ich irgendwo gefunden hatte und ich habe mir mit einem Kollegen damals aber viel recherchiert, wie man selber so ein VR-System bauen könnte. Ich hätte damals auch angefangen mit Unity zu entwickeln und wie man das in Unity umsetzen kann, da gab es auch gar nicht so diese ganzen Frameworks wie heute und diese Software Developer Kits, die man sich einmal runterlädt oder teilweise in Unity, wo das fast schon mit integriert ist mit ein paar Knopfdrücken, hat man dann schon so ein VR-System, das man dann schon mal nutzen kann. Das muss man sich alles hart erarbeiten, das Wissen und von der Hardware- und der Software-Seite ausgehend und dann hatten wir wirklich mit einem Nexus-Tablet damals unseren ersten Prototypen mit einer Box, die mein Kollege dann auch gebaut hatte mit meiner Unterstützung und den ganzen Daten, die wir im Internet gefunden hatten, und dann hatten wir unsere ersten VR-Prototypen entwickelt. Hat mich aber keinen interessiert, witzigerweise in der Firma, weil die überhaupt nicht auch Augmented Reality technisch, weil ich ja vorher schon interessiert habe, auch ein bisschen Erfahrung gesammelt, damals, als ich bei Augmented Reality gesehen habe, dass die sowas für das Nokia-Handy entwickelt haben, so einen ersten Prototypen. Da wurde ich einerseits auch aufmerksam auf das Thema, aber beides, egal ob Augmented Reality oder Virtual Reality, war halt nicht in der Strategie festgelegt, zumindest in der Zeit, und ja, da habe ich mich halt auch weiter umgesehen und trotzdem mit diesem Thema beschäftigt und meinen ersten Prototypen, also solchen Game-Prototypen habe ich dann auf der Global Game Jam wieder mal entwickelt, Anfang 2013 war das, und habe meinen ersten Asteroids mit VR drin, das war mein erstes VR-Spiel für das, im Grunde für Android-Geräte, also für, ich habe es auf dem Play Store von Google auch dann gepublished, und es gab ja damals auch dann die ersten Meetups in London für VR, da habe ich auch ein paar interessante Leute kennengelernt aus der Branche, die es auch ein bisschen weiter geschafft haben als ich, aber nichtsdestotrotz war das eine super Zeit, die auch kennenzulernen und das Interessante war, dass Leute mein Spiel sogar kannten und sogar gespielt haben, obwohl ich es im Grunde schwierig war, also es gab kaum Zugang zu irgendwelchen, also das ist der Name Cardboard, den man heute kennt, von diesen Google Cardboards, die ja dann zu Millionenweisen auch verteilt wurden, gab es damals alles noch gar nicht, es gab keine, so diese Cardboards und diese Cases, also diese Behälter, wo man dann sein Handy reinstopfen kann, das ist so ein kleines VR Pappding meistens gewesen mit zwei Linsen und dann kann man eine VR-Anwendung auf seinem Handy starten, dann sieht man diesen Split-Screen, also zwei für das linke und das rechte Auge und kann das dann entsprechend da reinstopfen in das, in dieses, dieses Kreuze und sieht dann ein echtes theoskopisches, so ein immersives Erlebnis oder ein Spiel oder was auch immer und genau, das war sozusagen die Zeit, wo es gerade so losging mit den auch den, wie kommt man an die Hardware, also baut man sich die selber und dann waren die ersten Leute, die das auch bei Kickstarter gemacht haben und erst Mobile Hardware-Systeme gebaut haben VR-Race oder V-Race oder V-Race, keine Ahnung, wie man es ausspricht, die haben dann angefangen eine eigene 3D-Drucker, gedruckte Version zu entwickeln, ich habe mir auch dann 3D-Drucker geholt, das war so die Zeit, wo es gerade losging, auch mit der 3D-Drucker, war auch eine spannende Zeit und da habe ich mich auch mit beschäftigt, um auch so ein eigenes Case zu bauen, um meine Spiele dann auch Leuten zeigen zu können, auch eine wilde Zeit, muss ich sagen, also der pure wilde Westen so 2013. Ja, du hast ja mit VR weitergemacht und hattest auch irgendwie über Umwege Kontakt zu den Lionhead Studios. Genau, das ist dann noch, als dann im Grunde haben wir mit, ich habe mich beworben, ich war damals beim, weil ich nebenbei auch an Game Design interessiert war und auch mehr in diese Game-Branche da rein wollte, habe ich mich für so einen Online-Kurs, so eine Universität quasi beworben, die sich Train to Game nannte, die gibt es leider nicht mehr, aber das waren echt wilde Zeiten mit denen zusammen, weil es waren zwei Dinge, die, genau, die sozusagen mir auch geholfen haben, auch die Kontakte zu knüpfen. Das eine war, die hatten ein Event organisiert, das war vor, bevor ich dann mit Lionhead Studios dann in Kontakt kamen und zwar war das die erste Local Game Jam, die auch von dem Guinness Book Records dann Halter oder zum Halter wurde, da haben die auch den Guinness, den keiner weiß, wer wirklich heißt, aber es war ein Typ, der mit so einem Guinness Book Record Hemd und Jackett rumgelaufen ist und wir mussten dann über dieses Wochenende durften wir auch nicht großartig rauslaufen, weil wir mussten halt gezählt werden und es sollte halt die größte lokale Game Jam der Welt werden, wurde sie zu dem Zeitpunkt auch, wir waren dann glaube ich um die 300 Teilnehmer mit um die 42 Spiele, die rausgekommen sind, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe und durften halt alle mal am Schluss diesen Guinness Book Record, diese Tafel da erhalten, also ich bin nur einer von 300 leider, nicht der Einstiegler, aber das war eine coole Zeit und dadurch habe ich das Team auch kennengelernt, mit dem ich dann später auch eine Firma gegründet habe, eine kleine Spielefirma und das Interessante war, bei diesem Event habe ich John Herr kennengelernt, hatte ich nämlich noch gar nicht erwähnt, glaube ich, in den anderen Stammtisch Talks, der war in der Jury drin und der fand unser Spiel auch ganz interessant und dann kam er so ein bisschen ins Gespräch und dann habe ich einfach mal auch angesprochen, ob er gerne mal mein Mentor werden möchte, hat ja erstmal darüber nachgedacht, war der ja auch kein Problem, dann haben wir uns auch mal im BAFTA Club getroffen, Members Club, das ist jetzt schlimmer, als es sich anhört, also das kann man für mehrere 100 Euro oder Pfund manchmal nachgeschaut, auch kann man das werden und dann war ich da schon mit ihm im Café und habe ein paar Spielkonzerte mit ihm durchgesprochen. Für alle, die jetzt John Herr nicht kennen, ich weiß es nicht genau, also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, das war einer, der dafür verantwortlich war, dass ich als Kind schlaflose Nächte hatte mit zum Beispiel Megalomania oder Cannonfall oder Sensible Soccer, um nur ein paar davon zu nennen. Aber das war halt auch die erste Zeit, wo ich dann das erste Mal mit jemandem aus der Branche gefühlt gesprochen habe oder länger gesprochen habe und auch sehr zugänglich, der Mann, also echt toll mit jemandem sprechen zu dürfen und das fühlte ich mich auch echt geehrt, dass ich das echt mal Zeit genommen hat für einen und genau und dadurch diese lokale Game Jam mit diesen Leuten, die ich da getroffen hatte in dem Team, haben wir uns dann beworben, auch bei Train2Game für ein, die haben eine Firma oder Leute gesucht, die Interesse haben, eine Firma zu gründen, eine Spielefirma für den Microsoft Accelerator in London, das war der allererste Kohort, das war so ein erster Pilot und wir wurden dann halt auch genommen, geschortlistened und dann in die Auswahl mit übernommen und dann mussten wir irgendwie, als wir Tag 1 auch die Spasti-Firma gegründet hatten mit fünf Leuten, uns dort einen Mentor aussuchen und witzigerweise lief dann da Gary Carr herum, der, den man vielleicht kennt, das ist der Creative, oder war der Creative Director von Lionhead Studios und ich hab den vorher auch noch gar nicht auf dem Radar gehabt, also wenn man jetzt gesagt hätte, Peter Molineux, ja klar, der ist ein Name, aber er saß im Grunde immer neben ihm, auch in dem Raum und wir hatten auch später die Gelegenheit nochmal in die Heiligen Hallen für drei Tage dann dort vor Ort sein zu dürfen und haben natürlich auch viel Spaß gehabt und haben auch viel gelernt und er war natürlich auch sehr, ja also sehr, sehr dankbar, sag ich mal, dafür, dass wir die Möglichkeit hatten, weil, wie wir alle wissen, sollte diese Firma dann nicht ewig existieren. Er hatte uns damals, als wir vor Ort waren, auch noch gezeigt, wo 22Cans ist, die Firma war nebenan, im Nebengebäude, wo dann Peter Molyneux im Zeitpunkt ja auch schon seine neue Firma gegründet hatte und umgezogen ist und das Allercoolste war ja dann für mich zu erfahren, wer Gary Carr wirklich ist, in dem Sinne, dass er mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert hat, was er so, was seine ersten Spiele waren, die er entwickelt hat und ich habe dann echt nicht schlecht gestaunt, als das erste Spiel, das er nannte Barbarian 1 war für den C64 und all die anderen Systeme, die er für die es entwickelt haben und wieder einen zweiten Teil und da meinte er, es gibt nur, ich glaube, es waren ja drei Leute, die das Spiel entwickelt haben, einer ist leider schon gestorben und der andere wäre Steve Brown gewesen, den ich später witzigerweise auch noch getroffen habe und auch mit ihm zusammengearbeitet habe, aber das kann ich dann später auch nochmal irgendwann in der Zeitlast benennen, aber es sind so witzige Events, die sich da aufgetan haben und ich bin auch echt dankbar dafür, dass ich Gary treffen durfte und dass er mein Mentor war für drei Monate und er hat auch echt super coole Anekdoten erzählt und so, alles Mögliche von seinem Werdegang auch mit Bullfrog und all den Spielen, die sie dafür entwickelt haben, also es war super. Ja, du bist in den nächsten Jahren ja der VR-Schiene treu geblieben, hast da ja auch die Entwicklung weiter beobachtet und weiter ja dran gearbeitet. Kannst du einmal abreißen, was in dem Bereich sich seitdem dann so alles getan hat und wie sich ja deine Arbeit auch verändert hat im Laufe der Jahre dann? Ja, kann ich gleich noch machen. Ich wollte noch eine Sache sagen zu Barbarian, ich weiß nicht, das kennt vielleicht der eine oder andere auch, für mich war das eines der ersten brutalsten Spiel, die ich je gespielt habe auf dem C64, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber es war sozusagen, für mich war das so der der Held meiner Jugend, der dieses Spiel entwickelt hat, der stand vor mir und hat auch viele andere Spiele von Bullfrog oder Bullfrog-Spiele, die rauskommen, sind auch entwickelt. Man kann das eigentlich ja nicht in Worte fassen, wie man sich fühlt, wenn man so einer Person begegnet, die viele der Erinnerungen und natürlich auch der schönen Erinnerungen, die man in seiner Kindheit und in seiner Jugendzeit erlebt hat, dass man diese Person mal vor sich hat und auch ganz normal mit denen reden kann. Also es ist Wahnsinn. Genau. Aber jetzt noch zu der VR-Geschichte. Ja, also ich habe im Grunde ja viel im Bereich VR-Entwicklung gemacht in den letzten zehn Jahren von Oculus, also die ganzen, hatte ich ja schon erwähnt, Oculus, DK1, DK2, dann die, also Developer-Paket 1, Developer-Paket 2, dann kam die Retail-Version raus und habe da auch später kam dann die PlayStation VR-1 raus, wenn man sie ernennen muss, weil es ja auch eine 2 gibt, das war damals der Project Malfoy's, das, ich erinnere mich noch, da war ich auf der, ich glaube, das war die GDC in San Francisco, wo die 2014, glaube ich, auch das erste Mal vorgestellt wurde, habe ich auch, hätte ich jetzt auch Tonnen an die Toten zu erzählen, da habe ich auch David Fox getroffen, von Lucasfilm-Cames, der Nummer 3 Mitarbeiter, also ganz wahnsinnige Zeiten auch da, als es so losging mit den, mit der VR-Zeit, als Sony damit ins Spiel kam und dann habe ich auch ein paar Portierungen und Umsetzungen von Spielen für dieses Thema gemacht, unter anderem habe ich unterstützt bei dem Spiel Eden Tomorrow, ein Spiel aus Hannover und war auch das Interessante, die Synchronstimme von diesem einen, sag ich mal, Androiden, oder nicht Androiden, aber so einer Drohne, die da rumschwebt und an einem redet, das ist Kalkofer, fand ich auch sehr lustig und da habe ich auch in anderen Portierungen gearbeitet, auch für die Quest unter anderem für Psy, PsyTech und also aus London für Windlands und war auch eine interessante Zeit da, da um an den Portierungen zu arbeiten, dann kam die Quest gerade raus, dann habe ich die auch mal bekommen, bevor alle anderen die hatten, das DevCat und das war echt mal so ein, auch so ein Opener mal, ein erstes gutes Standalone-System von Oculus zu sehen, das war wie gesagt die allererste Version von der Quest 1 und die hat dann gezeigt, wo die Richtung hingeht, obwohl ich ja schon vorher viel mit mobil VR entwickelt habe, auch vorher schon und auch wie gesagt für Cardboard Entwicklung gearbeitet habe, also jetzt an Handys, für iPhone und für wie heißt es nochmal, für Android-Systeme, habe das versucht auch nochmal für zur Zeit als ich bei Microsoft beim Accelerator war, das Ganze auch nochmal anzupassen für das Windows-Handy, aber das war dann erstmal mehr oder weniger wieder vom Tisch, habe dann also auch da versucht viel im Bereich Handy- VR-Entwicklung weiterzuentwickeln, auch für als später kam dann von Samsung das Gear-VR-Gerät raus, wer das vielleicht noch kennt, wo man das erste Mal die Möglichkeit hatte, so ein Bundle zu kaufen, in dem man dann sein Smartphone von Samsung in dieses vorgefertigte Plastikgehäuse stellen konnte, das dann auch dafür vorgesehen war und in Zusammenarbeit mit Oculus gab es ja auch Spiele dafür, leider sind viele davon natürlich auch wieder verschwunden, weil das ist schade an dieser schnelllebigen Landschaft, in der wir uns bewegen in VR, dass Systeme und Spiele so schnell wieder verschwinden, bevor man sie überhaupt, denke ich, mal archivieren konnte. Ich hoffe, dass es trotzdem Möglichkeiten gibt, nochmal an diese Spiele reinzukommen, weil irgendwann müssen wir uns damit mal auch wieder auseinandersetzen, weil das sind Sachen, die einfach sonst verloren gegangen sind und viele Erinnerungen, die ich, gute Erinnerungen, die ich hatte an solche Spiele sind natürlich auch weg und es ist schwierig, dann Leuten davon zu berichten. Genau, aber dann bis jetzt, sag ich mal, Quest 2 ist natürlich das neue Thema, jetzt kommt die Quest 3 raus, demnächst dafür machen wir auch Entwicklungen auch für Kunden und ja, ich spiele auch, wir danken jetzt mich nochmal für ein Projekt für die PlayStation VR 2-Brille zu bewerben bei Sony und ja, das, was jetzt ansteht, irgendwo ich ganz heiß drauf bin, ist natürlich auch Apples Vision Pro Gerät und das auch im nächsten Jahr dann starten soll, ich denke mal, das hat auch Potenzial und mal schauen, wo die Reise hingeht. Kannst du einmal kurz abreißen, wie entwickelt man ein Spiel für VR, wie man normale Spiele entwickelt, ist klar und VR wirst du auch nicht dauerhaft mit einer aufgesetzten Brille entwickeln, wie geht das technisch vor, machst du das am PC und parallel schaust du, wie das in VR dann aussieht oder also für Leute, die das gar nie gemacht haben, wie geht man da vor, dass es hinterher ein gutes VR-Spiel ist und nicht nur ein gutes Spiel? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es hat sich sehr viel getan in den letzten zehn Jahren. Natürlich fehlen immer noch die gewissen Tools, sage ich mal, um, sagen wir mal, direkt in VR entwickeln zu können. Also es gab diese Ansätze mal von Unity, also wenn man ja sage ich, grob anfangen möchte, was für VR zu entwickeln, da nimmt man ja am besten eine vorgefälligte Game Engine mit den entsprechenden Add-ons oder Plugins, wie man sie auch nennt, je nachdem und das eine ist halt Unity und das andere ist Unreal, das sind die größeren, natürlich gibt es noch Crytek und so weiter, aber das ist jetzt noch etwas, sage ich mal, andere Themen und wenn man sich jetzt eins von, für eine der beiden Engine entschieden hat, wie auch immer und nach welchen Kriterien man das auch macht, sei mal hingestellt, das erzähle ich aber meinen Studenten auch immer, ich bin ja auch Lehrer, ab und zu mal in England oder auch jetzt in Deutschland und da geht eigentlich alles am Anfang, wie man es normal auch kennt, am flachen Bildschirm, baut das alles auf, setzt die Szenen, die Spielszenen zusammen, programmiert eventuell dann Interaktionen ein, was ein bisschen nervig ist, aber es gibt ja auch mittlerweile so Zwischenlösungen, sage ich mal, ist, dass man wie ein First-Person-Shooter da rumläuft, aber das normalerweise ist so, dass wenn man sich mit Feuer beschäftigt, ist es ja jetzt so, dass die diese Kamera, die Spielekamera sitzt ja direkt bei jedem am Kopf, sage ich mal, also der Spieler ist ja im Grunde, je nachdem wie groß der Spieler auch ist, hat ja eine gewisse Höhe in dem virtuellen Raum und da geht das schon los, also da muss man auch dann darauf achten, wenn man, egal ob ich davon, welches Spiel man entwickelt, was für Level das sind, dass da Leute mit unterschiedlichen Höhen, also Größen, sage ich mal, also jetzt, ob man jetzt Jugendlicher ist oder Erwachsener oder auch je nachdem, wie groß die Erwachsenen sind, mit denen man das tun hat, also von ein Meter irgendwas bis zwei Meter gibt es ja und irgendwas gibt es ja alles, das ist ja auch so ein Thema, dass man vielleicht berücksichtigen muss bei dem Level-Design, das ist schon der erste Punkt und bei dem, das sieht man so mit diesen vorgefertigten Plugins zum Beispiel gar nicht so richtig, man sieht, dass die Kamera immer am Boden liegt, weil normalerweise misst das VR-System ja einen, hast du vielleicht auch gesehen, wenn man das Setup einer VR-Brille heutzutage startet, dann scannt er erstmal den Raum, da muss man eventuell aber auch noch nachhelfen und dann den Boden nochmal runterdrücken mit dem Drahtgitter, das einem angezeigt wird, dass man weiß, wo der Boden genau positioniert ist und darauf basierend wird dann die Kalkulation ausgeführt mit der Spielekamera, die dann sich sozusagen, ja, die dann abgebildet wird, je nachdem, wie man diese VR-Brille aufsetzt und die hat dann eine gewisse Höhe und das wird dann übertragen auf die Videospielekamera in dem Spiel. Ich hoffe, dass es einigermaßen klar ist, wenn nicht, müsste man da vielleicht nochmal genauer drüber, ist auch nicht mehr so früh am Tag, aber das ist so grob das, was man am Anfang berücksichtigen muss, dass man immer so die Ich-Perspektive hat, obwohl es ja auch witzigerweise Ansätze gab, wo wir alle dachten, wie soll man jetzt ein Third-Person-Spiel in VR umsetzen, aber wir haben gesehen, auch das geht, also dass wir zum Beispiel Lucky's Tale war eines der ersten oder auch Air Mac waren so die ersten Titel, von denen ich weiß, wo das ganz gut geklappt hat, dass man sozusagen einfach nur ein Beobachter ist, so wie bei Command & Conquer zum Beispiel und kann sich aber umschauen mit der Kamera, aber im 3D-Raum und kann dann zum Beispiel bei Air Mac dann die Macs steuern, wie so Remote-Control-steuerte Vehikel, sag ich mal, mit dem Joystick und man kann sich trotzdem drumherum bewegen oder auch da eine gewisse Positionierung oder Teleportationsmöglichkeit nutzen, um sich dahin zu positionieren in den virtuellen Raum, um vielleicht ein Spielfeld oder das Schlachtfeld von einer Perspektive zu betrachten. Also da gibt es auch wirklich interessante Experimente, die man in VR auch schon gesehen hat, also das sind nur zwei Ego-Perspektive und wie gesagt Third-Person, aber das je nach Spiel, das man sich überlegt, sind das auch Themen, die man dann auch mit berücksichtigen muss. Wie hoch ist in der Branche der Konkurrenzdruck? Das ist ja immer wieder, du brauchst immer neue Technik, musst dich immer wieder auf was Neues einstellen, immer wieder was Neues lernen und entwickeln. Machen das viele? Ist das in Deutschland eine große Sache oder nur im Ausland oder wie ist da die Marktsituation? Ja, also wenn man sich da beschäftigt, dann ist man ja wie man in jeder anderen Branche auch immer im Thema drin. Also ich sag mal, als ITler kommt man ja nicht drumherum, sich weiter zu entwickeln und mit neuen Systemen zu beschäftigen. Also ich meine, ich habe mich bisher immer noch gesträubt, Windows 11 zu installieren, aber wir wissen ja alle, irgendwann müssen wir es vielleicht doch nochmal machen oder aus welchen Gründen auch immer, aber ich habe mich auch immer gesträubt, Windows, was war das für 90 oder so zu installieren. Ich wollte immer meine Spiele in DOS spielen, weil ich wusste, dass du dann brauchst du wieder bessere Hardware, die du kaufen musst. Das ist alles ein Performance-Killer, diese komische Windows-gesteuerte Operating-Systeme. Ich hatte auch früher mit OS 2 von IBM noch gearbeitet, da könnte man ja alles noch konfigurieren, war jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber im Grunde ist man ja immer in unserer Branche und VR sowieso und AR auch, also Augmented Reality, Virtual Reality, ist man ja immer dabei, sich den neuen Gegebenheiten zu stellen und mir macht das auch immer Spaß, sich da einzuarbeiten. Also da muss man, glaube ich, offen für sein und das Willkommen heißen, was da kommt. Und natürlich auch, ist man ja auch mit zum Teil in der Position, dass wir noch so ein New Frontier haben, wie man so schön sagt. Man hat diesen Raum, der noch nicht so erforscht ist. Mittlerweile wissen wir ja gewisse Sachen, die funktionieren. Wir wissen auch über Motion Signs und Cyber Signs, aber das ist ja auch kein neues Thema. Aber auch, wie wir das umgehen können oder minimieren können oder wie auch immer. Und all solche Themen, denen muss man sich halt stellen. Und es wird auch immer besser. Also jetzt die Auflösung von der Quest 1 bis jetzt zur Quest 2 oder auch der Pro oder jetzt vielleicht auch bei der Playstation VR2-Brille, wenn man sich die dann aufsetzt, dann sieht man ja auch wieder einen Unterschied. Und natürlich gibt es ja noch diese anderen Alternativ-Geräte, also das Alternativ, aber andere Namen gibt es ja auch noch, die auf dem Markt sind, wie zum Beispiel die Pico 4, die ist ja auch seit November letzten Jahres auf dem Markt. Und Pico ist ja auch kein neuer Gegenspieler, sag ich mal, von Meta-Oculus-Facebook. Die gibt es auch schon länger am Markt, mit denen haben wir auch schon ein paar Spiele auf den alten 3-DOF-Systemen, also der Goblin 1, Goblin 2, wie sie hieß, oder G1, G2, schon entwickelt, bis dann jetzt diese Systeme auch rausgekommen sind, die dann natürlich konkurrieren sollen mit der, oder wollen mit der Quest, mit der Quest 1 und 2, ja. Und das sind also, DOF heißt Degrees of Freedom, das heißt, es gibt die alten Feuersysteme und Feuerbrillen, die Standalone-Brillen, die es gab ohne Kabel, wo man ja auch schon die Spiele drauf installieren konnte, ohne dass man jetzt einen Spielerechner braucht oder eine Playstation. Die konnte man also mehrere Stunden dann ohne Kabel spielen und das überall. Und 3-DOF heißt also, die haben sich nur um die eigene Achse gedreht, also XYZ-Achse, aber nicht in den Raum verschoben. Also man, egal wo man hingelaufen ist mit der Brille, der virtuelle Raum hat sich nicht in die Richtung bewegt, in der man davon ausirren wird, dass sich bewegen würde. Aber mit diesem 6-DOF, also jetzt diesen neuen Six-Degrees of Freedom, haben wir auch noch die Bewegung in den räumlichen Bereich, also nach vorne, nach oben und nach links oder rechts zum Beispiel. Und dadurch hat man halt diese tollen Spiele, die man jetzt auch in einem echten Raum spielen kann und der sozusagen gemappt wird mit dem virtuellen Raum, den man im Videospiel oder in den Anwendungen, die man nutzen möchte, auch erwarten würde. Also es ist so ein Matching und deswegen sind die neuen Systeme auch alle sogenannte 6-DOF-Systeme. Und das ist natürlich auch dafür, dass den Leuten weniger schlecht wird. Das gibt noch andere Faktoren, die dafür eine Rolle spielen. Aber die Leute, wenn die erwarten, dass sie nach vorne gehen und das auch so sich in dem widerspiegelt, in der virtuellen Welt, in der sie sich bewegen, dann die Erwartungshaltung und das Gehirn das eben so akzeptiert, dann ist das natürlich um einiges besser, als was wir noch vor mehreren Jahren an Hardware gesehen haben. Genau. Du warst an diversen Projekten beteiligt, hast bei diversen Sachen mitgewirkt. Weißt du noch, was das kürzeste oder das längste Projekt war, bis ihr im Spielebereich zumindest mal zu einem Ergebnis gekommen seid? Das ist mal so eine Frage. Also es gibt ja, schnelle Möglichkeiten sind, wo, wie gesagt, dieser einfache Shooter, Space Shooter, das war dieses Asteroids-Ding, von dem ich mal erzählt hatte, da gab es ja auch im Grunde dann später was, was ähnlich aufgebaut war, aber dann mit mehr bekannteren IP-Titel, also Intellectual Property und zwar Amorhuhn. Da gibt es nämlich dieses Amorhuhn-Spiel für VR, für, also es war so ein Cardboard, das konnte man sich beim Mediamarkt oder Saturn an der Kasse, lagen die rum, für einen Zehner mitnehmen, musste dann dieses, diese Box dann aufmachen, dann war da so ein Keycode drin, mit dem man dann das Spiel, das man runterladen konnte, auf seinem Handy, auf iOS oder Android, also iPhone oder Android, Handys dann, dann aktivieren konnte, um dann auch mehr Spiele zu spielen und diese Box war nicht einfach nur eine Gaybox, sondern da drin war dann, waren sozusagen alle Utensilien, um sich so eine auffaltbare VR-Brille aus Pappe und den Linsen, die es dazu gab, diese beiden zusammenzubauen und dann Moorhuhn in einer 360-Grad-Umgebung nutzen zu können und dann eben auf Moorhühner in 360-Grad zu ballern, ja. Und das war, also das ist eigentlich so, das Prinzip ist das Schnellste, ja. Also man hat wirklich nur eine Umgebung, hat dann irgendwie, ja, Gegner oder auch andere Objekte um sich herum, muss sich also nur um seine eigene Achse drehen, wann überhaupt. Wir haben auch festgestellt, dass viele Leute auch irgendwann so faul sind und sich gar nicht mehr umdrehen wollen oder am Anfang gar nicht verstanden haben, dass VR bedeutet, dass man eigentlich auch sich um 360-Grad drehen kann. Das habe ich jetzt auch wieder am Wochenende. als ich das ein paar Leuten gezeigt habe, festgestellt, dass die Leiten natürlich musste schon mal nach hinten oder nach oben oder nach unten, da sind auch Sachen, die passieren, zeitgleich eventuell sogar und die Leute dann so überrascht waren, weil wir sind ja so fokussiert darauf, dass wir uns einfach hinsetzen und vor uns alles sich abspielt. Deswegen ist es ja auch interessant zu sehen, dass viele Game-Mechaniken auch in VR mittlerweile wieder auf, also es gibt ja natürlich Gründe dagegen und dafür, aber vieles sind so 180-Grad-Erfahrung, ja, dass man sagt, okay, Leute schauen sich ähnlich nach oben, nach hinten und wollen wissen, was da passiert, außer vielleicht ist es ein Jumpscare-Spiel oder sonst was oder ein Horrorspiel, wie gesagt, nicht mein Thema, aber auch sowas gibt es ja und dass dann vieles halt vor einem sich abspielt, ja, und das kann man natürlich auch zu einem gewissen Grad steuern und das auch dann entsprechend in den Spielen so vornehmen. und das ist der schnellste Weg, glaube ich, auch für 360-Grad-Videos, da gibt es, glaube ich, noch so viele Ideen, die ich auch noch habe, die noch nicht durchgeführt wurden, also sagen wir mal so ein Mist-Spiel, ja, das kann man relativ schnell umsetzen und dann in 360-Grad sowas umsetzen und dann hat man so ein 360-Grad-Pony-Click oder sowas in der Richtung, ja, also da, das wären so die einfachen Wege. Dann gibt es natürlich dann die Open-World-Sachen oder jetzt hier No Man's Sky, das sind natürlich auch VR-Titel oder die dann auch als VR-Titel rauskamen, das sind die längsten Produktionen, also ich meine, ich habe da jetzt nicht an solchen Titeln mitgearbeitet, für Transparen jetzt, ich weiß es schon, Mary meinte, die ersten drei Jahre waren die härtesten, weil er nicht alles durchziehen konnte, was er eigentlich sich vorgenommen hatte und dann hat er ja das Glück, ihn auch mal zu treffen auf der, also der Gründer von Hello Games und, wie gesagt, von Joe Danger und No Man's Sky, der Entwickler oder natürlich nicht Alleinentwickler, aber das fand ich nur interessant, dass er gesagt hat auf der Keynote-Speech von der Developer Brighton damals, entweder hätte er jetzt das Geld nehmen können, das er hatte nach drei Jahren und hätte davonlaufen können auf einer einsamen Insel oder er beißt nochmal die Zähne zusammen und investiert nochmal drei Jahre um all die Versprechen, die es nicht eingehalten haben aus verschiedenen Gründen jetzt doch nochmal zu erfüllen und die Community nochmal happy zu machen und das haben sie natürlich auch geschafft und die liefern immer noch ab. Wie gesagt, VR war ja auch gar nicht am Anfang mit dabei, aber ich bin ein großer Fan des Prinzips, ich meine, ich spiele es nicht so häufig, aber ich finde einfach nur die Idee dahinter ist genial, ein prozedurales Universum zu schaffen, ja, aber jetzt die Spiele, die, in denen ich mitentwickelt hatte im VR-Bereich, ja, die längsten, das sind jetzt, äh, brauchen nicht immer am Anfang dabei oder kommen dann nur mit als Spezialist mit rein, aber ich sag mal so an einem, ähm, jetzt zum, ähm, Blockchain-Game für Web3 habe ich mitgearbeitet, das war jetzt ein Projekt, das lief über ein Jahr zum Beispiel. Und was war das Schnellste, was du bisher gemacht hast? War das eine App oder auch irgendein kleines VR-Spiel? Was geht flotter? Äh, ja, ist mal drauf an, was, also VR-Spiel, je nachdem, was man sich vornimmt, also man kann wirklich relativ schnell, ähm, auch ein VR-Spiel mit ein bisschen Kenntnissen, ähm, oder auch relativ wenig Kenntnissen, denke ich mal, geht das ja heutzutage auch schon, die Tools sind ja umso viel besser als noch vor Jahren, kann man da was umsetzen, ne, also man kann jetzt, ich hab jetzt einen Praktikanten gehabt, dem hab ich dann mal eine Aufgabe gegeben und dann hat der an einem Tag ein Holo-Deck gebaut, ja, mit ein paar Interaktionsmöglichkeiten so ein, quasi so ein Escape Room, also das geht relativ schnell, ähm, je nachdem natürlich, was man dann vorhat und, äh, was man dann Game-Echaning einbringen will, aber auch so ein, ähm, Plattformer, ähm, mit One-Game kann man ja mittlerweile relativ schnell in Unity auch aus dem Boden stampfen, gibt's ja auch mittlerweile viele Tools und, ähm, Tutorials oder auch, ähm, Templates, die man da mit reinladen kann, das war ja vor, vor vielen Jahren noch nicht der Fall, da musste man ja auch entweder alles selber zusammenbauen oder auch, ähm, Plugins, äh, die man ja auch von den verschiedenen, ähm, Apps, äh, also die haben eigene, quasi Asset-Stores nennt man die ja, äh, für diese Game, Game-Engine-Plattformen oder Marketplaces für Unreal, da findet man ja auch schon viele Hilfsmittel, um schnell mal, äh, was, äh, zu entwickeln und, ähm, da, da sag ich mal, nicht alles von vorne entwickeln zu müssen und dann geht's ja nur noch darum, um den kreativen Prozess zu unterstützen, wie setze ich, ähm, die Mechaniken ein oder, ähm, mach gutes Level-Design oder, ähm, oder was auch immer dann das Ziel des Spiels ist. Du hast für diverse Firmen ja gearbeitet oder auch zugearbeitet. Gab's eine Lieblingsfirma in deiner Karriere? Also meine eigene, ähm, ähm, die haben mir leider nicht so viel, äh, äh, Geld eingebracht, beziehungsweise die Spiele, die wir, die ich entwickelt habe, aber, ähm, ich hab natürlich dadurch viele Möglichkeiten gehabt, ähm, ähm, also, ich glaub, Penguin Books war, ähm, meine Lieblingsfirma in dem Sinne, also es waren, die, die Produkte waren nicht unbedingt mein, also ich war nicht die Zielgruppe, sondern es waren ja die, eher die Kids, und es war ja auch viel mehr, mehr Bereich Lernsoftware und so weiter, aber die Atmosphäre hat mir gut gefallen, also man kommt dann in diesen Raum rein und ich bin, ich liebe auch Bücher und ich liebe auch, äh, Game, äh, Guides, also hier von, von Bradley Games oder, ähm, oder was auch immer, Lego, Lego Star Wars, äh, nur Star Wars oder, ähm, oder wie sie alle heißen, die ganzen Titel, die hatten ja wirklich alle Bücher da gehabt, also egal ob Fiction, Non-Fiction, also man kam da rein in das Büro und das hat schon so gerochen nach, also, äh, jetzt sag ich mal, ähm, Buchladen, nicht, nicht Bibliothek, ja, aber, ähm, also das hat man, das gab immer auch die neuesten Bücher, ähm, die dort ausgestellt wurden, äh, also das hat mir ganz gut gefallen und die Aussicht natürlich auf die, äh, Temse und auf das, äh, das, ähm, London Eye, weil es ja direkt ein Embankment ist und nebenan das, äh, Savoy, äh, war eine coole Location auch, ähm, also das, also von, und dann unten gab es noch dann das, ähm, das Fitnessstudio von, ähm, Active, äh, hier, Fulton Active, das war alles, alles in einem Gebäude, das war, war so eigentlich fast schon perfekt, ne, ähm, so von der, auch von der Atmosphäre war das genial und natürlich das Interessante war, als, als wenn man da, ähm, solange man dort arbeitet, äh, oder gearbeitet hat, durfte man sich zwei Bücher von so einem Regal nehmen, äh, pro Tag und das könnte alles möglich sein, manchmal waren das richtig dicke Wälzer von, äh, GTA, ähm, damals vier oder was es da war, ähm, oder auch sogar fünf, weiß ich gar nicht mehr, ähm, und, äh, so richtige Wälzer, so Gameguides, ähm, die ich auch geliebt habe oder immer noch liebe und auch Sammler, bis hin zu, ähm, ja, so, so Bücher über, von, von Jamie Oliver, Kochbücher oder, wie gesagt, äh, auch, ähm, ja, James Bond war dabei und, und die ganzen Lego-Bücher und, ähm, Dornley Kingsley war ja auch dabei, also die haben ja wirklich viele, viele, ähm, unter einem Dach, sage ich mal, an Buchpublisher natürlich auch, ähm, also es waren, und dann natürlich auch Skylanders, war eine ganze Abteilung von, ähm, von Büchern, unter anderem, fällt mir gerade noch ein, ähm, also, eine richtig schöne Atmosphäre kann ich also nur empfehlen. Gab es ein besonderes Projekt bei irgendeiner Firma, was du besonders gerne gemacht hast oder auch eins von deinen, ein Projekt, wo du sagst, das ist mein Herzensprojekt? Ja, das ist eine gute Frage, also, äh, ja, also im Grunde, dass mein eigenes Spiel, das noch in Entwicklung ist, dafür gab es auch die, äh, Games-Förderung, äh, aus, äh, von, von dem Bund, ähm, das war mit nur ein Prototyp, den ich entwickelt habe, aber ich hab ja seit, seit, äh, Anfang, ja, wann war das, also, als es losging mit dem, mit Battletech und, und, äh, den, ähm, McWarrior-Büchern, zum Battle-Tag-Büchern und den McWarrior-Titeln, also McWarrior 1 hab ich damals schon gespielt, ähm, und McWarrior 2 sowieso, ähm, das war auch der bekannteste Titel, also McWarrior, ich suche immer noch, wenn jemand weiß, wo ich McWarrior 1, das gute alte DOS-Spiel, äh, was ist das, EGA, CGA oder sowas, ähm, wo ich das, dieses Boxgame noch finde, ich suche danach immer noch, ähm, das ist eines der Sachen, die mir noch mal in der Sammlung fehlt, die meisten anderen Boxgames habe ich eigentlich alles, äh, was, ähm, was irgendwo ein Mech drauf hat, das habe ich fast alles, glaube ich, also bin also großer Mech-Junkie, große Roboter, keine Ahnung warum, aber die, äh, die haben es in sich und, ähm, die liebe ich zu steuern, und, äh, äh, seitdem ich auch im Battletech-Center in London war und, äh, bin ich in sowas geflasht, das, ähm, war auch, ähm, so ein, so ein großer Endepunkt für mich, da gab es die Möglichkeit im Tocadero, wo es dann, ähm, in London, im Piccadilly, das ist so ein großes Gebäude, wo es dann diese, im Erdgeschoss diese Attraktion gab und eins davon war Virtual Reality, das ganz alte noch, ähm, ähm, ich kann nicht genau wie das hieß, aber, ähm, das, das war halt noch relativ schlechte Grafik und auch sehr, sehr ruckelig und die, die, ähm, Headsets waren so schwer, dass man, glaube ich, ähm, nicht lange, äh, sag ich mal, ähm, den Hals strecken konnte und, ähm, irgendwie war das nichts für mich da witzigerweise damals, also ich hab dann als Battletech-Fan natürlich dann gesagt, ich geh zum Battletech-Center nebenan und das, ähm, hat mir auch, ähm, ja, das hat mir so viel Inspiration und, und, äh, Freude bereitet, weil das auch so ein, ähm, ein Cockpit-Spiel war, ähm, wo man sich richtig reinsetzen konnte in so ein, so ein Simulator und dann auch wirklich sein Mech, äh, steuern konnte und gegen andere Spieler spielen durfte, äh, für zehn Minuten, mit maximal acht Leuten und ich hab das, ähm, fast, ja, also die damaligen Battletech-Center, die es dann noch gab, auch in, in Kanada und Amerika auch nochmal besucht, hab auch mal einen meiner Kumpels dann in, in Los Angeles getroffen und der eins betrieben hat und dem bin ich auch noch, ähm, befreundet und wir treffen uns auch ab und zu nochmal und, ähm, das ist sozusagen der, immer noch so die, ja, das, das, das würde ich ganz gerne nochmal allen Leuten wieder, also sozusagen wiederbeleben, wie Weifel, es gibt zwar noch eins, äh, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, quasi ein e.V., in amerikanische, äh, Mech-Cops heißt, die sitzen in Houston, Texas, da war ich auch mal, hab mich da auch für 25 Dollar, ähm, ähm, sag ich mal, satt gespielt, aber, ähm, ich finde, das ist einfach der, der eines, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt, eines der besten, ähm, Entertainment Center und auch das Gefühl, in so einem richtigen Mech-Coppe zu sitzen und miteinander oder gegeneinander zu spielen, ist einmalig und, ähm, das, dieses Gefühl versuche ich immer noch mit meinem Spiel wieder zu beleben und den Leuten zu zeigen, wie sich das anfühlt und das ist bisher, ähm, im Pro-Typen, glaube ich, schon mal ganz gut gelungen, aber, ähm, ja, da braucht man halt wieder, wieder viel Geld und, und Zeit oder eins und das eine oder das andere. Wenn man das eine nicht hat, muss man halt die Zeit aufbringen und die habe ich auch nicht, weil ich auch, äh, leider Rechnung bezahlen muss. Deswegen ist das nur so ein Projekt, das nebenbei läuft, aber das wäre auf jeden Fall nochmal der Traum, dass dieses, ähm, so eine Hommage an das Battletech Center in, in VR, aber auch als, echte Cockpit-Lösung, da habe ich auch nochmal mit Leuten gesprochen in dem, in der Branche letztens, wie man sowas dann mal wieder beleben könnte und aufbauen könnte. Also ich kenne den Kevin Williams, der hat auch bei den Disney Imagineers gearbeitet, der macht auch viel im Bereich VR im Out-and-Form-Entertainment-Bereich, also für Themenparks oder, oder diese Family-Entertainment-Parks, ähm, den kenne ich aus London und, ähm, der kennt also auch diese Battletech Center ganz gut und, äh, sind auch im Gespräch, wie man sowas umsetzen könnte und er hat auch die ganzen Kontakte nach Amerika dazu. Ähm, deswegen die Idee, auch das Ganze irgendwann mal wieder als, ähm, ja, Themenpark-Attraktion wieder zu beleben, wäre, wäre auch ein Traum, nicht nur für Leute zu Hause, sondern auch mal wieder für, für Leute, die mal wieder rauskommen wollen und, ähm, auch mal eine richtig coole Attraction sehen wollen, vor allen Dingen, wir haben jetzt auch die Motion-Plattform uns besorgt, ähm, ähm, so eine 6-DOF-Plattform, äh, die in alle Richtungen sich drehen kann und wenn wir das dann noch mit einbauen könnten, mit den richtigen Ressourcen, die wir dann noch suchen, das wäre, glaube ich, ein Traum. Ja, das war's. Ähm, gibt es ein Projekt, was du als dein bisher erfolgreichstes bezeichnen würdest? Ähm, ja, also bei der Portierung von, äh, also erfolgreich auch im Sinne von Verkaufszahlen, aber auch, äh, von dem Rating, glaube ich, äh, weil das heißt, nämlich 4,9, glaube ich, bekommen von allen, die es graded haben beim Oculus-Store ist, ähm, Puzzling Places, ähm, das, äh, die Version habe ich auch portiert auf Playstation, äh, VR1 damals noch, da gab's, äh, zwar auch die Playstation 5 schon, aber es gab auch die Playstation VR5, äh, die Playstation VR2-Brille für die Playstation 5, äh, deswegen nur für die, die Einser. Aber das war ein sehr interessanter 3D-Puzzle, oder ist es immer noch und der ist auch immer noch sehr, kommt immer noch sehr gut an, wie er auch übersteht. Gab es in deiner Karriere viele Sachen, die du angefangen hast und nicht zu Ende machen konntest, die nicht veröffentlicht wurden, du hast ja jetzt schon ein Beispiel genannt, wovon du noch träumst, aber gab es auch bei Firmenaufträgen oder anderen Geschichten Dinge, die einfach, äh, irgendwann, sagen, klanglos untergegangen, eingestellt worden sind? Ja, die gab's, ähm, leider auch, ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die nennen darf, aber es war was, äh, auf jeden Fall, damals von Bossa, äh, Bossa Studios, äh, habe ich an einem Projekt mitgearbeitet und das wurde er leider, ähm, dann eingestellt und das war, war schon sehr schade, weil, äh, die Leute haben sehr lange und auch noch sehr viele, ähm, waren auch sehr viele Leute daran beteiligt und, ähm, es war auch, glaube ich, ein sehr cooles Projekt an sich, ein bisschen angelehnt an, äh, Running Man, äh, von, von, oder von mit Arnold Schwarzenegger damals, so in die Richtung ging das von, von der Thematik her als, ähm, Multiplayer-Game und ich denke, das hat echt viel Potenzial, aber warum das dann entsprechend auch nicht weitergeführt wurde, ähm, kann ich auch nicht sagen, ich war leider auch nicht, ich kam zu spät auch mit dann in das Team rein, aber das war halt, ähm, eine schwierige Situation, glaube ich, für alle. Du hast viele Leute erwähnt, die du kennengelernt hast, die wichtig sind oder waren in der Szene, die du bewundert hast auch teilweise, die dir helfen konnten, ähm, gibt es noch irgendwelche wichtigen Menschen, die du kennengelernt hast, die du noch erwähnen möchtest, wo du sagst, das waren Begegnungen, die, ja, haben mich geprägt oder waren wichtig für mich? Oh ja. Ähm, also, einer auf der Liste auch noch, ist Ian Livingstone oder Livingstone, je nachdem, den man aussprechen möchte, von Eidos, kennt man vielleicht auch damals, als er die Fighting-Fantasy-Game-Reihe, also diese Bücher-Reihe rausgebracht hat, die ich damals auch wirklich gespielt habe, als ich, ähm, die mal in der Bibliothek entdeckt habe, ähm, mit diesen, das ist ja dieses interaktive Buchsystem, also man muss sich das vorstellen, man nimmt sich so ein Buch, ähm, da geht es dann um verschiedene Themen, wie zum Beispiel, äh, irgendwie, also irgendwelche, irgendwelche, äh, Avatare, die man da hat, ich weiß gar nicht, ob man die ausruhen konnte, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, auf jeden Fall, ähm, war dann, äh, musste man dann, wie so ein, so ein, quasi Text-Adventure, gefühlt, so, ähm, A, B oder C sagen, was, wo man hingeht und irgendwann ist man vielleicht sogar gestorben und muss man wieder von vorne anfangen und je nachdem, für welche, äh, für was man sich entscheidet, für welchen Weg, musste man eine entsprechende Seite umschlagen, um auf die entsprechende Seite zu kommen, wo dann, äh, der, sozusagen das Spiel weiterging, ja, und das war jetzt nur ein Buchform, also ein echter Papierbuchform damals noch, und das war, ähm, und ich wusste gar nicht, dass das von ihm war, aber das auch erst viel später, als ich, ähm, ähm, äh, äh, erst mal ihn auf einer, auf einem Gaming-Event in London getroffen habe, da wusste ich auch nicht, dass, wer war, als er neben mir saß und wir dann so ein Pappquiz gemacht hatten, ähm, aber das, ähm, dem, dem bin ich, dem bin ich halt häufiger begegnet und haben uns auch ein bisschen ausgetauscht und der hat auch diesen Games Workshop gegründet und später hat er, wie gesagt, das mit, das Thema Eidos und Lara Croft, äh, hat er, meinte, er hat ja wirklich, ähm, bei den Filmen, bei den Dreharbeiten, ähm, Angelina Jolie getroffen und erholt sich, oder versucht sich immer noch davon zu erholen von der Begegnung, das ist immer so sein, äh, sein Spruch auf den Events und, ähm, ja, also ich fand das interessant, dass der auch, äh, so was, du hängst da mit jemandem rum, ich war das erste Mal auf so einem Game-Event, wo ich mich immer angemeldet hatte in London, um mal ein bisschen mit dieser ganzen Gaming-Community mich da zusammen, äh, sozusagen zu connecten, um da ein bisschen, da habe ich auch gerade meine Firma gegründet und wollte ein bisschen mehr Erfahrungen sammeln, da gab es auch diese, ähm, Associations in London, da gibt es ja zwei, äh, Tiger und Yuki, äh, Yuki heißt die, glaube ich, also bei uns ist ja der Game-Verband, ähm, auch darüber kann man natürlich immer dann, ähm, über Events Leute kennenlernen, und, ja, und so habe ich den dann kennengelernt, auch ab und zu nochmal, das kam ein Gespräch auf anderen Events und, ähm, der hat dann damals auch, ähm, bei einem, ähm, bei einem Pitch, ähm, ich war leider nicht, mein Spiel, oder meine Spiel, die konnte ich nicht bei ihm pitchen, aber, ähm, bei jemand anders, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ähm, aber, äh, ich weiß, Mediatonic war da und die haben dann bei ihm gepitcht und der hat dann irgendwie 150.000 bei denen da investiert und das hat sich ja anscheinend auch gelohnt, weil Mediatonic ist ja auch bekannter mittlerweile, noch einige Titel entwickelt und, äh, und die Jungs kenne ich ja auch von diesen Events, ähm, das ist mal interessant, sowas zu sehen, ne, und, ähm, dann mitzuerleben und dass die Leute auch, in der Branche, auch wenn die schon super lange dabei sind, äh, wie er, wie er zum Beispiel oder auch jemand von, von Rare, den CEO von Rare, der damals sich getroffen hatte, als ich in Nottingham war, ähm, da gab's, da war das ja auch dann schon Crytek ähm, und, äh, äh, der Typ dann, der was erzählt hat, von, von, ähm, dem N64-Spiel, das sie entwickelt hatten, das war damals dann, ähm, ähm, äh, GoldenEye, und da wurde ich eigentlich auch hellhörig, weil ich dann auch, ähm, GoldenEye natürlich, ähm, ähm, viel gespielt hatte auf dem, auf der N64 und die auch, glaube ich, erwähnt hatten, dass, dass das im Grunde am Anfang gar kein Multiplayer-Spiel war und das, glaube ich, auch vom Publisher gar nicht so gefördert und finanziert werden sollte, aber die es trotzdem irgendwie, äh, nebenbei weiterentwickelt hatten und weil das so gut ankam und gesehen haben, dass das Potenzial hat, und irgendwann haben sie es dann doch mit reingebracht, ähm, also solche, solche Menschen zu treffen, äh, und jemanden auch wirklich dafür, ähm, oder dafür gesorgt haben, dass man so viel Spaß hatte an Spielen in der Vergangenheit, ja, ähm, das sind ja um nur nochmal zwei zu nennen, ich habe jetzt natürlich noch ein paar andere hier, aber, äh, das finde ich schon immer wieder cool, also es ist eine Community und, ähm, also Leute, die, die immer noch, sage ich mal, auf dem Boden geblieben sind, also ich weiß nicht, wie gesagt, in der Filmbranche hat man immer andere Themen, aber ich finde es mal so interessant, dass, dass man den Leuten wirklich mal so trifft und dann ganz normal mit denen reden kann, ja. Ähm, wollen wir versuchen, einmal den Bogen zu schlagen, wieder zurück zu Retro, du machst viele Geschichten ja in VR mit 3D-Geschichten, äh, wo siehst du eine Verbindung zwischen VR und Retro? Gibt es die? Kann es die geben? Gibt es da Möglichkeiten? Ja, auf jeden Fall, ähm, ich, äh, also, das eine, das einfachste ist jetzt, äh, wenn man mal diese ganzen Emulatoren nimmt, die es ja auch für, äh, sag ich mal, die Android-Systeme gibt, äh, also wer, wer vielleicht schon mal auf dem Android-Handy, irgendwelche Emulatoren, ich, ich sag mal, Bekannten sind ja als GAM-4M, und dann die ganze Pony-Clicket, wenn du da drauf läht und spielt, der kann das Gleiche auch auf, ähm, den Android-basierten Stintelonen-Brillen machen, wie zum Beispiel der Quest 2, obwohl ich jetzt, äh, oder auch 1, aber da muss, weil 1 ging es auf jeden Fall, bei der 2 muss ich es nochmal selber überprüfen, und ob das jetzt auch möglich ist oder nicht, ähm, aber auf der, damals ging es zumindest, und da haben wir wirklich, äh, auf der, äh, Quest 1, ähm, ja, das GAM-4M laufen gehabt, auf einem riesengroßen Bildschirm, wo ihr dann sozusagen dieses, ähm, diese, ja, die Software dann, dann, äh, geladen in der VR-Brille, und man konnte dann die ganzen ROMs, äh, da reinladen und starten, und hat dann mit seinem, äh, seiner, sag ich mal, seinem Controller, seinem VR-Controller, äh, diese, ähm, ja, im Grunde echtes Pony-Klick machen können, so meiner Meinung nach, ist das sogar noch, noch entspannter und, und spannender auch, als mit, mit, äh, Maus und Keyboard, und das Ganze ist natürlich so, dass man das, äh, diesen Bildschirm zum einen ja entsprechend groß oder klein, ähm, äh, skalieren und aufspannen kann, wie man es gerade braucht, aber auch, ähm, sogar an die Decke, ähm, positionieren kann, wenn man möchte, also das Ganze auch im, im Liegen oder im lockeren Casual, äh, äh, besitzen spielen kann, ja, das finde ich so cool an der, äh, an VR, dass man so dann auch wieder Retro mit reinbringt, aber auch natürlich all die anderen Retro-Systeme, äh, auch da gibt's, da gab's ja glaube ich auch schon so Arcade, ähm, offizielle Arcade-Systeme und auch Sweet Fighter oder ähnliches glaube ich sogar, wenn ich mich richtig erinnere, auch von der, auf dem Arcade-Automaten in, in VR spielen konnte, oder auch die ganzen, ähm, Pinball-Automaten, ja, also da gibt's ja auch in der Richtung sehr viel, bis hin zu, da hast du ja auch nochmal eine Geschichte, da muss ich mal schauen, äh, ich glaub, da gab's auch schon mal was, die ganzen alten Geräte, ähm, die, die Homecomputer oder ähnliches nochmal, äh, sich genauer anschauen kann und auch, ähm, benutzen kann, ne, also sozusagen ein virtuelle, äh, ein virtuelles, ein virtuelles Museum schaffen kann und das sind so alles Themen, das kann man im wahren Leben nur begrenzt, äh, auch je nachdem, wie viel Platz man hat, auch noch umsetzen. Du hast ja so viel an Spielen selber entwickelt, so viel mit Spielen zu tun gehabt, spielst du privat trotzdem selber noch gerne Dinge und wenn ja, testest du nur moderne Sachen oder gehst du auch gerne wieder in die Retro-Richtung? Ähm, ja, das ist ja das Problem, ich komme, ehrlich gesagt, gar nicht zum Spielen, ähm, wenn, dann zeige ich Leuten meine, meine Leidenschaft, die ist, äh, zum einen natürlich, äh, jetzt, äh, die, die Virtual Reality, äh, Geschichten, die ich ganz gerne Leuten zeige, würde ganz gerne mal, äh, mir wirklich mal die Zeit nehmen und, äh, dann auf der PlayStation VR 2, ähm, die, äh, Horizon selber spielen, ich zeige es immer Leuten und, ähm, die ruinieren immer meine, meine Spielstände, äh, was aber kein Problem ist, weil ich hab's ja noch nicht wirklich offiziell selber angefangen, nur mal den Anfang getestet, aber meistens, ähm, zeige ich es den Leuten und freue mich natürlich auch, wenn, wenn da die Begeisterung da ist und, äh, auch das, äh, was mir wichtig ist, dann, äh, die Begeisterung auch bleibt, aber auch die, ähm, die Leute Dankbarkeit zeigen, also, dass wir sowas nutzen dürfen, weil, wie gesagt, 1995 war meine VR-Sternstunde, glaube ich, als ich, äh, auf der C-Bit die VFX One getestet habe und darauf Doom und Decent gespielt habe und dann wollte ich darauf sparen, weil das waren 2000 D-Mark damals, glaube ich, dass das Ding gekostet hat und, ähm, bevor ich das Ding mir leisten konnte, war es schon wieder vom Markt verschwunden und wir mussten 20 Jahre warten, bis wir dann jetzt wieder VR genießen dürfen, so gefühlt. Ähm, deswegen, ähm, ja, äh, ist, ist das, also ein Thema, dass, das, denke ich mal, ganz wichtig ist, dass die Leute, ähm, auch sehen, Immersion ist, ist wichtig, denke ich, aber auch richtig, aber auch, dass es, dass es nicht, ähm, vielleicht wird es dem irgendwann mal normal sein, aber es ist ja immer noch nicht wirklich so ein richtiger Mainstream, wie ich es gern hätte und deswegen bewerben wir es ja auch immer und, und zeigen Leuten auch immer gern solche Sachen. Ähm, genau, und das Einzige, was ich jetzt noch gemacht hatte, wo ich, ja, das hat gespielt, ich hab das dann, äh, auf der, ähm, ich mach auch so Autofoam-Attraction-Geschichten, jetzt mit Z-Montagen haben wir so ein AT-ST-Cockpit, das hat er gebaut, den man von außen, äh, auch sehen kann, also ein Star-Wars-AT-ST-Walker, der dann umgefallen ist und da kann man dann reingehen, äh, an der Seite ist eine Tür, in die man reingehen kann und kann wirklich sich, äh, von innen diesen AT-ST anschauen und, ähm, er hat dann Cockpit, äh, eingebaut und, ähm, zwei Bildschirme und dann Joystick und zwei Knöpfe auf der einen oder anderen Seite, dass man das auch als Zwei-Spieler-Spiel spielen kann, ähm, und das macht mir immer Freude, dann auch sowas nochmal selber zu spielen und auch nochmal zu optimieren und das Feedback der Leute entgegenzunehmen über, jetzt so ein, das war jetzt ein Zeitraum von zwei Tagen, das haben wir an dem Wochenende, ähm, von, weiß gar nicht, ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochenenden her, glaube ich, gefühlt, haben wir das auf der, ähm, Comic-Con, ähm, in, ähm, in Utrecht gezeigt, auf der Dutch Comic-Con und das kam richtig gut an und sowas macht halt Spaß. Äh, bist du selber Sammler, besitzt du noch alte Hardware, alte Geräte, alte Homecomputer oder auch Spiele aus alten Zeiten? Ja, ich muss sagen, das ist eines meiner Leidenschaften, die schafft auch sehr viel Leid, äh, äh, hol ich mir ja auch was, auch bei euch, ähm, was ich, was mich ja auch immer wieder, ähm, was mir so einen Endorphinschock bringt und kick, äh, weil ich die ganzen Spiele ja auch kenne, ähm, von, von damals, wie gesagt, C, also, ich bin ja, leider, wusste ich mir ja immer, wenn ich, äh, vom C 116 angefangen, ähm, und natürlich habe ich nicht nur Homecomputer, aber auch natürlich PC-Spiele viele gespielt, und, äh, natürlich auch, ähm, nebenbei Konsolen, äh, und dann kommen die auch noch dazu und dann will man natürlich auch seine Sammlung entsprechend so aufbauen, dass man dann von allem etwas hat und, ähm, auch die alten Titel dann vielleicht nochmal wieder dazu holt, die man früher, ähm, gespielt hat und auch, ähm, das ist immer wieder genial, also diese, diese Verpackung sich anzuschauen und, ähm, ich liebe auch das Art Design, holen wir also auch Art Books dazu, wenn es sowas, äh, gibt in der Form wie bei einem Atari Art Book und, ähm, ja, und dann natürlich auch dann Collectors Editions, was natürlich auch, ähm, immer wieder auf, auf, äh, oder ein Loch in das Portemonnaie reißt, aber das sind natürlich auch schöne Sachen, ich liebe halt auch Collectors Editions von damals und auch von heute, meine, meine, mein Lieblings Collectors Edition ist immer noch, glaube ich, Wing Commander 3, diese große Box, ähm, die nirgendwo wirklich reinpasst, weil die so groß ist, ähm, und ich glaube auch, ähm, was war das von, von Private, hier gibt's ja auch noch so eine große Box, glaube ich, von, äh, die Awakened, ich weiß nicht, Darkening, Awakening, keine Ahnung, muss ich nochmal nachschauen, was das war, aber eines der, der Boxen, die waren ja auch sehr groß, ne, und natürlich die größte Box, die ich, äh, meine Lieblingsbox, auch mit dem Controller, ist immer noch Steel Battalion, weil ich natürlich auch Mech-Fan bin, deswegen musste ich mir die auch mal gönnen, für die, äh, allererste Xbox, und das war eines, oder für mich ist es immer noch eines der besten Mech-Spiele an sich, aber auch von Capcom, eines der besten Spiele, meiner Meinung nach. Wenn jetzt jemand sagt, die Geschichte, was du so als gemacht hast, interessiert mich, er würde mehr darüber erfahren, gibt's irgendwo im Internet eine Seite, wo man sich über, ja, deine Arbeit oder auch deine Interessen informieren kann? Ja, ich sag mal, äh, erstmal über meine, meine offizielle Firmenseite, und, ähm, da kann man ja auch noch, äh, dann in Kontakt treten, und man sieht dann auch so ein paar Projekte, das sind nicht alle die aktuellen Projekte, die wir da machen, aber, äh, so ein bisschen was, was wir so alles schon gemacht haben, ähm, und zwar ist das, äh, ja, WWW braucht man glaube ich gar nicht, aber wer will, kann auch WWW nochmal eintippen, ja, äh, ich glaube, das ist mittlerweile redundant, und dann Punkt, und dann Area 1.1, O-N-E, also Area wie, also Area 51, viele verwechseln das auch immer, und sagen mal Area 51, nein, wir sind, wir haben die fünf gestrichen, wir sind die allererste, äh, in dem Bereich, also die, äh, die, die Region, Area, auf Englisch wie gesagt, 1.1, und dann, äh, O-N-E, wie das englische One, nochmal ausgeschrieben, und darüber kann man uns finden. Ja, dann, ähm, kann ich nur sagen, wer mehr wissen möchte, kann auch in unsere Stammtische reinhören, da warst du ja auch regelmäßig zu Gast, und ich denke, du würdest da auch, wenn mal Leute zufällig dich da treffen, natürlich auch Fragen beantworten. Ja, ähm, ich danke dir für diesen Rundgang durch dein bisheriges Leben, hoffe, du hast viel Erfolg mit deinen weiteren Projekten, und sofern es wieder mit Retro sich irgendwie verbindet, dann, äh, wirst du uns da sicherlich ja auch gerne von berichten, und auch nochmal auf diesem Wege, vielen Dank, dass du uns auf unserem Sommerfest im Museum geholfen hast, da hast du ja überraschenderweise die VR-Geschichten mitgebracht, und wir haben gesehen, dass das ein Interesse ist für viele Leute, und wenn wir dann noch die Verknüpfung schaffen mit Retro irgendwann, dann glaube ich, äh, ist das eine faszinierende Sache, weil damit rechnet auch nicht jeder. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Ja, danke nochmal an dich, Richard, dass wir das Interview machen konnten, ähm, das war ja auch etwas länger als üblich, und du hast ein paar Tage später etwas gesagt, was mich, ja, nicht irritiert hat, aber doch, äh, was ich spannend fand, du sagtest irgendwie, ach, im Nachhinein ist mir noch sehr viel mehr eingefallen, wir haben ja doch sehr viel vergessen. Ja, es ist immer so, also, äh, zumindest bei mir ist das so, mir fällt dann immer wieder was Neues ein, äh, das kennen vielleicht ja eine oder andere auch, je mehr man drüber, wie du in der Vergangenheit grübelt und nachdenkst, desto mehr kommt dann wieder hoch, ne? Absolut, aber wir haben ja zum Glück unsere Stammtische, wo du ja auch schon einige Sachen wieder ergänzt hast, und auch manchmal auch noch die Möglichkeit ist, über Retro Talks oder anderes, äh, Sachen nachzutragen, und, äh, du hast da so viel schon im Interview wieder erzählt, heute, äh, wie gesagt, das reicht eigentlich auch schon wieder für mehrere Sendungen, also, vielen, vielen Dank, dass du uns da auch nochmal so einen Querschnitt über dein, ja, dein Entwicklerleben gegeben hast, also, ich fand das hochinteressant und war auch sehr froh, dass ich mal wieder ein deutsches Interview führen konnte. Ja, gern, tut, was man kann. Ja, auch wieder jetzt, äh, äh, das SA-Institut, ähm, so ein VR und, äh, auch, äh, Augmented Reality, ähm, so, so eine Vorbereitung gemacht für einen, einen Online, ähm, Kurs, und da gab es auch wieder zig Sachen, die mir eingefallen sind, da musste ich mich auch noch ein bisschen mehr an das Thema Historie von VR einarbeiten, da habe ich dann auch zum, zum, zum Sega VR-Thema noch ein bisschen, äh, tiefer, äh, und auch anderen, ähm, Bereichen da tiefer gegraben und auch noch ein bisschen recherchiert, da habe ich auch wieder neuen Content quasi, und das Lustige ist, ähm, zum Thema Virtuality, einer der ersten VR-Arkaden, auch aus der Mitte der 90er, äh, habe ich herausgefunden, dass damals für die allererste Version sogar ein Amiga 3000 benutzt wurde, also da könnte man vielleicht auch nochmal irgendwann ein eigenes Thema draus machen. Den habe ich mal auf der Amiga-Messe in Köln gesehen, dann, das war der, wo du auf einer Kugel stehst, ne? Genau, also ja, so ein, so kannst du dich da reinsetzen, oder du stehst da, es gibt ja verschiedene Versionen von, genau, aber die, die mit dem Ring drumherum, dass man auch nicht, äh, dann umkippt, ja, aus Versehen, das war ja auch so ein Thema vorher, woran man drauf achten musste, dass man dann, dass die Leute nicht versehentlich umkippen, weil, weil die so involviert sind, genau. Wir machen das auf jeden Fall mal als Thema. Wie gesagt, vielleicht kommen wir nämlich, wie ich vorhin sagte, mit 3D oder so, dass wir da ein bisschen früher anfangen können. Castle Master. Wann war das erste echte VR? Welches Jahr wirst du da, auf welches Jahr wirst du das legen, Richard? Gute Frage, also in Frage, ist es Konsumer oder eher, ähm, Arkaden, ne? Das, ähm, ich glaube, es ging relativ früh, also mit Virtuality los, ich glaube sogar 93, wenn ich das richtig recherchiert habe, gab es dann die ersten Versionen, ähm, bei, bei, in London auch, ähm, ausgestellt zum Testen und, äh, dann so um die 1995 ging das dann auch im Konsumerbereich los mit, ähm, wir wissen ja vielleicht noch, was die VFX, äh, eins ist, oder VFX One, ähm, von Forte und, äh, dann gab es natürlich noch ein paar andere, ne? Also Cyber Max, glaube ich, und so weiter. Also jetzt auch letztens wieder bei der PC Games, was, paar Sachen gesehen, die ich ganz vergessen hatte, die es ja auch schon gab, auch in Kombination mit Decent und, äh, wie das damals so die Anfänge waren, den Leuten, äh, vielleicht schlecht geworden ist, weil, weil sie sich in alle Richtungen drehen konnten, aber das waren so die Anfänge aus meiner, ähm, ja, meiner Recherche heraus auch, und Erfahrung natürlich auch. Und bei 3D kannst du ja in die 80er-Jahre reingehen, mindestens, äh, im Prinzip schon, als die ersten Computer kamen, Ich meine, ich kenne jetzt als frühe Konsolensachen jetzt Master-Systeme mit 3D-Möglichkeiten, aber da gab es ja auch mit Sicherheit noch, noch frühere Versuche. Genau, also wenn es nur um 3D geht, da gibt es ja auch diese Shutter-Brillen und ich glaube auch, äh, schon frühere Versionen. Rot-Grün-Brillen gab es wahrscheinlich auch bei einigen Sachen, ja. Kommt an, was man jetzt, da war ja auch letztens, ähm, kam ja auch dabei hoch, was ist jetzt, äh, VR und, und das, das ja im Grunde, die, äh, wird das Virtual Boy kein echtes VR-Gerät ist, weil es ja kein Head-Tracking hat, ne? Also wenn man da gewissen Komponenten nimmt, dann, äh, muss man natürlich vielleicht Sachen differenzieren, aber selbst, äh, in den, äh, in den 90ern, als ich dann im Battletech-Center, das erste Mal in London im Trocadero war, wurde das Ding schon als Virtual Reality und Virtual Welten bezeichnet, obwohl es nur ein Cockpit war mit, mit Knöpfen und Bildschirmen, ja, also, äh, ja, das ist ein spannendes Thema an sich, so was von alles. Deswegen werden wir es kombinieren, also, dann machen wir dann den Ruhumschlag, äh, rufen wir dann nochmal auf, vielleicht finden wir dann nochmal ein, zwei, die noch mehr mitmachen würden, aber du bist auf jeden Fall herzlich zu eingeladen, zumindest auch groß am VR-Teil teilzunehmen, weil ich denke, da hast du wirklich einen Überblick, der, äh, dem Thema gerecht werden kann, also das finde ich sehr spannend, das ist auch nochmal eine Sache, die wir noch nicht hatten, ich denke, wir fangen da natürlich trotzdem mit 3D an, damit wir auch so ein bisschen retro, noch retromäßiger anfangen können oder es dann in einem Abwasch machen. Bei einigen Sachen, wie du sagst, das kann man ja auch nicht so gut, äh, trennen, was ist noch eigentlich nur 3D oder, äh, Pseudo-VR oder was auch immer, das ist vielleicht ganz gut, wenn wir das dann tatsächlich mischen. Genau, und auch diesem, äh, da gab es auch diese Anfänge von diesen, ähm, Handschuhen, diesen Powerglove und so weiter, Oh Gott, ja. die ich hatte, äh, was ja auch dann in die Richtung VR zählt und auch, ich glaube, in einem Film wie, äh, Johnny, ähm, Nimoy oder so, äh, drin vorkam, glaube ich, oder irgendeinen anderen, ähm, Film in der Zeit, da waren ja auch dann. Johnny Mennonik, genau. Äh, genau, Mennonik und andere, also es ging ja so los in den 90ern auch dann mit diesen ganzen, äh, Cyberpunk-Filmen, das war ja auch noch. Ron Mower Man, ganz gruselig. Stimmt, der war das, ein Jung. Ja, wir waren gerade noch bei den Interviews, sind gerade mal wieder ein bisschen abgeschweifelt, was gehört beim Reto-Karpot ja heute auch im Rahmenprogramm definitiv dazu. Wir können ja mal gucken, wen wir das nächste Mal voraussichtlich haben, Robin, äh, Mark Greenshields haben wir da im Interview gehabt, da muss noch ein bisschen was an der Übersetzung gefeiert werden, aber eigentlich ist das fast fertig, ich denke, das werden wir bis in zwei Wochen schaffen. Da waren ja auch, äh, Spiele mit bei, die nicht uninteressant sind und der hat auch sehr früh angefangen. Der hat auch sehr früh angefangen, ähm, der hat halt auch die französische und die kanadische Ecke miterlebt und der hat halt, äh, Split-Personalities, Bamboo und Kick-Off war er beteiligt und der hat dann das, äh, Rennspiel-Entwicklerstudio Firebrand gegründet. Ja, also frühe 80er Jahre sind immer Leute, die sind immer, ich finde ich, immer sehr speziell, ne? Die haben halt von, ähm... Vom Bedroom-Coder oder Schreiber bis hin zu einer Karriere dann, ja. Die haben halt nicht, äh, den Luxus gehabt, äh, sehr viel, äh, die mussten selber sehr viel mitliefern, damit sie, oder mitbringen, damit die überhaupt erfolgreich waren. Und vor allem hat er tatsächlich, ähm, mit Büchern angefangen und hat gleich das, was er sozusagen in Assembler gelernt hat, gleich in Lehrbüchern verarbeitet, sozusagen. Fand ich auch eine sehr spannende Entwickler-Idee. Normalerweise kamen immer erst die Spiele, dann die Bücher, bei ihm kamen erst die Bücher, dann die Spiele. Ja, wenn wir bei den Interviews sind, können wir auch nochmal so ein bisschen zurückblicken. Ähm, klar müssen wir mal, ähm... Alone, sag ich's nur. Ja, das Ding, ja, hatten wir schon ein paar Mal, werde ich gleich gerne nochmal erzählen. Ich wollte nur einmal ganz zu den Anfang gehen. Ich war sehr, sehr froh über ein Zufalls-Interview bei unserer, ähm, ja, bei unserer Nullnummer sozusagen. Das war mit Thomas Mönkemeyer. Da war ich, äh, witzigerweise zufällig mit ihm unterwegs in Berlin beim Geocachen. Da wurde mir als einer wichtigeren Berliner Geocacher vorgestellt. Und, ähm, da haben wir dann zusammen einen Tag verbracht in der Gruppe. Und ich überlegte mir die ganze Zeit, woher kenne ich den Namen? Ähm, das war mir aber ganz ganz... Thomas Mönkemeyer präsentiert. Ja, genau. Äh, das ist der Programmierer von VGA-Copy gewesen. Wir sind ein Programm, was Robin und ich durch unsere berufliche, äh, Historie sehr oft genutzt haben. Und, äh, das habe ich während dieses Geocaching-Nachmittags, äh, erfahren. Und, ähm, er hat mir dann gesagt, ähm, ja, das war er. Und, äh, fand das total witzig, dass wir die Packung noch immer aufbewahrt haben. Und dann habe ich mit ihm dort ein Interview gemacht und musste deswegen noch, äh, am selben Tag, äh, bei Ingress mitspielen, wo ich mich geweigert hatte. Ähm, das kennen wahrscheinlich viele gar nicht mehr. Das war auch so ein Handyspiel. Das ist die Vorstufe von, äh, Pokémon, Pokémon Go. Pokémon Go. Genau. Und das habe ich dann auch noch mitgespielt und dann habe ich mein Interview bekommen, was wir dann in die Nullnummer mit aufgebaut haben. Und in Folge 1, äh, da war ich total glücklich, dass ich das erste Mal mit Pietro Tyschenko sprechen konnte. Äh, ja, äh, wichtig für die Amiga-Geschichte. Amiga-Chef und hat tausend Anekdoten zu erzählen. Und da war noch das Lustige, das Gespräch fand über Telefon statt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Mal gucken, wie wir das technisch hinkriegen. Das hast du, glaube ich, über Skype gemacht, ne? Ich glaube, ich habe über Skype nachher auf eine Telefonnummer angerufen. Äh, das war auch was Besonderes. Und ich war natürlich froh, dass wir, ja, mit so einem tollen Interview-Gast beginnen konnten. Zum Mönchermeyer muss man noch sagen, falls ihr nicht wisst, was VGA-Copy ist, das ist eine, im Prinzip ist das X-Copy für den PC gewesen. Eine Software, die das erste Mal einem anzeigte, wenn ein Sektor auf dem Diskettenlaufwerk, äh, auf der Diskette schwach war und nicht nur, da gab es nicht nur an oder aus, nicht nur funktioniert oder nicht. Ja, wie gesagt, der Start war schon super mit Petro Tyschenko und wir können auch gar nicht alle aufzählen, die wir in Interviews hatten. Äh, da sind so viele Leute bei, wo ich so stolz drauf war, dass sie mitmachen wollten, sich gefreut haben, mitmachen zu können und, ähm, das waren viele, viele, viele Höhepunkte. Was ich nochmal sagen muss, ich finde es erstaunlich bis heute, dass die, dass es für mich einfacher ist, englischsprachige Interviewpartner zu finden, die sagen eher zu als deutschsprachige. Das finde ich, äh, sehr spannend eigentlich. Das ist manchmal auch sehr schade, weil natürlich haben wir mit den englischen Interviews mehr Aufwand, aber im deutschsprachigen Bereich ist ein bisschen mehr Zurückhaltung, über alte Zeiten zu reden. Ich weiß nicht, äh, Oliver, du kannst es ja wahrscheinlich eher nachvollziehen, da sind ja viele Sachen auch passiert, die nicht für alle, äh, so positiv waren. Redet man da nicht mehr so gerne drüber? Ich meine, du hast ja über diese Schwierigkeiten, die es auch bei dir gab, sehr offen geredet, aber ist das für viele abgeschlossen, das Thema oder kannst du dir vorstellen, warum es schwieriger ist, an deutschsprachige Partner zu kommen? Naja, ich glaube, die Gründe gehen von bis, ne? Das fängt eigentlich schon an mit so relativ einfachen Sachen, dass man das, ähm, Kapitel damals selbst vielleicht mehr als Spielerei abtut oder irgendwie als, ähm, als Ausrutscher, als persönlichen oder zumindest hier so von wegen etwas, was man gerne in der Vergangenheit vergräbt, von, aus eigenen Gründen. Ne? Also noch nicht mal so sehr, weil da irgendwie was passiert ist, sondern, ähm, weil es, weil man sich damit nicht wirklich mehr identifizieren kann und nicht mehr darüber reden will, ne? Und was auch ist, aber das ist, glaube ich, auch ein Mentalitätsproblem. Ich glaube, das ist irgendwie so, ähm, Deutsche bringen quasi ihr Leben ungern nach draußen. Das ist, glaube ich, eine deutsche Mentalitätsgeschichte schon. Ich würde auch gerade sagen, das hat was mit der Kultur zu tun. Ja, das kann auch. Also, ich glaube, da kommt das viel her. Was natürlich auch absolut ist, ist halt so vom Wegen, weil das ist alles manchmal nicht so ganz sauber gelaufen zu der Zeit, ne? Und das ist immer die Frage, ob sich die Leute daran erinnern, ob sie bereit sind, darüber zu reden. Und, ähm, auf der anderen Seite aber auch, wenn, also eine Sache, die mir jetzt zum Beispiel einfällt, ist halt, ähm, dass es nicht unbedingt selten war, dass jemand, wenn er eine Firma gewechselt hat und er konnte es eigentlich nicht, weil er noch irgendwo angestellt war, erstmal uns pseudonym bei irgendjemand anderem gearbeitet hat. Gut, das dürfte aber inzwischen ja verjährt sein. Was heißt hier verjährt? Das ist ja die Frage, ob man darüber reden will. Okay, da hast du natürlich recht, ja. Trotzdem ist es sehr schade, weil dadurch gehen natürlich auch viele Sachen verloren von Zeitzeugen und lässt sich nicht ändern. Man kann nicht mehr als fragen und ich finde es halt dann wiederum erstaunlich, dass, äh, ja, viele englischsprachige oder auch, also viele englischsprachige Leute, äh, sofort über Sachen geredet haben und auch teilweise Sachen erzählt haben, wo ich mich gewundert habe. Und da haben auch viele reagiert, äh, wo ich, ähm, nicht mit gerechnet hatte. Wir können ja gleich mal ein paar Beispiele nennen. Ich hatte auch die charmanteste Absage auf englischsprachig, kann ich auch gerne mal wieder erzählen. Ich habe ja mal versucht, ähm, Steve Wozniak zum Interview zu bekommen und habe dann ihn angeschrieben gehabt und gefragt, ähm, wann er mal ein Zeitsoft bei sowas hatte. Und er schrieb tatsächlich persönlich zurück, ich werde niemals Zeit haben mit freundlichen Grüßen, Woz, auf Englisch natürlich, aber, äh, äh, die Englisch sagen auch noch charmant ab. Äh, ich habe sonst eher das Problem, dass einfach gar keine Antwort kommt oder halt ein, äh, dass das nicht, äh, nicht mehr zur heutigen Zeit für die Leute passt, weil sie einfach ganz andere Lebensumstände haben oder sowas. Ja, wir können ja mal ein paar Sachen rauspicken, nochmal Interviews. Also ich könnte mir jetzt nicht ein Lieblingsinterview rauspicken, das wäre ungerecht den 190 Leuten gegenüber. Da waren Dutzende von Interviews, an die ich total gerne zurückdenke. Aber es gab natürlich skurrile oder besondere Interviews und, ähm, da, das hat der Fab ja schon vorhin mal gesagt, eindeutig alone. Muss man eindeutig alone nehmen, da ist ja das, das Drama ist ja gar nicht ausgestrahlt worden, in Anführungszeichen, das habe ich zwar schon mal erzählt, aber, erst mal war ja die Geschichte, wir mussten eine gewisse Hörerzahl erreichen, dann durfte ich das Interview führen, das haben wir halt nach, äh, ich weiß nicht, im Zeitraum nicht mehr, müsste ich jetzt gucken, wann das Interview mit Erlo war, aber nach einem guten Jahr haben wir seine Quote erreicht, am 16.09.2016, naja, ungefähr ein Jahr nach dem ersten Podcast, und, ähm, dann habe ich das Interview geführt und er war total charmant und das war sehr, sehr nett, das Gespräch, hat mir richtig gut gefallen und mit einmal, ohne, dass ich mir irgendwas, äh, irgendwie denken konnte, warum, brach er das Interview ab mit einer flapsigen Kommentierung, äh, das eben hätte eine gute Schlussfrage sein können, äh, jetzt macht er Feierabend, zack, war er weg und das war für mich natürlich schockierend in dem Moment, weil ich denke, was habe ich jetzt falsch gemacht, was ist da schief gelaufen, das Interview war auch jetzt nicht besonders lang oder zu lang, war alles vorher abgesprochen und er hat sich, äh, etwas grantig aus dem Interview verabschiedet. Was ich nicht wusste, das hat sich dann den nächsten Tag aufgeklärt, da kam eine längere Entschuldigungs-Mail von ihm, er hatte privat vergessen, dass er ein, äh, bei einem, bei irgendeinem Musikkonzert oder Festival als Jazzer auftreten musste und hatte völlig die Zeit vergessen und musste da hinhetzen und musste deswegen so schnell abbrechen. Das kam natürlich bei mir erst mal völlig falsch an, aber das haben wir natürlich auch so geschnitten, dass das nicht auffiel und er hat sich, wie gesagt, lieb entschuldigt, das war überhaupt nicht im Sinn, das lag auch nicht an uns oder an mir in dem Moment, aber für mich war das so, oh Gott, die, die größte Legende, die wir bisher im, im Interview hatten und so ein Abgang, was ist da denn jetzt schiefgelaufen, da habe ich echt ganz kurz Herzrasen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann gab es lustige Interviews mit einigen Leuten, ich will jetzt da keinen Namen nennen, aber da musste ich mich erst durch Managements durchkämpfen und bei einem deutschsprachigen Interviewpartner, das war auch sehr lustig, da hieß es dann, wir haben genau 30 Minuten und dann habe ich in Minute 29 eine Frage gestellt und da kam eine Antwort, für diese Antwort reicht die Zeit nicht mehr, ich wünsche noch einen schönen Tag. Das war nicht unfreundlich, aber das war konsequent. Und ich habe halt nicht gerafft, dass er wirklich sagte, genau 30 Minuten, keine Sekunde länger. Das war auch in irgendeiner Form skurril. Für mich persönlich war ein Highlight ein Telefonat mit Rob Hubbard, das ging auch über Telefon, weil er keine Möglichkeit hatte, vom Computer aus zu kommunizieren. Das war für mich ein absolutes Highlight, dass ich ihn damals erreicht hatte. Und was ich auch sehr lustig fand, war, oder sehr bewegend fand, war für mich natürlich eines der neueren Interviews. Ich habe jahrelang versucht, die Sierra-Gründer ranzubekommen und das war fast unmöglich, weil es gab keine vernünftigen Kontaktmöglichkeiten. Man las immer wieder, dass die beiden Williams, also Ken Williams und Roberta, auf großer Fahrt sind und auf dem Schiff keinen Empfang haben oder nicht erreichbar sind und das wird wohl nichts mehr. Und Roberta hat ja auch jahrelang gar keine Interviews mehr gegeben. Da habe ich wirklich seit der ersten Folge versucht ranzukommen, kam nie antworten und dann gab es ja das neueste Projekt von den beiden zusammen mit dem Mark und Maximus Mera. Genau, Colossal Cave, diese neue Umsetzung, die es auch jetzt demnächst ja in VR geben soll. Er hat mir letztes Mal ja einen Podcast. Und da habe ich dann über die Pressestelle wahrscheinlich oder über jemanden Kontakt zu Ken Williams bekommen, der sehr gerne geschrieben hat, dass er über das Spiel reden würde, also über das neue Produkt. Und da habe ich gesagt, das kann er gerne tun, aber da wir halt ein Retro-Podcast sind, würde ich dann vorschlagen, wir reden vielleicht eine Stunde über alte Sachen und dann kann er danach noch so lange, er möchte gerne auch über das neue Projekt reden, weil er wollte natürlich auch gerne Werbung machen oder sein Projekt bekannt machen. Und er hat sich den bereit erklärt, sagte ihm aber auch, dass man mit Roberta nicht sprechen könnte, weil sie möchte aber auch keine Interviews mehr geben. Ja, und dann gab es das Interview, wir haben das auch mit Bild aufzeichnen können, das war sehr nett, weil die auch sagten, können wir auch gerne auf YouTube schmeißen oder wie auch immer später. Und das war ein sehr sympathisches Gespräch mit Ken. Was mich da sehr verwirrt hat, war, dass bei diversen Fragen, die ich gestellt hatte, irgendwie aus dem Hintergrund Korrekturen kamen, so formuliere ich es mal vorsichtig. Also irgendjemand sagte dann immer, wenn er 1985 sagte, kam aus dem Hintergrund, nein, das war 1984. Oder wenn er irgendwas sagte, nein, das war sowieso. Und du merkst, dass er dann irgendwann so ein bisschen, nicht genervt, aber ja, eigentlich schon Angst hatte, irgendwelche Erinnerungen zu erzählen, weil die immer aus dem Hintergrund kommentiert wurden. Und dann sagte er halt irgendwann, Roberta, setz dich selber hin und erklär es dem Patrick. Und zack, ging er weg und Roberta Williams saß vor mir. Und ich sitze da, mir wurde vorher gesagt, mit Roberta wird keiner sprechen, keiner sprechen können. Also keine Vorbereitung. Ich sitze da mit den Fragen für Ken Williams und er schreit aus dem Hintergrund, du hast genau zehn Minuten. Das war in dem Moment natürlich a, faszinierend und schön, dass sie sich da hingesetzt hat, aber ich musste halt spontan umschwenken und sie hatte dann erstmal Sorge, dass ihre Haare nicht richtig sitzen. Das kann man auch im YouTube-Video sehen. Das war total, sympathisch und nett, wie sie da rüberkam. Und dann sagte er noch, ja, das ist in Hamburg, im Norden, grüß mal die Hamburger. Und irgendetwas kam dann noch in der Richtung. Und dann habe ich halt kurz umgeswitcht und habe noch versucht, mir ein paar Fragen zu Kings Quest und Co aus den Fingern zu saugen, was auch total nett war. Und ich habe mich da auch dran gehalten. Ich habe ja gelernt, man muss Zeiten einhalten und habe dann nach zehn Minuten mich nett von ihr verabschiedet und Ken kam wieder. und im Nachhinein sagte mir dann der dritte Entwickler von dem Colossal Cave, der Markus, ob ich eigentlich gerafft habe, was da gerade passiert ist. Und ich sagte nur so, naja, ich fand es toll, ich fand es faszinierend. Und er sagte, dass wohl mehrere tausend Journalisten weltweit mich gerade beneidet hätten. Und so ein Satz hatte mich ja doch irritiert, weil dafür war ich dann doch noch verhältnismäßig entspannt. Also das war für mich so ein kleiner Höhepunkt definitiv, dass ganz kurz Roberta mit dazu kam. Also da habe ich mich sehr, sehr gefreut und das war eine kleine Sternstunde auf jeden Fall, wenn ich jetzt zurückdenke. Aber wie gesagt, ich will da keine anderen Interviews mit abwerten, denn auch da waren so viele tolle Gespräche. Ich erinnere mal an Giron Tell zum Beispiel. Ja, der hat mich ja geschockt. Der hat das Interview begonnen mit den Sätzen oder mit den Worten, ich werde das Interview crashen. So, und das ist natürlich schon mal gemein, weil ich nicht wusste, was er machte. Und er hat dann zwischendurch ständig Musik eingespielt, was natürlich auch aus rechtlichen Gründen schwierig ist, die muss ich dann hinterher rausschneiden oder verkürzen oder was auch immer. Hat dann zwischendurch ständig zu irgendwelchen Sachen abgeschweift und hat auch nebenbei noch andere Dinge getan, sag ich mal. Das Interview ist ein absolutes Highlight am Ende gewesen. Ich finde den Mann hoch faszinierend und der hat auch zwischendurch bei irgendwelchen Streams von uns plötzlich angerufen und sich dazu geschaltet und ähnliches. Ja, der war auch in der 100. Folge da mit der Freundin und so. Weißt du noch? Oh Gott, ich hatte es verdrängt, Fab. Ich hatte es verdrängt. Da ist Robin ja noch ausgetickt. Ja, wieso? Wenn blonde Frauen reden, da muss ich doch... Du hast der Dame Fragen gestellt, die würde ich heute wegpiepen, wäre übertrieben, aber ich würde sie mit einem Disclaimer versehen. Ein Disclaimer. Achtung, der Mann ist über 40, der redet Stoß. Da gibt es auch noch eine kleine Anekdote zu übrigens. Nach der 100. Folge, also ein bisschen später, also ich hatte dann irgendwie, keine Ahnung, wie das kam, aber ich hatte dann auch Kontakt zu dieser Freundin von Gerontel und da war in der Zeit irgendwann, hatte ich mich von meiner Freundin getrennt, beziehungsweise sie sich von mir getrennt und ich war natürlich eine gewisse Zeit lang tief traurig und so und dann hatte ich total coole Gespräche mit ihr, wo sie mich voll aufgebaut hat und so, aber danach auch später dann nicht mehr, da ist der Kontakt dann auch wieder abgebrochen, aber die war total nett, also wirklich coole Frau so, muss man sagen. Was sich alles aus Interviews entwickeln kann oder aus irgendwelchen Gesprächen. Wie hieß sie denn noch? Tess? Die CD war Tess und Tell, genau. Tess Fries und das war eine Norwegerin, ne? Und die hat sich dann irgendwann auch von Gerontel glaube ich getrennt oder so, die hatten ja irgendwie so ein Duo und waren irgendwie auch ein Pärchen oder sowas und das war dann irgendwann aber auch vorbei, weil der ist auch glaube ich ein bisschen schwierig als Mensch. Hattest du ihn getroffen auf der ZWESI-Veranstaltung, Oliver? Ich hatte, Geron, ja doch jetzt, du meinst jetzt hier auf der X-Party, ja. Und ich habe ihn nie persönlich getroffen, das ist die Frage, interessiert mich einfach mal, hat er da aufgelegt oder was hat er da gemacht? Er hat auch aufgelegt, ja. Aber er war auch während der Party eigentlich dabei. Ich hatte jetzt dieses Mal nämlich mit ihm groß gesprochen, kam ich nicht dazu, aber er war auch da. Er wollte unbedingt mal bei uns im Museum vorbeikommen irgendwann, also das müssen wir auch mal wirklich machen, also müssen wir es mal, da kommen noch weiter schöne Kommentare. Robin, du darfst Sachen im Podcast nicht machen und denken, die werden vergessen. Das war jetzt allerdings im Stream, Entschuldigung, ich muss einmal auf den Chat eingehen, Oliver. Robins Interview mit Eva Habermann wird gerade noch, hattest du sie nach der Duschszene gefragt oder was war das Problem? Genau, dass sie damit die Köpfe vieler tausend jugendlicher Fernsehzuschauer zerstört hat und das Bild einer Frau geprägt hat wahrscheinlich für viele, inklusive auch Harne. Ja, da kommen wir nachher noch zu, wenn wir das Thema Streams noch mal so ein bisschen bearbeiten, aber wir sind ja gerade bei den Interviews und wir begrüßen REM bei uns im Chat. René. Wunderbar, René. Rapid Eye Movement, genau. Bei REM ist für mich immer so ein Befehl, so ein Programmierbefehl für, ich muss mir was merken und deswegen weiß ich nicht, wusste ich nicht, dass du das Kurs nimmst. Hallo René, von dir kommt nachher ja auch noch ein Einspieler, den ich sehr schön fand, und ich habe da nur kurz vorhin schon mal reingehört, du bist nachher noch mal mit deinen Grüßen dran. Wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Ich wollte REM nehmen, aber das hat das System geschimpft. Ich habe ganz nostalgische Gefühle, weil ich zum ersten Mal seit ungefähr zehn Jahren wieder Teamspeak verwende, das hatte ich eigentlich nur so in World of Warcraft verwendet und ich erinnere mich an eines der aufregendsten Erlebnisse, was ich je hatte, das war 2007, ich fing mit World of Warcraft an und wollte in eine Gilde, das war für mich noch ganz aufregend und habe mir da extra ein Headset gekauft und Teamspeak installiert und hatte so ein Bewerbungsgespräch in eine Gilde und da war ich total aufgeregt und aufgenommen worden. Heute ist das normalerweise viel einfacher, man flüstert einfach den Chef an, hier lad mich ein und ist man Teil der Gilde, aber damals waren das so mit so Bewerbungsgesprächen. Wie gesagt, wir sind hier gerade beim Unterthema Interviews bei uns im Podcast, also misch dich gerne, wie gesagt, zwischendurch ein, bleib gerne bei uns und wenn du was erzählen möchtest, hau einfach dazwischen. Ich wollte bei den Interviews noch mal ein, zwei Namen noch erwähnen, da frage ich nochmal in die Runde, was für euch interessant war. Im Chat wird auch nochmal auf die Anekdote zu WM's hingewiesen, ja, das fand ich auch, wie gesagt, das hat mich ein paar Tage lang grinsen lassen, definitiv. Was ich noch schön fand, war auch unter anderem das Gespräch mit Howard Scott Warshaw, das ist der Mensch, der IT für den VCS entwickelt hat und das fand ich halt total super, weil ich da den Film vorher gesehen hatte, wie er bei den Ausgrabungen in der Wüste mit dabei war und dann hinter dem Absperrseil sah, wie tausende von IT und andere Module aus dem Sand geholt worden sind. Ich glaube, er hatte Tränen in den Augen und der hat auch tolle Geschichten erzählt und ich liebe ja den Namen seiner Biografie. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen wisst, wie seine Biografie heißt. Irgendwas mit, ich hab das irgendwie, ich hab da irgendwas zerstört oder so. Wie ich mit einem Spiel eine Industrie zerstört habe. Fand ich wunderbar. es war natürlich ironisch gemeint, weil IT war nicht als einzige Schuld am Videogame-Crash, aber total faszinierende Person, die eins der erfolgreichsten oder die erfolgreichsten Spiele für das HCS mitentwickelt hat, aber auch halt angeblich das schlechteste Spiel aller Zeiten. Also, das fand ich total spannend und da ging auch sehr offen mit um und ich glaube, jetzt sind sich auch alle einig, dass IT natürlich nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten ist, sondern einfach ein Spiel, was in sieben Wochen entwickelt wurde und wo man, wenn man es spielen möchte, die Anleitung lesen sollte. Aha, jetzt aber. Der Chris Hülsbeck ist da und hat sich als Retro-Komfort bei uns eingeschleust. Herzlich willkommen. Ja, 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 ja. Vielen, vielen Dank, dass du das auf dich genommen hast, denn irgendwie ist es eine Tradition. Ich glaube, du warst jetzt tatsächlich alle 50 Sendungen bei uns im Rahmenprogramm und das finde ich auch eine tolle Tradition und freue mich riesig, dass sie klappt hat. Wo erwischen wir dich gerade, Chris? Ich bin in Arizona in meiner neuen Wahlheimat bei Bisbee, ganz im Südosten von Arizona, nahe bei der Grenze nach Mexiko. Ja, und wenn du magst, kannst du euch gerne erzählen, gibt es bei dir irgendwas Retro-Bezogenes, was wir vielleicht noch nicht wissen oder was interessant ist, weil es ist ja immer schön, das aus erster Quelle zu hören. Ja, gut, also natürlich ganz, ganz vorne ist, ich werde auf die Games, zur Gamescom reisen. da hat sich tatsächlich ein Sponsor gefunden und dann bin ich wieder beim Factor-Five-Stand in dem Retro-Bereich, also diese Retro-Area, die der René Mayer immer macht und ich bin auch alle Tage da. Dieser René Mayer ist auch gerade bei uns hier mit dabei, das ist nämlich R.E.M. Schönen Gruß. Hallo, hi. Und schön, dass du kommst. Ja, ich bin da, auf jeden Fall. Auch interessant ist, es gibt bei der Gamescom ja auch so eine Verkaufshalle, wo sie Merchandise und alles mögliche verkaufen und da werde ich auch das ein oder andere Mal an einem Stand von Black Screen Records sein. Das ist ein neues Partner-Label von mir, wo die auch da CDs und so weiter verkaufen von mir. Klingt auf jeden Fall spannend, vielleicht bekommen wir auch einige Berichte von der Gamescom nochmal für den Podcast von irgendwelchen Besuchern. Wir selbst werden dieses Jahr nicht da sein. Wir schaffen es finanziell definitiv nicht, weil wir müssten unser Museum in den Tagen sozusagen alleine lassen und hätten vor Ort zu hohe Ausgaben wegen Unterkunft und so. Und wir haben leider keinen Sponsor gefunden, der uns da geholfen hätte. Wir werden leider dieses Jahr zumindest nicht auf der Gamescom sein. Wir werden vielleicht auf der Amiga-Veranstaltung sein und hier in Hamburg noch auf einer Messe einiges machen können im Herbst wahrscheinlich. Aber Gamescom war für uns leider nicht möglich. Wir haben alles versucht, aber das ist nach dieser Corona-Geschichte und anderen Dingen leider sehr, 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 sehr schwierig geworden. Weil du warst ja, Chris, hast ja wahrscheinlich nicht mitbekommen, was Hotels inzwischen kosten. Aber nach Corona sind halt diese Hotelpreise einfach 30 bis 100 Prozent hochgegangen. und wenn du zu zweit und ich teile mir schon mit Patrick ein Zimmer, freiwillig nicht, aber preistechnisch bist du halt bei einer Woche locker bei 1000 Euro für das Hotelzimmer. Das ist halt irgendwie nicht drin. Ja, ich habe da halt wirklich Glück, weil die Factor-V-Leute halt in der Gegend wohnen und die mir da immer ein Gästezimmer bereitstellen. Insofern kann ich das schon verstehen, ja. Allerdings natürlich Reisen von USA ist auch nicht so ganz ohne. Ich muss also hier, ich muss erst zwei Stunden im Auto fahren nach Tucson und dann von Tucson über, diesmal geht es über San Francisco und da gibt es keinen Direktflug und dann rüber nach Frankfurt und dann mit dem ICE von Frankfurt nach Köln. So eine Geschichte. Oh Gott, das sind ja 30 Stunden. Ja, da ist man dann wirklich ganz schön ausgelaugt danach. Ja, aber wie gesagt, ich mache es trotzdem, jedes Mal nach der Gamescom sage ich, das mache ich nie wieder und dann vergeht ein Jahr und dann hat man es wieder vergessen und dann freut man sich drauf. Das ist bei uns bei vielen Sachen auch. Wenn man erst mal da ist, ist ja auch alles wieder wie immer. Magst du eventuell deinen Ton ganz ein bisschen runterregeln, weil du knarzt ein bisschen. Das kann sein, dass es übersteuert ist. Das stand auch im Chat. Also bei mir kommt da auch ein Knacken an. Wie hört es sich jetzt an? Ich glaube, es ist besser. Wir gucken mal. Ich glaube auch. Ich habe es jetzt auch ein bisschen weiter weg. Ich habe hier die Klimaanlage laufen, weil wir haben jetzt im Moment auch so eine super Hitzewelle und die dröhnt hier nebendran. Deswegen, aber wenn das jetzt geht, dann wunderbar. Im Chat kommen auch schon die ersten Kommentare. Ihr könnt auch gerne im Chat an Chris eine Frage stellen, wenn ihr wollt, wenn da einige Leute Fragen haben. Der Arne schreibt gerade, er hat mit Chris mal als 17-Jähriger ganz aufgeregt telefoniert und es ging um Turrican 2. Irgendwann 1994 oder 1995 und das wurde damals von der Amiga Joker Redaktion organisiert und er grüßt dich aus Offenbach, Chris. Finde ich lustig. Erinnerst du dich an solche Aktionen noch, dass du mal Telefondienst für die Amiga Joker gemacht hast sozusagen? Ich erinnere mich düster an alle möglichen Geschichten, aber nichts mehr im Detail oder so. Das ist alles zu lange her. Das ist echt verrückt. Übrigens, als sie gesagt hat, Amiga 38, da versuche ich auch noch hinzukommen, aber das ist bisher noch nicht gebucht. Ja, bei uns wird noch entschieden, ob wir es machen. Eventuell können wir da auch wieder etwas machen, aber da sind wir auch noch in Verhandlungen. Es ist wie gesagt alles im Augenblick so einfach, wenn wir halt nebenbei gucken müssen, wie wir hier in Hamburg mit den Museumsgeschichten weitermachen. Das wird sich also in den nächsten Wochen entscheiden. Also wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch noch mal wieder rauskommen, weil das ist eine schöne Abwechslung und es ist auch mal schön, mal wieder Leute zu treffen, die man teilweise lange nicht getroffen hat. Also ich mag solche Veranstaltungen inzwischen auch sehr gerne, aber ich habe dasselbe Problem, was du auch eben sagtest, Chris, nach einer Woche als Gamescom oder so, das ist ja auch doch anstrengend, muss man sagen. Und da sagt man auch immer so, meine Güte. Dadurch, dass wir da mit Factor 5 immer so einen Stand machen, sind wir natürlich morgens auch schon um halb neun oder so auf der Messe. Dann geht um neun Uhr kommen die Frühbesucher, die können ja rein, dann um zehn geht es offiziell los und dann geht es ja bis acht Uhr abends. Und das sind dann wirklich fünf Tage, also vier Tage mit Besuchern, dann noch so ein Business-Tag, aber das ist echt brutal. Also das ist ja auch dieser durchgehende Lärmpegel ist ja auch tatsächlich ein Problem. Das habe ich auch gemerkt. Je gefühlt, je älter man wird, desto anstrengender ist ja auch diese Dauerberieselung in irgendeiner Form. Das kriegst du ja auch irgendwann nicht mal aus dem Kopf. Wir haben ja noch letztes Mal, als wir da waren, haben wir ja noch Donkey Konga-Stände um uns herum aufgebaut mit den Trommeln. Und wir hatten noch von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends die Trommel. Acht Uhr morgens, du auch, Patrick. Nee, um neun haben wir aufgemacht. Wir waren neun, waren wir doch da, oder nicht? Doch, neun Uhr haben wir aufgemacht. Und um neun Uhr haben wir schon aufgebaut, Robin. Total verrückt. Aber okay, ich habe jetzt entschlossen, ich mache es und ich bin da. Und ich freue mich aber trotzdem. Es ist ja immer ein gutes Event und die Fans auch treffen und so. Absolut. Wie gesagt, es ist für uns ja auch immer schön gewesen, alle immer wieder zu treffen. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass wir das auch mal wieder alles hinkriegen. Wir hatten übrigens unser Interview 2015. Du warst in der offiziellen Zählung im zweiten Podcast bereits mit dabei, Chris. Ich habe eben auch mal geguckt. Ja, fühlt sich wie zu Hause an jetzt schon. Und danach wirklich alle 50 Folgen. Und das finde ich richtig toll. Und natürlich bist du auch jede zweite Folge mindestens mit Musik mit dabei. Wir können euch ja gerne noch mal auf dein Patreon-Projekt hinweisen, was wir natürlich sehr, sehr gerne unterstützen und uns riesig freuen, dass wir rechtlich sauber auch bei unserem Podcast Musik von dir nutzen dürfen. Und da kannst du auch gerne noch mal was zu sagen, weil das bereichert definitiv auch immer wieder unsere Sendung. Also eine ganz, ganz tolle Idee, dass du das ermöglichst. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Und ich bin auch wirklich sehr happy, dass das Patreon-Projekt jetzt so einen guten Anklang gefunden hat. Das ist jetzt, ich glaube, es sind jetzt schon sechs Jahre oder so, die ich das mache. Und es sind über 70 Musikstücke jetzt da drauf. Und die sind alle royalty-free. Also jeder, der da bei dem Patreon dabei ist oder diese Alben, die ich da auf Bandcamp auch veröffentlicht habe, für kauft, kann die also verwenden auf YouTube, auf Twitch, auf allen möglichen Sachen und sogar kommerziell benutzen. Wenn jetzt zum Beispiel einer ein Hobby-Spiel macht oder so und das dann veröffentlichen will auf Steam, dann kann er zum Beispiel da auch ein Stück von mit reinnehmen. Und ja, das, wie gesagt, wächst. Jeden Monat kommt ein weiteres Stück dazu. Deswegen sagte ich ja, alle zwei Ausgaben ist ja zweimal im Monat dran. Und alle zwei Ausgaben spielen wir das Stück dann auch mit bei uns ab, weil das immer ein schöner Break auch ist, wenn wir hier immer wieder eine sehr lange Sendung machen oder sowas. Also wirklich tolles Konzept, tolle Idee. Denn es ist ganz schön schwierig, immer Musik für Podcasts zu finden, wo man jetzt nicht monatlich oder jährlich noch Gebühren abdrücken muss, weil das funktioniert natürlich bei Projekten, die jetzt nicht hochfinanziert sind, sinnvoll. Und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Also freut mich jedes Mal, wenn ich da was Neues von dir höre. Ja, danke. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in Sachen Retro und so weiter, da ist auch ein Spiel rausgekommen vor anderthalb Monaten. Das Tiny Thor ist endlich fertig. Ja, da habe ich gespielt. Nach fünf oder sechs Jahren Entwicklungszeit. Und das ganze Team ist auf jeden Fall sehr happy darüber. Und da habe ich ja auch Musik gemacht, zusammen mit dem Fabian. und das ist auch sehr gut angekommen insgesamt bei den Fans und auch so in der Presse, was ich so gelesen habe. Habe ich gespielt, tatsächlich. Im Stream. Toll. Ich muss sagen, ich muss mir noch ein zweites Mal geben, weil bei uns hier auch im Retro-Mod-Umfeld der RSN, der Arne, hat das auch gezockt. Ich bin mal gespannt, was dann noch auf mich zukommt, weil es gibt da wohl irgendwann einen relativ steilen Anstieg vom Schwierigkeitsgrad. Da gab es jetzt aber irgendwie einen Patch auch, das habe ich heute noch gehört vom Entwickler, dass man kann jetzt alle möglichen Parameter einstellen, dass man da auch leichter durchkommt. Das ist sehr schön, weil ich nämlich, also den Anfang finde ich von dem Spiel ganz stark. Also wirklich. Und nicht nur die Musik. Nicht nur die Musik heißt, die Musik ist auch klasse, aber das Spiel ist auch wirklich gut gemacht, auch von der Steuerung und so. Weil es hat halt, das muss ich sagen, weil es ist zwar ein moderner Plattformer, aber er gibt mir das Spielgefühl wie halt so ein Plattformer aus der 32-Bit-Ära. Jetzt rein vom Gameplay her. Genau, das war, glaube ich, auch das Konzept davon. Genau. Das Level-Design ist moderner, aber es fühlt sich halt wirklich mehr so an wie so ein klassischer Plattformer und das kommt mir ehrlich gesagt mehr entgegen. Auf jeden Fall, ja. Ich finde es auch cool, dass du wieder dabei bist und dass ich das auch noch mal miterleben kann, weil ich bin ja eigentlich schon eine Weile raus beim Retro-Kompott, aber ich war halt immer dabei, wenn du dann auch da warst, lustigerweise. Und deswegen habe ich dann auch so ein komisches Familiengefühl, obwohl wir uns ja persönlich gar nicht kennen. Familiengefühl ist gut. Besonders die 100. Folge ist mir da noch in Erinnerung. Diese riesen Mega-Volgen, die wir gemacht haben, da warst du ja auch dabei. Und ja, total cool. Ja, und ihr habt so die Corona-Zeit jetzt einigermaßen überstanden. Gesundheitlich definitiv, beruflich definitiv noch nicht. Wir wollen jetzt hier nicht, wir hatten gesagt, wir wollen jetzt vorhundert sehr positiv sein, deswegen wollte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber wir kämpfen mit dem Museum definitiv immer noch ums Überleben, haben aber noch ein paar Optionen, die wir ausloten müssen. Wir wollen und müssen das irgendwie hinkriegen, aber da ist noch lange nicht alles im Trocknen, weil viele immer denken oder gedacht haben, ach, Corona ist vorbei und dann schnippt es alles wieder wie früher. Und das gilt nicht nur für uns, das ist in ganz vielen Gewerken und Bereichen nicht der Fall leider. Wundert mich eigentlich, dass es da nicht Förderung für gibt, wenn ich jetzt so überall in der Presse lese, dass alle möglichen Firmen hier die Fördergelder sozusagen nachgeworfen bekommen. Aber ich meine, ihr habt ja auch einen, ihr hättet da ja echt so ein kulturelles Zentrum für. Ja, wir sind dabei, wir versuchen da alles. Wir haben leider kaum aus Färbenbereichen Sponsoren oder Möglichkeiten und bei Staatlichen Sagen heißt es oft immer, die Säcke sind leer sozusagen, die Schöpfe sind leer. Muss man gucken. Wir versuchen da alles auszuloten, aber es ist ganz, ganz schwierig, weil natürlich Corona viele in Schieflage gebracht hat. Und das wird ja nicht nur in Deutschland so sein, das ist in den USA ja auch, dass durch auch die aktuellen Kriegsgeschichten, durch die aktuellen Geschehnisse halt die Kosten für alles Mögliche steigern und wir haben das Problem, dass zum Beispiel der Strom extrem teuer geworden ist für uns und wir jetzt eine Nebenkostennachzahlung von, oder eine Stromkostennachzahlung von 1000 Euro haben, mal eben so, die dann einfach mal voll reinknallen an Stellen, wo du eigentlich gar kein Geld mehr hast und sowas macht es dann nochmal zentral für einen Punkt schwieriger. Aber wie gesagt, wir wollen da auf jeden Fall weitermachen und was wir in den letzten Wochen und Monaten bei uns im Museum erlebt haben, haben wir auch nachher nochmal als Themenpunkt, da werden wir noch ein paar Sachen gerne erzählen, das war sowohl menschlich als auch inhaltlich so wichtig und so schön und wir werden da alles tun, dass wir das irgendwie erhalten können, nur wir können halt auch nicht zaubern und was wir halt vor Corona gehofft haben und da ging es ja auch besser los, dass auch aus der Wirtschaft Unterstützung kommen und die sind natürlich komplett weggebrochen, weil viele Firmen selber gerade andere Prioritäten setzen müssen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Amerika ist, aber hier ist wohl bei einigen noch einiges nicht ganz im Lot. Ja, ja, ja. Nee, verstehe ich schon. Ich drücke die Daumen. Danke. Ja, ich kaufe auch so viel wie möglich bei dem Retro-Bingo, um euch und mich zu besitzen. Absolut. Du baust ja auch bei dir eine kleine Ausstellung, das finden wir auch ganz toll. Du hast uns auch teilweise wirklich schon sehr, sehr gut geholfen, das habe ich auch schon gesagt und auch jetzt machst du ja hier noch eine Teil-Sponsoring für die Folge mit. Also da haben wir auch schon gesagt, dass es ohne Leute wie dich und auch viele andere, die teilweise durch Arbeitskraft, durch Zeit helfen, werden solche Projekte, die wir hier machen, sowieso nicht möglich, weil aus kommerziellen Gründen ist Retro eigentlich nicht sinnvoll, um es auch vorsichtig zu sagen. Aber wie gesagt, wir wollen hier ja unsere zweierste Folge ein bisschen feiern und auch ein bisschen zurückblicken. Aber sowas gehört natürlich dazu. Es gibt immer Aufs und Abs, Hochs und Tiefs. Das ist leider normal. Das ist ganz klar. Hallo Richard. Ja, Chris. Lang nicht gesehen. Kommst du wenigstens auf die Gamescom? Ich gebe mir Mühe. Ja, ich schaffe es irgendwie doch, zeitlich dann immer mal hinzukommen. Also ich habe das auf jeden Fall auf dem Schirm. Und auf der Amiga 38 habe ich mich auch schon angemeldet. Oh, dann habe ich ja noch einen Grund mehr vorbeizukommen, wenn du da bist. Beziehungsweise ich nehme jedes Jahr vor, dass ich nicht so viel Geld bei Faktor V und bei dir hinterlege und da lasse. Aber irgendwie klappt es dann doch nicht mit den guten Vorsätzen. Wird noch schlimmer. Ich habe noch einiges vor an Veröffentlichungen. Oha, gut. Kein Problem. Ich fange jetzt schon mal zu sparen. Okay. Aber nochmal zum Thema Gamescom. Ich fand das so süß, dass der David Fox da auch mal zum allerersten Mal vor, ich weiß gar nicht, wann das war, mal vorbeigekommen ist. Und der hat mir erzählt, den hatte ich ja früher mal auf der GDC getroffen. Das ist schon Ewigkeiten her. Und dann kennengelernt hat auch ein Interview mit ihm gemacht. Und dann meinte er so vor kurzem, als ich das erste Mal ihn dort gesehen habe, dass er das erste Mal jetzt auf der Gamescom und da in Deutschland war, war ich ja echt verblüfft. Ich weiß nicht, ob du, Chris, ihn auch getroffen hast und ihn auch kennst? Ich glaube nicht. Bei uns war er zufällig am Stand, Robin, weißt du das, ne? Genau. Kam er so, you are Robin. Und ich dachte, oh Gott, was, oh Gott, nein. Ja, das sind so, du kennst Leute optisch von... Ja, wir hatten ihn vorher im Interview. Genau, ja, ja. Und da hat er gesagt am Ende, er wird uns mal auf der Gamescom besuchen vielleicht. Und damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Das stand ja bei uns am Stand. Und ja, ich glaube, wir haben da sogar Bilder gemacht. Ein bisschen dandyhaft war das, als er ankam. Also es fehlte eigentlich so ein mysteriöser Nebel, der um ihn herumschweift. Und er, also er wirkte sehr, er hat einfach ein Ziel gehabt. Er wollte zu uns kommen. Und das war sehr schön. Wir haben gar nicht gerafft, im ersten Moment, dass er das ist, wir wussten erst mal das richtig verorten. Später hat er uns ja auch in diversen Streams besucht und hat uns da auch schon ein paar Mal tolle Geschichten erzählt, auch außerhalb Interviews. Also auch eine großartige Entwicklerpersönlichkeit, wo wir uns sehr gefreut haben, dass sich die Wege schon ein paar Mal gekreuzt haben. Definitiv. Er hat ja auch gefeiert, als ich mal Maniac Mansion auf der VR-Brille getestet habe, in dem Emulator, also im Scum VR-Emulator. Und dann stand ja auch gleich als dritter Name David Fox dabei. Und ich habe so gefeiert, weil ich das überhaupt wieder gar nicht mal am Schirm hatte, dass der ja auch, der, ich glaube, hat auch irgendwie mal erzählt, der dritte Mitarbeiter bei Lucas Film Games war damals. Und damit angefangen hat, bei den ganzen Point-and-Click-Adventuren mitzuarbeiten. Daher wusste ich, ich wusste am Anfang gar nicht, wer der war. Und dann irgendwann saß ich da am Mittagstisch auf der GDC damals, 2014 war das, glaube ich. Und dann saß da noch ein anderer Typ neben ihm und haben sich unterhalten. Und dann meinte er so zu mir so, weißt du, wer Typ der ist, der neben der sitzt. Ich so, nö. Und er so, ja, der hat ja bei so den ganzen Point-and-Click-Adventuren mitgearbeitet und so weiter damals bei Lucas Film. Und ich so, oh. Und dann kam er so ins Gespräch. Und der hat damals auch ein bisschen was im Bereich VR gemacht, witzigerweise. Aber das ist noch ein anderes Thema. Fand ich nur lustig. Chris, ich habe eben mal geguckt, wo du da jetzt wohnst, da du jetzt den Namen ja mal gesagt hast. Und ihr habt da ja ein riesiges Loch in der Stadt. Ja, das ist eine alte Kupfermine, die in den 70ern stillgelegt wurde. Aber das, ja, da ist ein riesiges Loch. Und wenn ich sage riesiges Loch, meine ich nicht ein 20-Meter-Loch, sondern das ist irgendwie 400 Meter tief oder 300 oder sowas, ne? Ja, das ist schon ein größeres Loch. Aber die Ecke sieht toll aus. Ich bin ja immer ein großer Fan. Ich gucke gerne bei Google. Ich spiele dieses Geogasser-Spiel, wo man in der Welt bei Google Maps oder bei Google abgeworfen wird. Und du musst raten, wo man jetzt ist. Und ich hätte das tatsächlich nicht zu Arizona gepackt, wo man da bei euch ist. Das sieht tatsächlich aus wie bei, ein bisschen wie bei Carl May. Ja, so ein bisschen, ja, das ist lustig. Ja, sogar 20 Minuten von hier ist Tombstone. Das ist so diese alte Westernstadt, wo auch diese Schießereien stattgefunden haben und so Wyatt Earp und so ein Zeug und was weiß ich. Genau, das ist auch noch sehr gut erhalten. Aber das Schöne an Bisbee ist, es ist eigentlich nicht, wie so eine amerikanische Stadt aussieht, weil es halt eben doch so in den Hügeln ist. Und das haben die, 1890 oder so wurde das, fing das an mit den Minen und da haben die Minenarbeiter ihre Häuser einfach so in die Hügel reingebaut. Die haben da nicht gedacht an Autos oder so damals. Und deswegen sieht das aus wie so eine alteuropäische, mittelalterliche Stadtplanung. Ja, ich finde es, es sieht sehr niedlich aus. Aber ihr fühlt euch da auch dementsprechend auch wohl, sonst werdet ihr auch da nicht hingefahren. Ja, wir fühlen uns sehr wohl. Allerdings, wie gesagt, die letzten vier Wochen, fünf Wochen war es hier extrem heiß, weil ja die ganze USA irgendwie da in der Hitzewelle schwelgt. Wir haben hier immer so einen Durchschnitt um die 36, 37 Grad. Das ist ziemlich brutal. Deswegen sitzen wir hier auch mit der Klimaanlage und ja. Also Bonfire wie Kalifornien ist nicht so, oder? Nee, eher nicht. Okay, das tut mir das gut. Habt ihr euren fahrbares Gefährt noch? Ja, ja, ja. Wir sind immer noch in einem Wohnmobil. Wir haben zwar jetzt auch Hauspläne und wollen da was bauen, aber da muss ich noch ein bisschen sparen für. Musst du noch ein paar Special Editions auf Langspielplatte verkaufen. Ganz genau, ja. Hör auf, damit die stehen ja auch schon alle rum. Das ist das Einzige, wo ich immer noch zuschlagen muss, gefühlt, weil die Sachen teilweise wirklich sehr, sehr toll aufbereitet werden und das hat schon irgendwas, die alte Musik auch auf Schallplatten zu haben. Das finde ich schon ganz cool. Ich habe jetzt auch tatsächlich das Törri und kein Paket endlich bekommen. Nach wie vielen Jahren Wartezeit bin ich schon wieder darüber nachdenken. Aber da waren auch diese wunderbaren LP-Editionen mit bei. Und das ist übrigens auch das Special von diesen Black Screen Records. Das ist in ihrer Spezialität, so Vinyl Editions zu machen. Die sind ganz, ganz toll und wirklich liebevoll gemacht. Die haben ja verschiedene Bedruckungen dann und sowas. Also das ist wirklich wertig. Ich habe oft schon bei Kickstarter irgendwas bekommen, wo ich in der dachte so, ja, das hätte man dann doch nicht machen müssen. Aber bei den Sachen freue ich mich jedes Mal, dass ich mich doch entschieden habe, das größere Paket zu nehmen. Also da ist sich wirklich Mühe gegeben worden. Ich habe gerade heimlich den Wikipedia-Artikel von David Fox gelesen. Und da steht drin, dass er sowas wie den Retro-Spiele-Club gegründet hat, schon 1977. Das erste Mikro-Computer-Zentrum, wo man gegen eine Gebühr in einen Raum gehen konnte, um da Computer zu benutzen. Verrückt. Das hatten wir gar nicht. Hatten wir das? Ach doch, das hatten wir im Interview, klar. Ich erinnere mich, dass Patrick das gefragt hat, oder dass er das als Thema hatte. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das dabei war. Ah, kann sein. Also für mich ist es total neu. Er hat geschrieben, es gab nur ganz wenige, also gesagt, es gab ganz wenige Computer-Center. Und weltweit war das eine der ersten Möglichkeiten, sich öffentlich Mikrocomputer oder Mikrocomputer anzusehen. Und er hat das mitentwickelt. Und das war wirklich, das ist 1976. Er sagte, er wollte, ich habe hier das Interview gerade vorliegen, er wollte ein interaktives Disneyland haben. Das war sein Ziel, finde ich auch sehr charmant. Wollen wir ein interaktives Disneyland haben? Patrick? Nein, aber interaktiv ist immer schön. Aber wie gesagt, der war einer der ersten. Ich glaube, das war ja auch die Geschichte, wo dann diverse Leute dort auch sich getroffen haben, weil das wirklich eine der wenigen Anlaufpunkte in Amerika damals war. Ja, war das nicht der Computer-Club, wo auch diese ganzen, dass er diese ganzen Leute, die... Das war, glaube ich, Felsenheim, der andere. Aber wie gesagt, ich will da jetzt nichts... Homebrew-Computer-Club ist das andere. Ach, das war ja immer Felsenheim. Genau, genau, genau. Das war der andere. Aber wie gesagt, das war ja in den 70ern. Wenn man sich das mal vorstellt, da haben die meisten noch nicht mal das Wort Computer geschrieben und da haben die schon die ersten Clubs gegründet. Wahnsinn. Lee Felsenheimer hin. Ja, ich finde immer schön, wenn ich meine erste Frage im Interview stelle, was sind Ihre ersten Erfahrungen mit Computern? Und dann einige sagen, Computer? Wir hatten gerade Lochkarten, wenn überhaupt. Dann weiß ich, das werden dann die ganz besonderen Interviews. Ja, was ich auch als Thema mal spannend finden würde, ist, dass der Ursprung der Computerspiele, das waren ja Computer, die hatten auch gar keine Monitore, sondern man hat die, zum Beispiel einen Ausdruck bekommen auf Papier. So sind auch die Text-Adventures entstanden und das finde ich so spannend, wie auf Großrechnern noch ohne Monitore die ersten Spiele entstanden sind. Wie gesagt, René, du bist auch immer wieder eingeladen, bei uns vom Thema wieder mitzumachen. Das DDR-Thema ist wirklich richtig gut aufgenommen worden. Da kommt bis heute Rückmeldung zu. Und ich hatte dir auch schon mal vorgeschlagen, du hattest ja so einen tollen Artikel geschrieben über die Spielegeschichte, oh Gott, jetzt will ich mich nicht ins Festival setzen, über 40 Jahre, war es EA? Nee. Das war eine der dümmsten Ideen, die ich je hatte. Also Electronic Arts ist 40 Jahre alt geworden und ich hatte die Idee, 40 Spiele kurz vorzustellen. Und es war deswegen so eine dumme Idee, weil es so irrsinnig viel Aufwand war, von Electronic Arts 40 Spiele auszuwählen und die dann auch noch kurz zu beschreiben und einen Screenshot zu machen. Und da musste ich dann teilweise so mit Atari 800-Emulatoren hantieren und so. Also ich wollte keine Screenshots klauen. Also ich habe da so verschiedene Emulatoren, teilweise zum allerersten Mal in meinem Leben benutzt, um da Screenshots zu machen. Und das war also ein dermaßen riesiger Aufwand, eben halt diese 40 Spiele kurz zu beschreiben und ein Screenshot zu machen. Aber ich habe da auch sehr viel gelernt, weil ich ja als Ossi eben halt diese jährige Jahre nicht miterlebt habe, was immer über mir schwebt. Und ich fühle mich dann oft auch wie ein Hochstapler, oder wenn andere über 165 Zeit reden, weil ich die eben halt nicht mehr erlebt habe als Ossi. Wie war denn das nach der Öffnung der Mauer und so weiter? Was war dann Amiga dein erster Computer? Ich habe etwas getan, was mir vernünftig vorkam, aber was im Nachhinein ein Fehler war. Ich habe mir gleich nach der Wende einen PC gekauft, einen IBM-PC, hatte aber nicht genug Geld für eine VGA-Grafikkarte und Farbe. Ich hatte also so ein 286er mit Herkules und damit konnte man ja kaum spielen und ich hätte mir gleich nach der Wende 1990 durchaus noch einen C64 kaufen können oder einen Amiga. Das sind alles Geräte, die ich erst viel, viel später entdeckt. Hat da so eigentlich so Ende der 90er Jahre erst so Commodore 64 und Amiga. Aber es hat dir geholfen, deine Schreiberei halt Karriere zu machen? Ja, halt die Neugierde, die mich immer noch so bewegt. Wie war das in den 70er und 80er Jahren? Da fällt mir übrigens ein, wir haben ja vorhin über Chris Hülsbeck und Messen geredet. Meine allererste Spielemesse war 1994, die Computer, 1994 in Köln. Und da hatte Chris Hülsbeck einen Stand. Und da bin ich so hin, ich habe keine Ahnung gehabt, wer Chris Hülsbeck ist und er hat auch keine Visitenkarten mehr, aber hat mal einen Stempel in mein Notizbuch gegeben, den ich kürzlich mal wieder gefunden habe. Liegt jetzt genau vor mir, Chris Hülsbeck, Medienproduktion in Langen. Also ich habe keine Ahnung gehabt, wer Chris Hülsbeck ist und was. Offenbar ein Musiker. Und so richtig ist mir das erst viel später klar geworden und erst richtig durch die Games Convention Spielermusikkonzerte. Ich muss wieder lachen, im Chat schreibt auch gerade Vater und Sohn Zocken, auf der Computer 94 war ich auch und ich glaube, diesen Satz können schon wieder hier diverse im Podcast sagen und Robin und ich waren da auch auf diversen Veranstaltungen und ich hätte so gerne eine Videoaufnahme der Schlange an dem Stand, wo Chris Hülsbeck stand, da müssten allein aus unserem Podcast Bereich 20, 30 bekannte Gesichter sein. Wir standen alle in der Schlange. Ja, die krasseste Situation war, glaube ich, die 1991er Amiga Messe und da hatte ich mein erstes Album, das Shades Album und wir waren am zweiten Tag schon mittags ausverkauft. Wir hatten also zu wenig CDs dabei und hätten nie gedacht, dass man die überhaupt da ausverkauft. Die haben uns die aus den Händen gerissen da und dann haben wir danach so praktisch Gutscheine verkauft und haben dann nachproduziert und die dann verschickt und so weiter. Das war heftig. Ich kann mich immer an die ASM-Werbung erinnern. dass dein Album dann auf dieser Werbungsseite bei der ASM immer halbseitig oder seitig beworben wurde und dass man dann halt irgendwie an den ASM, also an den Verlag Geld überweisen sollte, damit man das dann von denen bekam. Ja, das war sogar so, die haben das tatsächlich gekauft. Also wir haben damals so einen Einkaufspreis gemacht für das Partner-Magazin in dem Fall ASM und die haben da schon auch gewinngemacht bei und uns geholfen praktisch die Produktionskosten zu decken, weil das war damals schon relativ knackig teuer noch. Ich glaube, es war so in dem Bereich, wo das vier oder fünf Mark kostet hat, pro CD für die Auflagen, die wir gemacht haben. Boah, das ist, ja klar. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht genau, wann das war, ich habe mal irgendwann einen Videofilm mir gekauft, weil du da die Musik zugemacht hast, Soundtrack. Kann das Cut-Cut-Character oder so was sein? Es gab so ein paar wirklich No-Budget oder Extremely Low-Budget Filme und da war der Cut-Character einer davon. Es gab davor noch einen vom gleichen Regisseur, wenn man das muss sagen, das waren halt Enthusiasten, das waren keine Profis und die haben auch später andere Karrieren gemacht, aber der erste Film hieß Zander und der war mit einer Videokamera gefilmt und dann geschnitten auf zwei VHS-Rekordern immer hin und her kopiert mit der Pausentaste und damit haben die einen Film gemacht und ich habe dann auch vertont, da mussten die dann nochmal übertragen, um die Musik einzuspielen. Kann man sich dann ungefähr vorstellen, wie die Qualität am Ende ausgesehen hat. Ich kann mich erinnern, dass ich verwirrt war, wie schlecht er aussah. Das war schon damals nicht die übliche VHS-Qualität und auch die ganze Verpackung und sowas war sehr wie aus einem Hinterzimmer zusammengebaut, aber ich musste das damals haben, weil ich unbedingt die Musik hören wollte. Der Cut-Charakter war tatsächlich schon ein richtiger Spielfilm in dem Sinne. Ich glaube, den hatten sie auch ein bisschen professioneller schon geschnitten. Hast du eigentlich noch für weitere Filme was gemacht? Weil ich kann mich erinnern, ich glaube, auf der ersten CD war ja so ein grandioser Soundtrack drauf, Tower of Babel oder so. Ich hoffe, ich erinnere den Namen richtig, das ist auch schon wieder lange her. Hast du mal sowas wirklich auch für Filme dann noch gemacht? Weil ich habe damals immer gedacht, dass du irgendwann in die Filmbranche gehen wärst, gefühlt. Weil da habe ich das Stück mir angehört und habe schon den Film dazu gesehen im Hinterkopf. Ja, das war auf jeden Fall so ein Wunschziel damals. Und also das Tower of Babel haben wir dann später nochmal in Tarragon verwurstet. Aber das war praktisch nur ein imaginärer Film, wenn man so will. Da hatte ich so mehrere Sachen in der Art gemacht. Aber eine weitere Vertonung, zumindest visuell, war für einen Kurzfilm von Thomas Böker, der ja die ganzen Videospielkonzerte immer organisiert und der auch da für mich die Orchesteraufnahmen für die diversen Alben gemacht hat. Und der hatte einen, als er da Student war, hat er einen Kurzfilm gemacht, Licht am Ende des Tunnels. Und da habe ich ja auch Musik für gemacht. Das klingt schon so lange her. Einfach die Titel klingt schon alt. Da war ich aber schon in den USA. Also das war gerade am Anfang. Das war im zweiten Jahr in den USA. Da hat der Thomas Böker mich dann auch besucht hier drüben und ich habe da halt dann die Musik komponiert. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen einfach im Programm weiter. Ihr könnt gerne, wie gesagt, dabei bleiben, auch noch weiter einmischen. Wenn noch Fragen an Chris sind, schreibt sie in den Chat, weil ich weiß ja nicht, wie lange der Chris heute Zeit hat. Oder falls einer von den Teilnehmer hier noch Fragen hat, dann haut sie raus, solange ihr die Chance hat. Ich habe circa zehn Minuten, aber ich kann gerne noch im Chat ein bisschen mitlesen und zurückschreiben. Gut, dann haben wir da auf jeden Fall nochmal die Chance. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dich trotz der Teamspeak-Umstände zugeschaltet hast. Ich finde diese Tradition, alle 50 Folgen dabei zu sein einfach cool. Ich freue mich jetzt schon fast, ob ich 250 sehe. Die dürfte dann in zwei Jahren ungefähr sein, können wir uns schon mal aufschreiben. Aber wir werden uns sicherlich vorher nochmal auf der einen oder anderen Veranstaltung sehen, denke ich mal, weil wir wollen ja auch, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal hier raus. Wenn die Umstände es erlauben, sind wir da auch wieder ein bisschen auf Tour, denke ich mal. Und ich erinnere mich auch sehr, sehr gerne an die letzte Amiga-Veranstaltung zum Beispiel. Das war auch extrem interessant und auch toll, da nochmal wieder alle wieder zu sehen. Chris, ich würde dich sonst nochmal fragen, du hast ja mit Sicherheit schon ein weiteres Projekt angenommen in Zukunft. Gibt es da schon irgendwas, was du sagen kannst? Was wird es? Wie üblich, wenn irgendwelche Projekte sind, dann sind die ja immer geheim bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich hatte noch eins gemacht, das ist ein bisschen untergegangen, weil es wurde wohl nur auf Apple Arcade bisher released und zwar ist das ein Teenage Mutant Ninja Turtles Game. Das nennt sich Splinter's Fate. Das habe ich letztes Jahr gemacht und das hatte auch eine Nachrichtensperre bis jetzt, glaube ich, im Mai hatten sie es dann endlich angekündigt. Und dann habe ich aber erfahren, dass es halt nur auf Apple Arcade rauskam, weil Apple das wurde auch bezahlt hat, die Entwicklung und das ist natürlich schade, weil das Spiel eigentlich sehr gut gewesen wäre, auch für so Sachen wie Switch oder andere Zielgeräte, aber das wird dann wahrscheinlich eher nicht passieren und weil es ein Work for Hire war, kann ich wahrscheinlich auch eventuell noch nicht mal einen Soundtrack für machen, das muss ich erst mal noch rausfinden, werden, aber das halt und da sind immer irgendwelche Sachen in Arbeit natürlich, aber meistens ist es halt so, ich kann nicht drüber reden, bis dann die mit ihrem Marketing anfangen. Aber nächstes, nur so als kleiner Teaser, nächstes Jahr habe ich mit alten Freunden und Kollegen eine relativ große Geschichte, die angekündigt wird und dann auch rauskommt. das nur dazu. Da können sich die Retro-Leute wieder ganz doll freuen drauf. Cool. Das heißt, wir sollten jetzt schon mal wieder sparen für irgendwelche Special Editions. Ganz genau, ja. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn noch Fragen sind und du im Chat bist, dann lesen wir das gerne vor und wir freuen uns auf ein Wiedersehen und Wiederhören. Wiederhören ja dann spätestens in der 250. Das halten wir schon mal fest. Und dir alles Gute und viel Erfolg weiter mit Patreon, mit dem Projekt und wirklich nochmal der Hinweis an alle Hörer, das lohnt sich wirklich zu unterstützen und das ist eine ganz, ganz coole Sache, die du machst. Das würde ich mir von vielen Musikern wünschen, dass man solche Möglichkeit auch hat, Musik zu verwenden und ja auch an der größeren Öffentlichkeit zu präsentieren. Also wirklich toll. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und hoffentlich bis bald, Chris. Gerne. Danke. Dann noch viel Spaß mit dem Rest von eurer Jubiläumsfolge. Dankeschön. Ja, wir haben schon fast ein Drittel geschafft, wir arbeiten dran. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, wir machen mal weiter mit einem weiteren Einspielergrüßen. Wir haben, ja, ganz besondere Grüße von George Riley. Der Name wird einigen von euch vielleicht gar nicht was sagen, aber der ist Donkey Kong Weltrekordhalter gewesen. Das war ein cooles Interview, weil von der Sichtweise hatten wir auch selten bisher Gesprächspartner und er hat es auch Grüße geschickt. Hey, Retro Kompat, Blüklitz 200 von DK3 Guy Dann machen wir weiter mit einer Musik, nämlich von Komiko hören wir Pop City und dann hat sich der Marius etwas für uns ausgedacht. Musik, Musik, Musik. Vielen Dank.